Ja, moin zusammen und willkommen im Katzenmonat. Und was könnte da besser passen als Little Kitty Big City? Ich habe das schon mal an einem anderen YouTuber gesehen, habe dann aber nicht weiter gespoilert und gefunden, das muss ich selber spielen. Und hier sind wir nun. Na siehste, ist im Mai 24 rausgekommen. Und ich sage einfach mal, viel Spaß beim Intro. Ich sage einfach mal, viel Spaß beim Intro. Oh, okay, ich soll schütteln. Okay, wir schütteln. Meine Güte, wo bin ich? Ja, Kira nach Hause zurück zum Angucken. Ja, genau, okay. Es geht so weit nach oben. Für den Aufstieg brauche ich mehr Energie. Scheinbar schon. Was haben wir denn dann noch alles? Lass mal sehen. Also, Trophäen. Okay, wir können so drei bis vier Trophäen sammeln. Cool. Na gut. Was ist das? Irgendwelche Sticker? Ach du liebe Zeit. Ja, davon gibt es auch ein paar. Eine Hand voll. Gut, und der Rest ist, ja, alles klar. Da gibt es Fische, Federn und da oben so ein Gedönse. Okay, alles klar. Gut, wir sehen uns erstmal um. Erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. So, okay. Umsehen geht. Können wir noch rechte, linke, nee, das ist die rechte, das ist die linke Pfote. Was ist das? Laufen. Und hier ducken können wir uns auch. Was gibt es noch? Okay. Oh. Ja. Miau. Ach, wie süß. Oh, wie schön. Hier ist Wasser. Katzen mögen Wasser nicht. Nein, Katzen mögen Wasser überhaupt nicht. Ah, 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 ah. Okay. Ja. Geht es hier hoch? Nee. Was kann ich denn alles machen? Okay, ist noch ein bisschen wild. Okay, ich gewölle mich schon dran. Da ist auch Wasser. Da können wir nicht hin. Da ist ja der Rabe, an dem wir uns festgehalten haben. Vielleicht ist das der. Komme ich hier irgendwie ran? Nee, das geht nicht. Okay, na gut. Da liegt ein Tennisball. Okay, ich kann ihn so schubsen. Hä? Dann kann ich ihn noch schubsen. So kann ich ihn schubsen. Okay. Tennisball. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Ja, 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 ja. Was ist denn hier? Ein Fuchs? Da ist ja noch ein Tennisball. Hä? Okay. Ja, gut. Naja, schön. Also, es gibt noch einen zweiten Tennisball. Kann ich da irgendwas mit machen? Aufheben? Nö. Naja. So, was haben wir denn hier drin? Wiii. Ja, ja. Die Katze macht Katzensachen, ne? So. Hier ist schön, ne? Hier sieht das viel besser aus. Was ist das denn da? Das ist gar nichts. Okay. Na, gehen wir mal da rein. So. Küche. Springen. Ja, habe ich schon herausgefunden. Achso, soll ich da drauf gehen? Okay. Die Türen können wir aber nicht öffnen. Nee, schade. Hier komme ich drauf. So. Und? Genau. Mal alles kaputt. Ja. Eine Katze, die Katzensachen macht. Oh, warte mal. Das war nichts. Ah, drücken, ne? Ja. Hä? Hä? Okay. Geht nicht? Komme ich da drin? Irgendwie. Das geht nicht. Achso. So geht das. Oh, warte mal. Da komme ich auch. Ach, guck mal. Da kann ich ja bestimmen, wo ich hinspringen möchte. Das ist schon ganz schön lang. Weit, ne? Ja, ja. Die Katze macht Katzensachen. So. Jawohl. Was habe ich denn da eigentlich am Hintern? Zack. Oh, ist nicht kaputt gegangen. Schade. Ich muss mir Mühe geben. Okay. Super. Wui. Das geht. Entrümpeln. Was ist das denn? Okay. Zerschmettere zehn Gegenstände. Eins von zehn. Na, ich muss mir Mühe geben. Das kriege ich hin. Fute. Ja, habe ich schon. Ja. So. Okay. Wui. Sieht doch gleich viel besser aus, ne? Du stehst mir im Weg. Okay. Da ist... Guck mal, da leuchtet was. Komme ich da hin? Also mal... Ah, drückt halt und für Präzisionssprung. Das hat ja spitzenmäßig geklappt. Ich brauche... Darf nicht so früh loslassen, ne? Nee, ich darf nicht so früh loslassen. Ich kann mir ruhig Zeit lassen zum Zielen. So nämlich, ne? Ja, siehst du. Das geht viel besser. Okay, alles klar. Gut. So. Jetzt hier rüber. La, la, la. Das haben wir schon. Tapp, 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 tapp. Ich mach Katze und Sachen. Ich mach Katze... Warte mal, war das nicht hier mit dem Raben? Ich glaub schon, ne? Ich guck mal, ob ich anders... Was auch das Blinky da hinten ist. Ich versuch mal, da hinzukommen. Also, A für Präzisionssprung. Hui. Hat geklappt. Da oben komm ich auch hin. Komm ich von hier schon da rüber? Nee. Oh, wie kann ich das abbrechen? Äh, geht nicht, ne? Na gut. Na gut. Wie komm ich da hin? Komm ich da oben hoch? Oh, ja, das hat nicht so gut geklappt. Aber hier kann ich ein Stückchen weiterlaufen. Warte mal, komm ich von hier aus da hoch? Nee, hochspringen ist nicht so ihr Ding, ne? Hm. Na gut. Also, wenn dann noch von hier... Na, komm mal. Ja, genau. Aber auch das sieht ziemlich eng aus. Nee. Ah. Ne. Da ist ja auch der olle Baum im Weg. So müsste doch eigentlich gehen, oder? Hm. Ja, da ist der Baum im Weg. Das wird wohl nichts. Okay. Ich möchte es noch mal probieren. Nein, das wird wirklich nichts. Okay. Wir kommen hier hier zurück. Du bist, äh, nicht vergessen. Da drinnen ist ja ein Vogelnest. Oh. Warte mal, so komm ich auch hier rein? Aber ich glaube, wir sollen erst mal... Da liegt der Pantoffel noch rum. Ich glaube, wir sollen erst mal... Ja, ich würde, glaube ich, erst mal lieber zum... Zu dem Ding, zu dem Raben gehen. Ja. Oh. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Dass ich hier wieder komplett runtergefallen bin. Hm. Unglaublich. Hi. Ja. Dingeling. Ich wollte nur das Dingeling noch mal hören. Darum ist mir alles andere... Egal. Taps, 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 taps. So, komme ich dann von hier aus darüber? Ja. Glaube ich schon. Äh. Knapp, ne? Ne. Ja. Ja, funktioniert. Gut. Okay. Und hier haben wir wieder Katzensachen. Ja. Ha, ha, ha. So. Aber sieh an, sieh an. Wenn das nicht das fliegende Kätzchen ist. Redest du mit mir? Naja, ich sehe keine anderen kleinen Katzen, die zum Spaß unschuldig reden, in der Luft verhauen. Äh. Es war eine Notsituation. Das warst du? Oh, das tut mir echt leid. Das war ein Unfall, weißt du? Ein Unfall? Klingt, als bräuchtest du etwas mehr Flugpraxis. Aber ich kann doch gar nicht fliegen. Äh. Und mit dieser Einstellung lernst du es auch nie. Na los. Schlag mit den Flügeln und flieg mir nach. Was? Äh. Was? Wo fliegst du denn hin? Dahinten. Finde die Krähe. Ja, und weg ist er. Okay. Komme ich hier eigentlich hoch? Oder hier komme ich nicht? Schade. Oh, aber hier komme ich runter. Ah. Neue Sachen. Neue Sachen. Was bist du denn hier? Du bist gar nichts, ne? Hm. Gut. Dann lass mal kurz gucken, ob ich hier noch was finden kann. Äh. Na ja. Äh. So. Da kann ich gar nichts machen, ne? Ne, das kann ich auch nicht antatschen. Ein Fahrrad. Nix. Oh, hier. Aushänge. Gesucht wird. Ne, das ist aber nichts. Wer lässt denn hier die ganzen Schläuche rum? Was ist das Wasser hier überall langläuft? Hallo? Hier, da muss ich genau kriechen. Oh, ne, so ging das. Ach, wie schön. Guck mal, da ist ja noch ein Ball. Noch ein Tennisball. Oh. Äh. Was? Mach das ordentlich. So. Ja. Tennisball ist unten. Wo ist der Tennisball hin? Da ist der Tennisball hin. Oh, hey. Hallo. Werde ein Künstler. Zum Ansehen drücken. Ein Künstler. Okay. Wo geht's hier weiter? Ach schön. Ein Künstler. Hallo. Human. Na? Schmusen. Ach, wie niedlich. Oh. Oh, voll niedlich. Werde ein Künstler. Oh, oh. Oh. Okay. Ah, die Pfotenabdrücke. Wie cool ist das denn? Ach, cool. Ich möchte noch eine andere Farbe nehmen. Er hat ja ein Stein jetzt dagegen. Guck mal, sogar zweifarbig. Lila und schwarz. So, komm hier. Die anderen nehmen wir auch noch drauf. De, äh, was? Inspiratione. Ja. Weißt du Bescheid? Werde ein Künstler. Okay. Entrümpeln? Nee, wo steht das? Da wahrscheinlich, ne? Werde ein Künstler. Ich kenne mich nicht gut aus mit der Kunst, aber ich glaube, dieses Werk könnte die Hilfe einer Katze gebrauchen. Aha. Finde ich, Kree, Kree sagt, ich soll dem Fuhlen. Aber voll. Wo soll der denn hin? Ja, gehen. Was Katzen halt eben so machen, ne? Guck mal, ist das nicht schön geworden? No. Okay. Naja, schön. Gut, wir hauen mal ab. Wir gehen mal weiter, ne? Ah, gut. Oh, warte mal. Hier. Ziehen. Ziehen. Ah, dahinter ist ein Durchgang. Moment. Äh, 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 äh. Ja, genau so. Guck mal. Ja. Ach, guck mal. Hahaha. Diese Animation. Unglaublich. Da, Fußball. Fußball. Na. Bin ich genau dran. Okay. Okay. Lauf nicht weg. Okay, ich hab fast das Gefühl, so geht das viel einfacher, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Ja, und, nein. Und Tor. Ins Netz gegangen. Achtung, meine Güte. Was geht's denn jetzt noch? Triff jedes Fußballtor. Eins von vier. Na schön. I do my belly best. My belly belly. Guck mal, da oben. Da oben. Ups. Und, ups. Oh, warte mal. Verpasse ich irgendwas, wenn ich da nicht... Wenn ich da... Unter. Ne. Hier. Cat Things. Ah. Katsching. So nehm ich. Guck mal, sieht gleich viel besser aus. Kann ich da oben dran springen? Ah, ich wüsste nicht, wieso. Okay. So. Hier. Da. Oh, Entschuldigung. In deinem Garten, ne? Verzeih. Hier. Entrümpeln. Yes. Entrümpeln. Yeah. Zerschmettere zehn Gegenstände. Okay. Muss ich noch mehr? Noch mehr? Gibt's noch extra? Extra? Bonus. Warte mal. Ne. Eigentlich nicht. Hallo zusammen. Lerne alle Tiere kennen. 50. 50. Okay. Mach 100 Gegenstände kaputt. Alles klar, Leute. Wir haben ein Ziel. Okay. Katsching. Äh. Okay. So. Hier komm ich da. Komm ich da runter? Guck mal, da steht ein Bus. Da hinten hätte ich auch noch was. Ach nee, da sind wir hergekommen. Aber wo soll ich denn? Hier. Da unten geht's weiter, ne? In dieser Baustelle. Aber lass mich erst mal gucken, ob ich da rüber... Hier komm ich gar nicht hin. Bist du sicher? Möchtest du das nochmal überlegen? Wenn das funktioniert, komm ich auch da hinten drauf? Uh. Das war gar nicht so schlecht. Okay. Warte mal. Okay, da bin ich wieder da. Ne, das bringt nichts. Gut. Ich lauf mal hier hin. Hui. Fliegende Katze. Piep, piep. Was mach ich denn da mit? Äh, kriechen. Ja, natürlich. Ja. Will er nicht? Willst du nicht? Muss ich das Ding erst ablegen? Oder was? Ne. Ach, doch. Funktioniert. Wie sie die Beine spreizt, ne? Da geht's auch noch weiter. Und dort auch noch. Sollen wir erstmal hier gucken? Ne, guck mal. Da steht was vor. Da kommen wir bestimmt nicht durch, ne? Ne, da kommen wir nicht durch. Okay. Es ist versperrt. Ja. Jetzt kommt mir auch so vor. Okay, laufen funktioniert. Ne, nicht da dran kommen. Da ist ja der Rabe. Und da ist der Bus unter sich. Was ist das da oben drauf? Ein Ü-Ei? Hm. Ne? Oh nein. Baut sie. Hey, seid leise da drüben. Finde Krähe. Ja, klasse. Oh nein. Im Ernst, diese Hunde denken, die Straße gehört ihnen. Ja. Ah, da bist du ja. Warum hast du so lange gebraucht? Hast du vergessen, mich mit den Flügeln zu schlagen? Ich habe gar keine Flügel. Was? Wie bist du dann geflogen? Ich bin ich nicht. Ich bin mir gefallen. Ich bin von meinem Platz am Fenster runtergefallen. Und jetzt bin ich hier unten. Aber wenn du nicht fliegen kannst, wie willst du dann wieder da raufkommen? Hm. Hm. Naja, wir sind immerhin in der Nähe. Oh. Ja, das würde ich allerdings auch sagen. Hm. Ein ziemlicher Schlammasse, nicht wahr? Lass mal nachdenken. Ah, ich hab's. Wie wär's mit dem Möchtegern fliegen von euch flügellosen Kreaturen? Das mit Schnaufen, Keuchen und Krallen. Meinst du klettern? Ja, hab ich doch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich genug Energie zum Klettern habe. Ich war schon hungrig, als ich gefallen bin. Und wenn die freundliche Krähe zufälligerweise einen köstlichen Fisch hätte... Wirklich? Naja, dann bringt uns das in ein vertrautes Krähen-Territorium. Angebot und Nachfrage. Für 25 Blinkys. Ach, dafür sind die. Kann ich dir einen leckeren Fisch... Hm. Volle Energie geben. Was ist ein Blinky? Du musst doch wissen, was Blinkys sind. Das sind die schimmernden Dinge, die überall versteckt sind. In Büschen, auf Vorsprung, sogar unter den Verkehrsgegeln. Unter den Verkehrsgegeln. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Ah, und sind die wertvoll? Wertvoll? Die sind unbezahlbar. Äh. Soll ich nicht 25 Fische für 25 Blinkys bekommen? Sollte ich den nicht besser behalten? Äh. Behalten. Sagte ich unbezahlbar? Ich meinte wertlos, sogar gefährlich. Für jeden außer für Krähen. Eigentlich dürften sie nicht einmal in der Stadt herumliegen. Naja, jemand könnte sich verletzen, weißt du? Also, wenn du 25 Blinkys bärmelst, kann ich sie dir verantwortungsvoll entsorgen. Wir werden Helden sein. Und dann bekomme ich einen Fisch. Na klar. Ich bin dabei. Okay. Sammle 25 Blinkys. Komme ich hier denn schon dran? Oh, warte mal. Ziehen? Moment. Ziehen geht doch, ne? Ne, was mache ich denn da? X muss ich doch drücken. Ziehen. So, da ist einer. Aber der ist in die falsche Richtung geflogen, ne? Doch, komme ich dran. Ich habe ein Ding gefunden. Hey, krass. Okay, du sagst, sie sind überall versteckt. Komme ich hier hoch? Ne. Okay, das funktioniert nicht gut. Sie sind überall versteckt, sagst du. Da oben, ich hätte gerne gewusst, was das da ist. Ah, Humans. Menschen. Da ist auch noch was zum Durchklässern. Also, irgendwie scheine ich hier drauf zu kommen, ne? Die Frage ist mal wie. Ne. Kann ich auf die Motorhaube springen? Ach, scheinbar nicht. Okay. Ah, uh. Aber fast. Ne, ich komme nicht höher. Hm. Gibt es einen anderen Weg? Ah, da hinten ist mir viel zu viel Wasser. Wie komme ich da hoch? Da oben rüber? Oder warte mal. Gibt es auf der anderen Seite einen Weg? Ja, ja, ja. Wichtig, Tour. So. Hier komme ich da irgendwie hoch? Naja. Oh, meine Güte. Okay, das geht nicht. Wie mache ich das? Irgendwie muss ich... Ja, so nicht. Wie mache ich das? Okay, ein Stück hoch komme ich, ja. Aber scheinbar nicht genug. Hm. Wer ist da drauf? Ne. Sie kann nicht besonders weit springen und offensichtlich aber nicht besonders hoch. Hm. Na, müssen wir für den Augenblick nochmal lassen. Wir kommen ja hier ja zurück. Guck mal, da ist noch so ein lustig gemalter Deckel mit einer Krähe. Guck mal, da liegt ein Blink hier rum. Juhu. Ne, ich möchte jetzt nicht kraulen. Ich habe wichtige Katzensachen zu tun. Was ist denn? Guck nicht. Oh. Hier, die Kau... Oh. Alter. Oh. Aufheben. Du hast mich geärgert. Oh. Aua. Okay, das wird nichts. Na gut, das wird nichts. Nein, das war eine ganz schlechte Idee. Da ist auch noch einer. In den Büscher müssen wir auch... Oh, okay, wir durchsträumen die Büsche. Alles klar. Höh. Sag mal. Was sind denn das hier für Typen? Höh. Da ist noch einer. Was sind denn das hier für Leute? So ein dummes Pack. Warte, hier. Die brauche ich auch noch, ne? Okay. Umwerfen geht nicht. Ich muss sie erst ziehen, ne? Ne. Oh, ich komme tatsächlich da oben drauf. Ach, was. Okay. Ja. Da ist scheinbar kein Blink hier drin, ne? Sonst wäre das schon aufgetaucht. Ja. Kann ich der echt nicht mit rummachen? Ne. Scheinbar nicht. Na gut. Okay, die ziehen wir auch mal. Hm. Scheint aber auch nichts zu bringen, ne? So. Da wir ja nur wissen, dass die... Ne, 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 ne. Dass die Blinkys auch in den Büschen sein können. Hier ist... Okay. Ich glaube, das ist nicht so ganz so... Ich würde lieber versuchen, da drüben aufs Auto zu kommen. So. Wo war das denn? Hier. Da hoch. Und da hoch. Und kriegst du das hin? Äh. Ja, doch. Kriegst du hin. Okay. Ah, hier. Wir haben wieder Aufgaben zu erledigen, ne? So. Und so. Schön. Ist aufgeräumt. Okay. Da ist ein Blinky. Gib mir den Blinky. Das geht. Super. Nein, Blinky. Immerhin schon vier. Naja. 25. Das könnte aber noch eine abenteuerliche Geschichte werden. Da ist... Guck mal. Da ist noch so ein Ding. Das ist doch ein ähnliches UI wie oben auf dem... Auf dem Dingelchen. Hier ist nichts weiter. Gut. Oben auf dem Auto. Was willst du? Aufheben. Ja. Apfelmütze. Es gibt Mützen. Lieber hat man ein süßes Käppchen im Apfel als ein Wurm. Okay. Drücke. Um dein Inventar anzusehen. Okay. Da. Apfelmützchen. Das kann ich tragen. Ja. Wieso eigentlich nicht? Ach komm. Wir sind als Apfelkatze unterwegs. Warum eigentlich nicht? Kann ich dann damit noch alles machen? Ja. Wieso drücke ich immer das hier? Na. Und? Da ist eine drin. Yeah. 5. Okay. Guck mal da unten drunter. Nee. Da ist scheinbar nichts. Wo komme ich denn da oben drauf? Auf das Auto schön. Ich wüsste nur nicht wieso. Da oben. Was ist das denn? Hallo. Da möchte ich aber mal ganz dringend hin. Soweit komme ich aber noch nicht. Guck mal. Das sieht doch aus wie irgendwas. Das leuchtet so komisch rot. Das sieht irgendwie was aus, was wir öffnen können. Moment. Unter dem Auto. Meine Güte. Okay. Da habe ich mich ja hier auf was eingelassen. Können wir die aufziehen? Nein. Können wir nicht. Ich liebe es. So. Was mache ich denn mit den Humans? Irgendwas? Hier. Kaum. Nein. Gar nichts. Das lässt uns doch keiner rein. Na gut. Hier. Guck mal. Wer hat denn da seine Dose liegen lassen? Unglauben. Moment. 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 Kann ich nicht dran klettern? Aber dieses Efeu. Das ist hier ausreichend oft verpackt. Irgendwas wird das zu bedeuten haben. Ich bin sicher, irgendwas hat das zu bedeuten. Was ist das hier? Eine Wischerei. Gut. Hallo. Hallo. Was bist du? Hm. Weiß ich noch nicht. Da ist was Aufregendes dahinter. Äh. Moment. Komme ich da hoch? Lass mich das probieren. So. Aber dann komme ich von dort aus nicht wieder weg, ne? Das ist vielleicht keine so gute Idee. Wir sollten uns vielleicht erstmal an den üblichen Spielverlauf halten. Da. Da. Guckst du. So. Hier. Ich räume die auf. Kriechen. Tu's. Ja. Na. Tu's. Okay. Es ist versperrt. Oh. Tatsächlich. Du hast recht. Ha. Okay. Oh. Wasser. Ja, 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 ja. Entschuldige. 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 So. Da hoch. Und dann vielleicht. Da ist da auch noch ein Blinkie. Ne. Das muss ich vorher machen. Sorry. Oh. So. Das geht auch. Okay. Interessant. Ja. Und im Flug kann ich auch noch steuern. Interessant. Gut. Sechs Blinkies. Na. Wenn das nicht mal cool ist. Hi. Tag. Hat die da gerade ein Brötchen in der Hand gehabt? Ein Sandwich? Ich glaube schon. So. Komme ich da rüber? Oder sogar hoch? Ah. Das sieht nicht gut aus. Doch. Nein. Ja. Nein. Doch. Ah. Bisschen näher ran. Warte. So. Ne. Das funktioniert nicht, ne? Harte. Äh. Ich kann... Okay. Ich kann nicht... Da ist auch noch ein Blinkie drauf. Da ist auch noch ein Überraschungsei. Ne. Das wird nix. Komme ich von der anderen Seite da ran? Hm. Na ja. Geht so. Also nein. Und die Tür ist auch nicht offen, ne? Ne. Ach, Menno. So. Was machen wir? Da ist ja noch eine Katze. Sind wir Freunde? Katze? Sind wir Freunde? Guten Tag. Reden. Entschuldigung. Mäau. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen kannst. Ich bin der Stadtoberhaut. Wenn ich dir nicht helfen kann, kann es niemand. Gut, dass ich dich gefunden habe. Weißt du, Exzellenz, ich muss nach Hause. Und ich brauche Blinkies. Und das sind die ganzen Mülleimer. Was? Ich habe noch nicht einen einzigen Mülleimer gesehen. Wo sind die Mülleimer? Hä? Wir müssen Mülleimer suchen. Eins nach dem anderen, Liebes. Das ging alles nach Arbeit. Katzen sind nicht für Arbeit gemacht. Katzen sind für Unfug und Schnarchen gemacht. Wir sind weich, schläfrig. Manchmal etwas laulisch. Manchmal werfen wir Dinge auf den Boden. Ja, ja, ja. Aber dein Enthusiasmus macht mich müde. Ein müdes Stadtoberhaut kann niemandem helfen. Ich wollte nie. Mäau. Es ist ein Symbol dafür, dass der Mensch keine Angst mehr vor Katzen hat. Sie stellen ihre Glasgefäße in die Regale und erwarten, dass sie dort bleiben. So, was kann es nicht? Nein, das geht so nicht weiter. Das ergibt wohl Sinn. Aber wenn du entfernen sagst, meinst du... Ja, stoßen, schieben, zirren, deppern, miau. Das Splitter der Gläser wird ein Schlaflied für mich sein. Und dann hilfst du mir? Das Stadtoberhaut kann dich bei dem Lärmen der symbolischen Lade nicht hören. Mit anderen Worten tut es nicht. Hilf dem Stadtoberhaut beim Einschlafen. Na, klasse. Ja, sehr gerne. Okay. Das ist die Ladenbesitzerin. Sieht so aus, ne? Hallo. Können wir kuscheln? Hallo. Oh. Hineinspringen? Warum? Aber in die Kiste! Das ist... Okay. Macht es dir in fünf Packkartons befeben. Auch das noch. Okay. So. Jetzt aber raus hier. Hallo. Können wir kuscheln? No. Wir können nicht kuscheln. Warum kann ich sie nicht anixen? Moment. Okay. Lass mal gucken. Da oben haben wir eine Mammelade. Da haben wir eine Mammelade. Und da haben wir eine Mammelade. Und sie läuft hier die ganze Zeit rum und findet das bestimmt gar nicht lustig, wenn wir das tun, ne? Wie? Da ist eine Schere. Wie? Äh. Da oben hin. Nein. Ach. Okay. Timing. Aufheben. Oh. Ja, das kenne ich irgendwoher. Ja. Hui. Na. Tut's. Sehr gut. Ein bisschen verzögert. Oh. Das war jetzt ungünstig. Wie konnte das passieren? Oh. Sie findet das nicht lustig. Sie möchte mich nicht hier haben. Oh. Upsi. Ja. Sie ist kaputt gegangen. Okay. Wie komme ich auf die da drauf? Wo ist die Kleine? Da ist sie. Oh. Oh. Das tut mir... Das ist mir aber sehr unangenehm. Sie geht weg und macht das jetzt sauber? Ja. Sie macht das jetzt sauber. Okay. Ich sollte nicht in ihre Nähe kommen, ne? Kommen wir so lange dahin? Weiß ich nicht. Hm. Hallo. Hm. Moment. Ich kann hier nicht runterspringen. Das ist ungünstig. Was ist denn hier? Da sind nur noch mehr Kisten. Da kann ich jetzt wieder hinspringen. Aha. Oh. Warte. Da geht's ja auch noch weiter. Ja. Ja. Ich kümmere mich gleich um die Klimaanlage. Klimaanlage. Uh. Oh. Was ist denn jetzt? Was hast du denn? Ach. Du magst keine Gurken. Ach. Okay. Höh. So. Hui. Nein. Nicht Hui. Das gibt's doch nicht. Hallo? Aufheben. Tada. Oh. Ja. Eine Bananenmütze. Falls ich mal einen Bananensplit machen will. Äh. Klar. Nee. Das machen wir jetzt aber nicht. Ha. Nee. Nee, nee, nee. Der Apfel ist schon schlimm genug. Ne. Ne. Okay, so geht das. Moment mal. Da komm ich doch hoch, ne? Ich weiß nicht. Lass mich voll ablenken. Okay. So. Okay. Oh. Warte. Warte. Krieg ich hin? Ne. So. Okay. So käme ich hin. Nee. Das sieht irgendwie questmäßig aus oder so, ne? Ha. Ich mein, ich wollte sagen. Hm. Da hin. Ja. Das ist eine Quest, ne? Und. Da geht's noch höher. Alter. Ah. Knapp. Doch, hat funktioniert. Okay. Da oben hin. Äh. Da hätte ich auch näher rangehen können. Hier. Da haben wir noch was. Weg. Aus. Ah. So viel zum Thema. Wir kommen nicht hoch. So viel zum Thema. Wir können nicht fliegen und so, ne? Ich probier's mal da drüben. Aha. Macht das irgendwas hier? Hm. Außer heiße Luft nichts. Ähm. Da ist noch einer. Ein Blinky. Hier. Irgendwas sagt mir aber, das brauchen wir noch nicht hier. Ähm. Ne. Äh. So. Ich sollte mich erstmal um die Marmeladengläser kümmern, ne? Das wäre vielleicht besser. Guck mal, da gehen wir auch noch runter. Ich bin da. Okay. Ich fahre es nämlich schon. Alles klar. Es gibt so viel zu entdecken. Komm ich da hinten auch drauf? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nein, nein, nein. Ich mach erstmal das hier. Oh. Ich komm da drauf. Schade. Und da geht's noch höher. Äh. Warte, warte, warte. Uh. 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 Da oben komm ich auch hoch. Und dann hier hoch. Ach, wie krass. Und dann vielleicht da oben rüber. Geht das? Äh. Das passt nicht. Okay. Wie bringe ich das nochmal ab? Geht nicht. Äh. Ist da denn irgendwie was Wildes drauf? Weiß ich nicht. Okay. Wir gehen erstmal runter. Uh. 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 Okay. 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 Nee. Alles cool. Jetzt hast du keine Angst mehr vor der Kurkuma. Boah. Hm. So. Hallo. Ich bin wieder da. Na. Hier wollte ich eigentlich hoch, ne? Das war eigentlich unser Ziel. Moment. Hat die Guteste umgeräumt? Ha. Zack. Oh nein. Es ist da drauf gelandet. Oh nein. Hi. Na. Die rennt da immer rum, ne? Kann sie uns wohl auch von der anderen Seite aus greifen? Höh. So. Das hast du jetzt davon. Hui. So. Yes. Hilft dem Stadt... Oh, 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 oh. Oh, die ist auch richtig stinkig, ne? Geh weg. Ich hab kein Business zu tun. Perfekt. Der Stadtobererhaupt kann jetzt... Ähm, bevor du das tust, Excellenz hast du gesagt, du könntest helfen. Ja, ja. Der Stadtobererhaupt wird dir jetzt wertvolle Hilfe leisten. Oh, das ist aber nett. Hm, weil du mir geholfen hast, lehre ich dich, wie man offiziell auf Marmelladengläser rät. Was, nein, wieso das denn? Moment, was? Oh. Was? Oh, was war das denn eben? Ohne alles sonst, das schrecklich ist. Voilà. Was ist das denn? Igitt, das ist mein Igittgesicht. Igitt, du kannst jederzeit einen missfallenden Grund tun, indem du Y drückt hältst. Das war nicht gerade das, was, äh, ja, das Stadtoberhaut hat, sei deine Dankbarkeit nicht nötig, Liebes. Oh, Entschuldigung. Ja, klar, danke, denke ich. Oder nicht danke. Jetzt muss ich das Stadtoberhaut ausruhen. So schläflich, so unfähig weiterzuhelfen. Aber, ja. Okay. Okay, also gut. Ich kann mauzen. Aber, Moment, mit Y? Ich kann nur mauzen. Na? Oh. Ah, und jetzt. Ah. Ich sitze, Igitt. Okay, lange gehalt. Gut, rückhalten. Ich bin voller Gefühle. Das Gesicht, das Katzen machen, wenn sie irgendwo. Okay. So, mal gucken, was gibt's da noch? Ich sitze, das haben wir schon, das haben wir schon geschafft. Das kann ich ziemlich gut. Kurz mal hinlegen. Ah, scheint hier keine Option zu sein. Doch, ist eine Option. Okay, ich liege. Cool. Das war schön, aber jetzt geht's weiter. So, was haben wir hier noch? Sir? Hallo, Sir? Hallo? Ich verlange nach Beachtung. Hallo? Ähm. Moment, da sind wir schon gewesen. Das ist nix. Hier ist... Was sind das? Möhrchen? Einfach nur Gemüse. Wer hat sich die Mühe gemacht, das hier alles anzumalen? Maul. Ich bin... Warte, 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 warte. Was? Wieso streichelt's da? Ich will nicht gestreichelt werden. Hä? Moment, was ist denn streichelt's da? Lass dich zehnmal streicheln. Oh. Das ist... Okay. Okay. Dann... Hi. Oh, das tut mir leid. Ups. Oh. Das... Die ist... Nee, die ist nicht so... Hi. 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 Hm. Hi. Der reagiert gar nicht. Frechheit. Ähm. Okay. Was ist das hier? Das ist gar nichts. Ziehen. Ziehen deutet darauf hin, dass da irgendwas dahinter ist, ne? So. Da ist aber gar nichts dahinter. Warum hab ich das also gebraucht? Wir arbeiten noch an den Sachen... Genau. Genau. Da war nämlich. So. Ciao. Hier liegt so viel Müll rum. Ich würde tatsächlich gerne mal einen Mülleimer finden. Hier ist nix. Da ist ein Mülleimer. Da ist ein Mülleimer, Leute. Da ist ein Mülleimer. Oh, warte. Das ist eine gute Idee. Was? Das war ein reines Versehen. Ehrlich. Hier. X. Nein. X macht doch... Hallo? Das ist doch ein Mülleimer, oder? So. Ja, genau. Oh, und da gibt es Blinkys für... Das ist mein Blinky. Geh weg. So. Oh. Oh, schön. Ja gut. Wenn das so ist... Hier lag so viel Müll rum. Der ist beräumt die ganze Stadt auch. Hör mal. Wenn es dafür Kohle gibt... Ach, und hier muss ich auch noch ziehen. So viel zu tun. Nein. Wieso kriege ich das mit dem X nicht hin? Siehste? Nämlich. Ich wünschte, ich könnte die umdrehen. Das wäre cool. Aber das geht nicht, wie es scheint. Nö. Ich kann sie nur ziehen. Und hab natürlich dann irgendwann auch bestimmt vergessen, wie das geht. Ne? So, jetzt. Also, hab irgendwann vergessen, welche ich schon umge... Umgezogen habe. Gibt's ja nicht. Ich hab eine leichte X- und A-Schwäche. Jetzt kann ich's ja sagen. Da oben scheint's auch noch irgendwo hinzugehen, ne? Ich möchte mich um Apfel kümmern. Hier ist nichts. Ich hab da eben so viel Apfel gesehen. Ach so. Hier. 10. Jawoll. Es wäre der Blinky. Wieso liegen die hier überall rum? 13. Wie viel brauche ich denn nochmal? 25, ne? Da möchte ich lieber nicht ran. Vögel! Okay. Vögel. Da geht es auch noch rein. Ach, Fußball. 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 Da muss ja auch ein Tor in der Nähe sein, ne? Juhu. Hm. Okay. Das bringt offenbar nichts. Äh. Da geht's ganz sicher nicht hin. Kann ich da hineinspringen? In den Mülleimer? Das hat wohl nicht so gut geklappt, ne? Also drausspringen ist super, aber reinspringen geht irgendwie nicht. Kann ich den irgendwie öffnen oder so? Ne. Hm. Na gut. Also, wo ist der... Wo ist der... Da ist er nicht... Da ist das Tor. Alles klar. Das mach ich nochmal eben. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Sie haben einen Ball gefunden. Okay. Ne. Na. Das wird natürlich jetzt komisch, wegen der... Dass er mir nicht an meinen Ball tretet. Das wird natürlich jetzt komisch, wegen der Pfütze, ne? Hat der Vogel da gerade hingemacht? Ich glaub's ja wohl nicht. Okay. So. Ne. Ist gar nicht so einfach. Er hätte das gedacht. Hallo. Wo läufst du gerade durch die Pfütze? Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. So. Okay. Super. Oh nein. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Madame. Mach mal was mit dem Fußball. Die läuft da einfach dran vorbei. Die Ollo... Ah. Na. Habe ich mich für dich hart. Meine Güte. Hey. Leute. Könnt ihr mal was mit dem... No. Okay. Oh nein. Mach irgendwas mit dem Ball. Das kann ich auch fehlen. Mach irgendwas mit dem Ball. Ach verdammt. Ah. Ja. Hi. Ich kann die alle zum Stolpern bringen. Oh. Die machen eigentlich nichts mit dem Ball. Warum machen die nichts mit dem Ball? Und die Vögel mögen das Zeug, aber da wird's nichts. Ich sollte mal da aus dem Weg gehen. So. Hier. Wer bist du denn? Ein neues Gesicht bist du hier, um die Vögel zu sehen. Ich war noch nie so nahe wie ihn dran. Nicht ohne eine Scheibe dazwischen. Ah. Eine Hauskatze. Das erklärt es. Kann ich noch näher an sie heran? Ja. Kannst du. Die kannst du sie erhalten. Die Kunst besteht darin, sich an sie heranzuschleichen, ohne sie zu verstecken. Mit LB. Okay. Und? Und was? Dann? Spring zu. Ah. Okay. Okay. Das kam überraschend. Das sind die besten Sprünge immer, Kleines. Aber sehr vorsichtig vor einer kleinen Katze. Nehmen Sie sich sicher in Acht. Aber es gibt ja noch die Brotstrategie. Ah. Dafür brauchen wir das Brot. Okay. Die Brotstrategie? Die Brotstrategie. Sie funktioniert folgendermaßen. Erstens Brot erlangen. Zweitens die Vögel mit dem Brot köhlen. Drittens. Spring. Okay. Okay. Ich hab's verstanden. Brot plus Vögel gleich fangen. Ah. Hast du etwas Brot, das ich mir ausleihen kann? Leider nicht. Brot kommt von Menschen, nicht von Katzen. Sie haben es in ihren Taschen, ihren Aktenkoffern und sogar in ihren geballten Händen. Gehört es dadurch ihnen? Naja, vorübergehend schon. Aber es könnte dir gehören, wenn du die Kunst des Fußsträufens wernst. Die Kunst des... Ja. Strahlt für einfach ihre Füße, wenn sie an dir beim vorbeigehen. Beim Stolpern lassen sie das Brot fangen. Vielen Dank für deinen Ratschlag. Okay. Fange ein Vogel. Ja. Sehr gerne. Da gibt es viele Vogel. Vögel. Aber ich würde gerne erstmal das hier kennen. Oh. Das hat jemand freundlicherweise hier hingedings... Dings sieht. Und da ist noch mehr Müll. Und da hinten ist ein Mülleimer. Ausgezeichnet. Na. Ja, ja. Mach ich sofort. Erstmal das hier. Eins nach dem anderen. Warte. Äh. Falsche Richtung. Nein. Oh. Warte, 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 warte. Ich krieg's hin. So. Und dann... Alter. So. Tor. Zwei von vier. Na, siehste. Und das hier machen wir auch noch, ne? Na, warte mal aufheben. Und darin. Ja. Und aufheben. Und darin. So. Wie viel habe ich inzwischen? 15. Das reicht noch nicht, ne? Oh, hier. Da ist noch mehr. Noch mehr Müll. Zack. So. Aufheben. Wir werden die ganze Stadt in Ordnung bringen. Ich sag's euch. So. Jawohl. Und da hinten ist auch noch einer. Ja. Aufheben. Und... Rein. So. Alles klar. Gut. Haben wir. Ist hier noch mehr? Zeig's. Da war doch eben gerade jemand. Nein. Hier ist nichts. Doch da. Guck da. Guck da. 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 Wir räumen hier auf. Ich sag's euch. So. Da. Und. Ablegen. Äh. Ja. Nein. Was? Reinlegen. So. Ja, genau. So nehm ich. Okay. Meins. 18. Naja. Das sieht doch schon ganz gut aus. So. Jetzt sagst du, soll ich ein Stück Brot besorgen? Da sind Vöglis. Der Human hat nur... Warte mal. Beides drücken? Ne. Beide? Lass mal gucken. Ich hab das doch schon hingekriegt. Okay. Das funktioniert. Ja. Mit den Telefonen kann ich aber... Nichts an Fragzeichen. Müssten wir jetzt nicht hier schon... Da ist noch ein Müll. Ha. Ne. Juhu. Du hast... Oh ja. Miau. Okay. Auf. Äh. Ui. 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 Warte laufen. 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 Okay. Lass mich das mal üben. Ich mach das mal direkt hier auf dem Platz. Ne. Weil keine Humans. So. Fallen lassen. Ne. Fallen lassen. Also. Randschla... Ne. Randschleichen. Geht nicht. Randschleichen. Und springen. Wiii. Wiii. Wow. Cool. Und jetzt... Oh. Fang ein Vogel. Oh. Und dafür gibt's die Federn. Die hab ich schon gesehen. Ja. Da ist noch einer. Geht das auch wieder Brot? Hm. Und springen. Wiii. Diese Animation dazu. Oh meine Güte. Oh nein. Verpasst. Oh nein. Hör da. Warte. Jetzt. Pass auf. Wiii. 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 Habe einen. Yes. Okay. Gut. Noch eine Feder ausgezeichnet. Und hier haben das Boot noch nicht mehr alle. Aber guck mal. Die Kicken hier. Die Rolle ist voll. Das geht ja gar nicht an. Okay. Hey. Ich hab eine. Ich hab's geschafft. Yeah. Du bist schneller als du ausschließt. Danke. Schätz. Ich. Ich schätze, dass du ihn freigelassen hast. In dieser Gegend, klar sind wir immer frei, was wir fahren. Was hätte ich sonst auch damit machen sollen? Ja. Eben. Übrigens, behalte ruhig die Feder. Ich habe gehört, dass manche Tiere sie sammeln. Bist du sicher, dass die Vögel damit einverstanden sind? Ach, weißt du was? Die Frage hat sich mir noch nie gestellt. Aber nach dem Gespräche bist du sicher etwas angespannt. Versuch diese Entspannungstechnik. Ah. Recken und Strecken. Ja, ja, ja. Du kannst die Anwendung in dem wir übelst werden. Okay, danke. Wir sehen uns, Kleines. Okay. Lass mich das mal ausprobieren. Warte mal. So. Recken und Strecken. Ja. Oh. Ja. Big Stretch. Ja, 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 ja. Ach. Sehr gut. Wunderbar. Ja, gefällt mir gut. Mhm. So. Was macht? Da oben blinkt was. Da oben möchte ich hin. Da oben möchte ich hier hin. So. Waa. Okay. Tralalalala. Ja. Als ob es da eine Frage gäbe. Natürlich möchte ich es aufheben. Äh, okay. Habe ich denn hier noch mehr? Rums. Ich müsste mich doch auch noch streicheln lassen, ne? Ihr streichelt bestimmt nicht. Miauf. Ja. Du hast, hast du gerade ein Foto von mir gemacht? Zum Ansehen. Bist du, was? Lass dich 20 mal fotografieren. Ey. Was für ein Fiesling. Erst ungefragt ein Selfie, ein Foto machen und dann das. Miauf. 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 Schmusen. Komm, lass mich nicht schmusen. Oh, möchten sie nicht. Okay. Möchtest du schmusen? Komm, ich bin eine arme kleine Katze. Schmusen. Lass uns schmusen. Na gut, dann nicht. Okay, schmusen ist doof. So. Okay. Was haben wir denn hier noch? Da sind noch mehr Vögel. Wie viele soll ich versammeln? Da hinten. Ja, genau. Hier sind wir wieder beim Auto. Okay. Ähm. Gut. Wo gehen wir als nächstes hin? Der Vogel hätte mich beinahe angekackt. Ich glaube, es geht los. Wo gehen wir als nächstes hin? Das hier haben wir schon gesehen. Hier. Noch mehr Müll sammeln. Jawohl. Warte mal, war da vorne nicht noch ein Möller? Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt sind wir hier. So. Zack. Wie viel habe ich? 20. Fünf fehlen noch. Ach, Menno. So. Geht das eigentlich auch ohne Brot? Hm. Was ist denn da oben? Ist das was? Guck mal, das Rote da. Nee, das ist nix, ne? Okay. Lass mal gucken. Nee. Okay. Halt. Hier geht es doch noch lang. Was ist denn hier? Was haben wir hier? Na? Ja. Hier ist nix. Aber da scheint es nach oben zu gehen, ne? Zeig mal deinen Hintern. Hui. So. Okay. Okay. Da drüben ist eins. Ja, 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 ja. Sehr gut. Warte. So. Und dann so. Ja. Na, gib her. Da ist noch einer oben drauf. Was ist das denn da? Ist das da ein eingekleppter Dachs? Hm. Ich versuch's jetzt mal da oben. Halt. Oh, nein. Moment. Das gibt's ja nicht. Wieso komm ich nicht da hoch? Ja, komm, du schaffst es. Jetzt. Ja. Okay. X. 22. Hey. Dachsi. Ich komm hier doch zurück, ne? Ja, durch den Rohr wird das mal gehen. Ist da eigentlich was drin? Was ist denn los da? Hallo? Dachs? Gleich. Hab ich's. Was denn? Nur noch ein Stück. Ah, ja. Und jetzt? Raus hier. Ist alles klar? Oh, oh. Alles okay da drin. Äh, bis vor einem Moment, ja. Es war so leicht reinzukommen. Deshalb dachte ich, dass ich auch einfach wieder rauskäme. Hm, soll ich dir vielleicht helfen? Lass mich nochmal selbst versuchen. Ähm, nee. Oh, meine Güte. Cat Action. Hat nicht funktioniert, ne? Ja, jetzt kannst du mir helfen, bitte. Wenn ich von dir drinnen drücke, kannst du mich dann ziehen? Ähm, okay. Rette. Hm. Aus dem Rohr. Wir könnten ja erstmal vorne reingucken. Da ist eine Schere. Da können wir gar nicht reingucken. Ach was. Alle anderen sind, äh... Ist das eigentlich zähltes Auer? Malzmüll? Hm. Okay. Also gut. Ziehen. Bäh. Ja. Rette. Hm, aus dem Rohr. Reden. Hi. Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Was hast du denn da drin gemacht? Ich habe noch Federn für meine neue Erfindung gesucht. Äh, und habe etwas in dem Rohr Vogeln sehen und so. Ich nahm an, dass ich um eine berühmte... Was? Gecko? Geschenk...Gedenkmedaille in der Seitenverkehrten Sammler... Äh, äh, äh... Boah, du liebe Zeit. Weil du musst... Und naja, ich gehe hinein. Die... Was? Die berühmte Gecko-Gedenkmedaille. Hm, in der Seitenverkehrten Sammler-Edition. Oh, okay. Und was wolltest du mit diesem Seitenverweisen-Gecko-Dingsbums? Äh, das sind die Medaillen mit einem seltsamen, auf dem Kopf stehenden Prägefehler der Gecko, die wie ein komisches Seerohäuer aussehen lässt. Das radioaktiver Strahlung ausgesetzt sind anstand einer Großgecko. Der Radiotip... Ach, die wille Zeit. Die Dinger sind halt vermögenwert. Aber es stellt sich heraus, dass es ein normales Blinky war und dann steckt dich fest. Ah, willst du es haben? Ja, bitte. Hier. Oh, danke sehr. Dankeschön. Okay. Hattest du gesagt, dass du eine Erfinderin bist? Ja, also irgendwie schon. Ich bin eine magische Ingenieurin, halb Hexer, halb Erfinderin, halb Wissenschaftlerin. Das sind aber, okay. Drei Hälften. Ja, naja, eine von ihnen liebt in der magischen Dimension. Sie? Naja, ich also kann quadratische Gleichungen in ihrem in meinem Kopf rechnen. Wobei letzteres wirklich ganz schön unverschämt ist. Ich bin eindeutig ein Tunuki-Kunkern-Waschbär. Oh. Was ist denn ein Waschbär? Eine Art Bärenfuchs mit einem langen, gestreiften Schwanz. Manche behaupten, es sähe ja aus wie ein Nanuki, aber das finde ich gar nicht. Woran arbeitest du denn gerade? Ah, das ist ziemlich aufregend. Deshalb brauche ich ja die, ähm, also, Moment. Riechst du nicht auch Federn? Äh, vielleicht hast du auch Migräne. Oder einen Schlaganfall. Hm. Du hast eben Federn bei dir. Ich weiß das. Weiß der Himmel, wo du sie aufbewahrst? Äh, die hier? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich brauche drei Federn. Hast du drei? Noch nicht. Ich habe jetzt zwei, ne? Mist. Okay, sag mal Bescheid, wenn du drei hast. Dann können wir jetzt dir zeigen, wie ich mit Hilfe die Raumzeit krümme. Was? Die Raumzeit und erneut einen bunt gemalten Ding. Jetzt sind ja, okay. Ja, gut. Also, wenn ich drei habe. Na, schön. Ich nehme mal einen Controller. Ist das, ist das, zählt das auch als Müll? Ich versuche mal, das zu behandeln als Müll. Na, hier durch. Ja, ist denn hier noch was? Ja, hier ist gar nichts, ne? Halt, da oben doch. Nein. Da haben wir alles eingesammelt, ne? Glaube ich. So, da ist noch ein Vogel. Vogel. Äh. Was? Nee, nee, nee. Nee. Was? Hä? Laufen. Okay, ist das, zählt das wie Müll? Das zählt übrigens nicht wie Müll. Na gut. Okay. Dann können wir es auch hier liegen lassen. So, vielleicht könnte es auch noch jemand brauchen. Ich brauche drei. Warte. Drei Fehler. Drei Fehler. Hui. Oh. Das war nicht gut genug. Ich brauche wirklich Brot, ne? Sonst geht es gar nicht. Okay. Menschen. Hallo, hast du Brot dabei? Katsching. So. Du hast kein Brot dabei. Okay. Hast du Brot dabei? Nee, du hast nur ein dures Telefon. Hallo, hast du Brot dabei? Juhu. Hui. Oh, ich kann glatt durch sie durchspringen. Hui. Auch nicht. Hey. Äh, auch nicht. Na gut. Ich brauche jemanden mit Brot. Hier sind wir schon gewesen, ne? Ja, sind wir. Okay. Ich hätte es gern mit der Raumzeit gelöst. Hallo? Vogel? Bist du immer noch sauer? Bist du, ne? Okay. Hallo? Rums. Du hast aber nur ein Telefon dabei. Hm. Hallo? Oh. Die sind zu schnell. Die Geschäftsleute sind hier ziemlich schnell, auch wenn sie in einem Kreis drehen. Hallo? Schmusen. Wieso drücke ich nicht schnell genug Schmusen? Komm, lass mich dich anschmusen. Okay. Das nehmen wir mit. Uh. Zählt das auch als Brot? Ist das okay? Ähm. Er ist nicht mehr hinter mir her. Gut. So. Da nicht. Ich mache das wieder im Safe Space, ne? So. Da ist ja, uh. So. Hier. Oh. Fallen lassen. Und jetzt? Vögli. Vöglis. Na? Vöglis. Das ist ein Donut. Das zählt garantiert auch als Brot. Was hast du da? Hui. Hui. Na? Hm. Es zählt als Brot. Okay. Jetzt. Da sind drei Vögel. Drei auf einen Streich. Tui. Und. Und. Trämpf vorbei. Nein. Einen habe ich. Ha. Yay. Okay. Alles klar. Gut. Wir haben die dritte Feder. Na gut. Dann gehe ich mal zu ihm hin. Warte mal. Wo war er? Hier drüben, ne? Äh. So. Da durch. Da durch. Da durch. Hier durch. Da durch. Ne. Warte. Hier durch. So. Hier. Wie aufregend. Gib sie mir. Gib sie mir. Gib sie mir. Oh. Wo sind meine Manieren? Bitte gib sie mir. Na klar. Ich möchte es erst mal. Nö. Kriegst du ganz zu kriegen. Besorge drei Federn für Tanuki. Na gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt möchtest du eine coole Erfindung sehen, die die Raumzeit krümmt? Klar. Bestaunen die Magie der magischen Ingenieurskunst. Äh. Was? Oh. Oh. Tolles Portal. Was? Rate mal, wohin es führt. Äh. In die Kanalisation. Nicht mehr. Diese geraden Wirbeln leuchten sind nicht bloß Kanalisationsdämpfe. Es ist Magie. Und das bedeutet, dass es Teil des Petworks ist. Was? Meinst du ein Netzwerk? Nein, ich nicht. Es ist ein Netzwerk, aber es ist nur für dich. Also für Haustiere. Wo führt es denn hin? Naja, es ist nur ein Beweis, dass es funktioniert. Also führt es eigentlich nur darüber. Worüber? Äh. Okay. Aber es führt dann diesen Zaun vorbei. Da solltest du deine Bewohnerung nicht zurückhalten. Spring ein. Äh. Ist das eine gute Idee? X. Okay. Unglaublich. Gib mir Bescheid, ob es funktioniert. Was? Was passiert hier? Was passiert? Oh nein. Gib mir Bescheid, ob es funktioniert. Ja, ist gut. Moment. Was? Äh. Oh, meine Güte. Und? Und? Tada. Was jetzt? Nein. Ich habe tada gesagt. Ist das mein Stichwort? Hey, wo bist du? Äh. Naja, es ist völlig dunkel und riecht aufregend. Hört sich das nach einem Ort an? Völlig dunkel? Oh je. Schau mal in meinem Feedback-Fragebogen nach. Nein. Alter. Was? Hm. Ah, okay. Mal sehen. Äh. Frage 1. Ist die Versuchsperson im Besitz ein eigener Augäpfel? Hä? Oh, was habe ich mich da eingelassen? Warum sollte ich keine eigene Versuchsperson? Hast du noch gar nicht getestet? Hm. Hey. Wir machen das erste Mal einen Fragebogen. War das ein Ja oder ein Nein bei den Augäpfeln? Ja. Ah, hervorragend. Frage 2. Ist die Versuchsperson im Besitz aller erforderlichen Gliedmaßen? Entschuldigung. Musst du niesen. Alle erforderlichen Gliedmaßen? Gibt es nicht erforderliche Gliedmaßen? Das ist wieder dieses Versuchsperson-Wort. Hm. Mir scheint, die Versuchsperson wird langsam unkooperativ. Warum bewegst du dich nicht etwas so? Wir sehen, ob die Frage nach dem Gliedmaß beantwortet. Okay. Äh. Okay. Ah, ich bin in der Mülltonne gelandet. Okay. Hey. Da bin ich. Juhu. Äh. Wo bin ich? Uh. Du bist im Mülleimer gelandet. Warum hast du das nicht früher gesagt? Im Mülleimer? Deshalb war der Große vertraut. Äh. Gehen. Das ist sehr aufregend. Das bedeutet, dass das Petwork funktioniert. Ich muss nur durch das Ankündigungssystem ein bisschen verfallen. Wenn du damit fertig bist, steige ich ein und komme zurück. Zurückkommen? Zurückkommen. Verstehst du? Die Rückreise. Die Rück... Was? Der Teil, bei dem ich zum ersten Portal zurückkehre, Tannouki. Faszinierend. Ja, ich verstehe, weshalb das nützlich sein kann. Vor allen Dingen, wo du jetzt auf der anderen Seite eines unüberwindbaren Zaun bist und so. Oh. Na gut, ich mache mich an die Arbeit für dieses Rückreise-Ding. So kann sich etwas umschauen. Was glaubst du, wie lange es dauern wird? Meiner Erfahrung nach gibt es weniger Beschwerden, wenn ich keine Fristen vereinbare. Witzbold. Ich melde mich, wenn die Verwässerungen an der einen... Äh, also die Laborhilfe erfordern. Tschüss. Und... Boah. Ja, super. Ja. Spitze. Okay, wir sehen uns um. Na schön. Hier ist ganz viel nix. Da drüben ein Blinky. Ja. Ein Blinky. Okay. 24. Ach, guck mal. Okay. War das so... Ist da oben drauf eins? Ne. Wir sind gar nicht... Oh. Wir sind auf dieser Seite. Okay. Vogel. Das wird nix, ne? Hui. Krasse Animation. Und... Ja. Ganzen Reflexe. Super. Okay. Dankeschön. Danke, danke, danke fürs Stylen. Katzenreflexe. Was ist das denn? Fange einen fliegenden Vogel. Oh, der Zappel. Ah, okay. Was haben wir noch? Fußballtor. Hunde. Darum muss ich mich kümmern. Dicke Katze. Was? Moment. Äh, aber ich darf die schon zwischendurch ausgeben, ne? Bringe 20 Menschen ins Stolpern. Uh, das kriegen wir hin. Sammle alle Mützen. Äh. Naja, gut. Lerne alle Tiere kennen. Alles klar. So, wo sind wir denn hier? Ähm. Da ist eine Baustelle. Hier ist ein Hund. Ja, das hat, ja. Okay, hat geklappt. So. Da komm ich rüber. Bringt aber nichts, ne? Nein. Okay. Ähm, okay. Weißt du was? Lass uns mal erstmal auf die Baustelle gehen. Guten Tag. Da gibt's eine Mütze. Und da gibt's so ein Ding. Und. Da gibt's Vögel, die wieder. Was ist das denn da? Mauerkeller. Okay. Ähm. Hier komm ich noch nicht hoch. Oh. Der. Aua. Oh. Aua. Das war keine gute Idee. Äh. Er möchte wohl keine Katzenpfoten abdrücken. Ähm. Hausverbot. Frechheit. Dass das eine. Ein Achievement ist. Oh. Okay. Ich hau ja ab. Ja, ja, ja. Geh weg. Hm. Na gut. Da komm ich nicht rüber, ne? Nein. Reicht nicht. Okay. Reicht nicht. Äh. Weg. 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 Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, so. Komme ich hier irgendwie lang? Ich komme hier lang. Da kann ich lang laufen. Das ist super. Hier geht's hoch. Ausgezeichnet. Oh. Warte. So. Okay. Nur, dass du Bescheid weißt. Da ist ja ein... Wer bist du denn? Oh nein. Oh nein. Bzzz. Das ist eine Biene? Wespe? Was ist das für ein Vieh? Geht's dir gut? Sehe ich so aus? Es ging mir gut. Ach, tut mir echt leid. Ich wollte nicht so ausrasten. Ist schon okay. Ist etwas passiert? Ah, ich habe einen großen Fehler gemacht. Groß, riesig, riesig, groß. Oh lol. Äh. Würdest du helfen, darüber zu reden? Ja. Vielleicht. Da erscheint mir viel zu groß, als dass mir so ein kleines Kätzchen helfen könnte. Ich meine, was Fehler angeht, ist das sogar noch größer als der große Hashtag? Was? Shadow Ban Katastrophe von 2021? Die... Was? Wie? von Wern? Denn wie soll ich ohne ein funktionierendes Handy in effektives Social Media Taffy Takeover betreiben? Was ist ein Handy? Das ist dieses Ding neben mir. Ach da. Das ist aber ziemlich zugesaut. Das ist das Ding neben mir. Ja. Oh, Mensch. Mein Mensch hat auch so eins. Aber es ist nicht ganz so klebrig. Das ist meins in der Regel auch nicht. Aber ich habe es dann auf so nassen Beton verlassen. Was bedeutet lol? Oh, das bedeutet einfach laut lachen. Laughing out loud. Aber du hast doch gar nicht gedacht. Du warst traurig und so. Ja, aber wenn ich traurig bin und lol sage, merkt niemand, dass ich traurig bin. Das war zumindest der Plan. Lol. Okay, verstehe. Lol. Ja, oder? Und du bist sauer, weil du das Handy-Dings falsch fallen lassen. Ja, ich brauche es für die Arbeit. Taffy? Wer oder was ist ein Taffy? Wird mich ganz sicher feuern, wenn ich es nicht repariere. Weil, genau. Wer ist Taffy? Sie ist, naja, sie ist sozusagen ein Boss. Oder sie wäre es, wenn sie mich bezahlen würde. Oh. Sie ist eine Krone, ein Phänomen, ein Albtraum. Ich glaube, die Pelzwoche nannte sie die flauschigste Meridärin im Internet. Ein flauschiger Albtraum. Moment. Ist Taffy eine Katze? Ja, Taffy ist die Katze. Lol. Das da oben ist sie. Ach, da oben. Das ist Taffy. Ach, krass. Okay. Oh, wir werden jetzt noch... Okay, gut. Oh, ich kenne sie. Ich sehe immer im Handy-Dingsbombs von meinen Menschen. Sie hat das coolste aus. Und die besten... Achso, das spricht ja eher. Sie. Die besten Ausfits und das flauschigste Fell. Die Outfits suche ich aus. Und in Style ist... Ich style ihr Fell. Ich suche hier gerade nach Inspiration. Weil es mir das Handy herunterfiel. Oh. Kein Handy bedeutet kein Internet. Und kein Internet bedeutet kein neuer Taffy-Content für ihre Fans. Oh. Das ist ja furchtbar. Wir müssen das in Ordnung bringen. Lass mich nachdenken. Bist du fertig? Ich weiß. Ich besorge dir ein neues Handy. Kannst du das? Ich denke schon. Die Menschen haben alle mindestens ein Handy-Dingsbombs. Also leiden wir uns als kleines... Sie lieben Taffy. Also werden Sie gerne helfen. Warte hier, Beetle. Ich bin gleich mit meinem Handy zurück. Lol. L-M-A-U. Danke. Äh. Okay. Ersetze Beetle-Z... Gut. Das kriege ich hin. Ja. Das haben wir schon mal gemacht. So. Was ist denn hier? Hehe. Upsi. Halt... Ne. Da möchte ich jetzt mal noch nicht runtergeben. Ja. Alles runterschmeißen. Falsche Taste, ne? So nehme ich. So. Komme ich bis da hinten rüber? Das wäre... Käme mir sehr gelegen. Aber erst wenn der Typ da weg ist. Warte mal. So. Ich gehe mal näher an den Rand. Oh. Okay. Okay. Das funktioniert überhaupt nicht. Mist. Muss ich doch erst von unten da rankommen? Na gut. So. Hier. X, 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 X. Ich bin reich. Ich bin reich. Muss ich doch hier lang gehen? Warte mal. So. Und dann komme ich... Ich komme da noch gar nicht bis da oben hin. Jetzt schmeißt er mich gleich wieder raus, ne? Uuh. Er hat mich nicht gesehen. Ich bin ganz sneaky. Die Wand runtergerutscht. Da komme ich nicht hin. Wie geht das? Muss ich hier irgendwie eine Brücke bauen oder so? Und wenn ja, wie? Irgendwas scheint da ja noch zu sein, ne? Guck mal da drüben. Halt, was ist das? Ach, hier kann ich durchkriechen. Ja, nee, noch nicht. Lass es mich doch einmal versuchen. Oh, oh, warte. Er ist misstrauisch. Jetzt nicht mehr. Okay, kann ich mit dem Seil irgendwas anfangen? Nee, schau mal nicht. Damit auch nicht. Hm, okay. Dann weiß ich jetzt nicht, wie das gehen soll. So, hier, guck mal. Okay, gut, besorgen wir mal ein Telefon. Da ist nichts drin, ne? Nee. Also, ein Telefon. Dafür brauchen wir Humans. Dazu müsste ich da erstmal rauskommen. Hast du eine Lösung gefunden? Danke für deinen Beitrag zur Wissenschaft. Ich sorge bescheuert, wenn die Daten ausgewählt werden. Okay, hat er noch nicht. Gut. Na schön. Also, dann müsste... Warte mal, da war doch irgendwas zum Durchkriechen, ne? Oder komme ich hier lang? Hm. Da ist dann ein Blauzin, ne? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Hallo? Ah, dem soll ich bestimmt mal ein Knochen bringen, ha? Okay. Ich komme hier dran vorbei. Sehr gut. Aber hier oben finde ich keinen Human. Ach, hier. Oh, warte. Da sind gleich zwei Sachen. Da drüben ist irgendwas. Warte mal. So. Und so. Yes. Jetzt wird's klebrig. Wieso? Was ist das? Zerstöre alle alten Vogelnester. Zehn Stück. Na schön. Ach, du liebe Zeit. Okay. So. Und jetzt hier rüber. Und dann sollte ich auch da rüber kommen, ne? Ja, das funktioniert. Ja, gut. Ich komme. Oh. Oh. Ein Hut. Oh, ein Schutzhelm. Hier kommt der kleine, pelzige Sicherheitsbeauftragte. Darf ich dir deine Snacks untersuchen? Darf ich? Okay. Gut. Moment. Da lass uns doch mal rangehen. Ähm. Bananenmütze? Ne. Wo ist das? Oh, hätten wir hier noch nicht sein sollen. Tragen. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich klasse. Nehmen wir. Okay. Was noch? Blinkt da irgendwas? Da blinkt gar nichts. Hm. Also, ich komme ja jetzt nur noch Richtung Grund, ne? Sehe ich das richtig? Mit da drunter durchkriechen und so. Naja. Ne, hier ist auch noch was. X. Okay. Ah, hier. Na, wenn das mal kein Zufall ist. Okay. Wo ist der Typ gerade? Sehe ich ihn von hier oben? Ich sehe ihn nicht. Oh, das war jetzt blöd. Ne, hat er aber nicht gemerkt. Okay. Dann nichts mehr ran. Gehen wir dem Hund, äh, geben wir dem Doggy mal seinen, seinen, so. Hi, Doggy. Guck mal. Ein Knochenjob. Eins von drei. Okay. Doggy ist, ist, Doggy kommt klar. Und guck, was wir hier haben. Yes. Juhu. Was gibt's ja jetzt? Ach du liebe Zeit, das ist ja furchtbar. Naschkatze war gestern. Hier kommt die Maismiete. Hm. Ne, ich bleib erstmal bei diesem Hut, okay? So, hier. Das haben wir... Jetzt hat's funktioniert. Hier hat's geklappt. Oh, Katze. Oh, Katze, mach das nicht. Okay. Mach das doch nicht. Okay. Aber, da sind ganz viele Sachen drin. 33. Ich bin reich. Äh, na? So. Und hier oben hin. Und... Und da ist auch noch einer. Ja. Komme ich von da aus irgendwie in Höhe? Da ist... Da ist nichts mehr. Komme ich hier dran? Nee, nicht so gut. Nicht so gut. Okay, geh mal wieder zurück. Hm. Na schön. Oh. Das war knapp. Guck mal, was ist da in der Toilette? Oh nein, wir können in die Toilette gehen. Ui. Oh. Doggy. Ja, Doggy ist jetzt nicht mehr besser. Was haben wir hier? Hm. Schlabber, 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 schlabber. Ne. Okay. Ja. Ja, okay, raus hier. So. Also. Ein Telefonbesorgung. Wie komme ich zurück? Hm. Moment. Gibt es hier... Oh. Ach, das hätte ich... Das war eine verpasste Chance. Komme ich hier irgendwo lang? Ne. Das sieht aber schon so aus, als ob ich da irgendwie drüber kommen können müsste, ne? Und auch das da, guck mal, das ist so komisch rot umrandet. Hm. Okay. Wo jetzt lang? Doggy. Oh. Da krieg ich das hin? Nein, krieg ich nicht hin. Hm. Da ist nichts weiter. Okay. Hm. Komm ich auf der... Gibt es auf der anderen Seite auch noch einen Durchgang? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, ne? Sneaky, sneaky. Da komme ich nicht lang. Sneaky, sneaky. Immer noch sneaky, sneaky. Ist da? Ich sehe keinen Durchgang. Okay. Da. Das könnte einer sein. Hier. Ja, das ist einer. Oh, warte. Nein, nein, nein. Falsch die Taste. Ziehen. Geht nicht. Drücken. Geht auch nicht. Hier. Ziehen. Jetzt funktioniert es. Ah, ja. Okay. Jetzt müsstest du mich noch ein kleines bisschen machen. Ja, super. Das hat geklappt. Okay, super. Hi. Oh. Was ist? Willst du nicht kuscheln? Na gut. Ich brauche zu lange dafür, ne? Hui. Krasse Animation. Vogel hat nochmal schnell dahin gekackt. Ha. So. Und der hat ein Telefon in der Hand. Mach hin. Mach hin. Schnell die Feder. Okay. Und der hat ein Telefon. Oh nein. Geh weg. Ja. Wo ist es? Da ist es. Schnell weg. Hui. Oh nein. Hier komme ich gar nicht lang. Oh nein. Wie komme ich da denn jetzt wieder hin? Oh nein. Ich muss da durch. Oh nein. Nein. Okay. Ähm. Kriechen. Wo ist er? Er ist dort. Kann ich auch hier rüber gehen? Ich kann. Oh. Okay. Funktioniert. Ja, ist doch gut. Okay. Ich mag den Hut. Das klappt aber. Doch, jetzt klappt es. Okay. So, hier. Guck mal. So. Gehen wir ihm mal das Telefon zurück. Äh. Überhaupt das Telefon. Hier. Okay. Du hast es gesagt. Vielen Dank. Ersätze bietet sie. Magst du das alt haben? Es macht doch immer Fotos. Äh. Du kannst doch keine E-Mails mehr schreiben und so. Was sind E-Mails? Du schreibst keine E-Mails? Ich glaube nicht. Also. Naja. Warst du ein... Niii. 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 Oder hast du eine Abwesenheitsnotize erhalten? Nö. Aber jetzt wo du es sagst. Ob man zu Hause schon mit meiner Abwesenheit Notizen immer genommen hat. Was für ein glückliches Offline-Leben. Du filmst, Kötzchen. Naja. Und mein Handy. Okay. Betonisiertes Handy. Ein Handy, das in Beton gebraucht wurde. Eine Smart-Funktion, die zwar beeinträchtigt wurde, aber die Kamera funktioniert noch. Drücke M, um den Fotos zu öffnen. Fotografieren ist kinderleicht. Du rufst einfach die Kamera auf, positionierst und klick. Eigentlich solltest du jetzt zur Feier des Tages ein Selfie machen. Rufen die Kamera auf und machen einen Schleifsturz. Lol. Okay. So geht das. Ja. Gut. Da ist B. Okay. Alles klar. Foto machen. Äh. Kann man... Zoomen geht auch noch. Okay. 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 Und? Foto. Foto. Okay. Ja. Alles gut. Klasse. Gut. Beenden. Das reicht doch. Bitte lächeln. Papa Katzi. Zum... Was ist das denn? Papa Katzi. Mach 20 Fotos mit deiner Kamera. Äh. 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 Das kann ich doch alles auf einmal machen, oder nicht? Oder nicht? Gut. So. Was machen wir denn jetzt weiter? Hm. Ich würde eigentlich gerne mal wieder zurückgehen. Aber da hinten muss ich auch irgendwie noch ran, ne? So. Wo ist er gerade? Er ist gerade hier. Das ist kein guter Plan, jetzt loszutapsen, ne? Da kommen wir noch nicht lang. Hm. Ich muss also hinter ihm her. Na schön. Hui. So. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich immer noch nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Kriechen. Hehe. Die Beine. Okay. So. Wie komme ich da oben hin? Hm. Hier rüber? Oder lieber da hinten rüber? Ich glaube, lieber da hinten rüber? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Was ist das hier eigentlich? Können wir da irgendwas zu machen? Kann ich nicht. Vogel. Ich glaube, hier rüber, ne? Liegt hier noch Müll rum? Hm. So. Und dann da hoch. Öh. Okay. Das geht. Bis jetzt ist noch alles Tutti. Ah. Hier runter, ne? Na? Und dann da hoch. Ja. Funktioniert. Astralen. Funktioniert. Eins. Yes. Ist hier noch mehr? Ja? Nein. Es ist nicht. Okay. Wir sollten doch auch noch ein paar Menschen zum Einstützen bringen, ne? Wie. Ziehen. Schmusen. Ziehen. Ne. Hm. Er hat sich... Okay, die hat sich daran orientiert. Okay. Da ist aber nichts drin. Okay. So. Ihr habt mir schon alles abgerast. Das war das Ding, ne? Okay. Der holt es nicht. So. Zack. Oh. Ja. Ist die sauer, ne? Da. Die können wir auch super zum Einstütz bringen. Juhu. Okay. So. Und. Hi. Na? Bäh. So. Hihihi. Wie viel haben wir? Warte mal. Eine riesen, kleine Stäuberfalle. Sechzehn. Noch vier. Los, komm. Das kriegen wir hin. Äh. Die da hinten haben wir schon gestoppt. Hier. Die guckt so auf ihr Telefon. Ja, aber nicht ins Wasser, ne? Lalalalalala. Hi. Oh. Oh. Juhu. Schmusen. Oh. Hat nicht funktioniert. Na gut. Ha. Was ist? Los, komm. Äh. Der lässt sich nicht. Der lässt sich nicht bedingsen. Hi. Moin. Komm mal her. Komm mal, wacke mal nicht bei. Ja. Dann. Dann grau mich wenigstens. Ah. Das gibt's ja nicht. Hallo? Das muss doch gehen. So. Nein, das hat nicht funktioniert. Da liegt noch der Controller rum. Ich erinnere mich. Juhu. Na? So. So. Stolperfalle. Hahaha. Ein mehr. Alles klar. So. Ähm. Also. Lass uns mal. Lass uns mal. Lass uns mal. Wo war denn der? Da. Bei dem grünen Auto. Da war. Das. Der Rabe. Genau. Hallo Rabe. Rabe. Sie. Das alles Blinkis. Ja. Genau. Ja. Genau. Meine ich. Okay. So glitzernd. So hübsch. So spiegelnd. Wer ist eine hübsche Krähe? Willst du jetzt verantwortungsvoll entsorgen? Äh. Ja klar. Wieso nicht? Und damit haben wir unseren ersten gemeinsamen Heldentag verbracht. Kann ich nicht selbst versuchen, sie zu entsorgen? Auf keinen Fall. Das sind uralte Krähenrituale. Äh. Bekomme ich meine Belohnung? Die war... Oh ja. Natürlich. Deine Belohnung. Ähm. Wo? Da habe ich nur diesen Fisch gesehen. Äh. Einen Moment. Warte Krähe. Wurde ich gerade abgezockt? Hm. Wo ist er? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier. Oh. Fisch. Fischi. Dankeschön. Wow. Ein Fisch. Er gibt die Energie fürs Klettern. Das reicht vielleicht nicht ganz bis gleich nach oben. Aber es ist eine Schlafhilfe. Wo fange ich denn mit dem Klettern an? Ah. Wusste ich es doch, dass die für irgendwas gut sind. Du brauchst mehr Fische, um es bis nach oben zu schaffen. Hast du noch mehr? Im Moment nicht. Aber ich habe sie woanders in der Stadt gesehen. Halte einfach die Augen offen, dann findest du sie. Dankeschön. Kein Problem. Lass sie den Fisch schmecken. Und behalte alle Blinkys, die du unterwegs findest. Ich habe da gerade eine Idee. Jetzt ist er wieder weg. Der riecht schon ein bisschen. B essen. Ich bin nicht sicher, ob ich den essen möchte. Achso. Ich muss B drücken, 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 drücken. Mal wieder drücken, drücken, drücken. Okay. Fischig. Dieser leckere Fisch hat die Energie gegeben, um den Efeu hochzuklettern. Probier es mal aus. Mir geht es schon viel besser. Klettern wir das Efeu hoch. So. Wo ist er? Er ist weg. Ja, ja. Klettern wir den Efeu hoch. Ja, ist ja gut. Ich glätte den Efeu hoch. Zack. Okay. Oh. Ach, das ist ja easy. Okay. Ja, ist gut. Hm. Na schön. Wui. So. Neuer Bereich, neues Glück. Komme ich hier auch schon hoch? Nee, dafür wird die Energie nicht reichen, ne? Ähm. Arschring. Oh. Das geht gar nicht. Okay. Das funktioniert noch nicht. Okay. Ja, das funktioniert noch nicht. Na, super. Ist hier denn irgendwas drin? Nein, ist es nicht. Ah. Mehr Blinkis. Oh, wer ist das denn? Warte mal. Hier. Da gibt es auch noch einen. Da hinten gibt es auch noch einen. Ne, warte. Laufen. So. Ach, Hallöchen. Ich habe mich gefragt, ob du mir, äh, dringend helfen könntest. Äh. Kommt wohl auf das Problem an. Ich bin gar nicht an ihn angegangen. Sie. Hm. Okay, verstehe. Schon klar. Schon klar. Schon klar. Ich will niemanden beunruhigen. Aber es ist mir ein so dringendes Anliegen. Vielleicht neige ich auch zur Panik, aber es besteht kein Zweifel dran. Äh. Woran denn? Ach, ich habe das nicht gesagt. Hm. Ich scheine meine Äntchen verlegt zu haben. Verlegt? Ist das etwa ein Vogelwitz? Wie meinst du das? Schon gut. Ich vermisse den Entenküken. Das klingt ziemlich ernst. Schon, oder? Was ist denn passiert? Also, wir haben so gemeinsam eine Bildungsreise durch die Nachbarschaften unternommen. Und bei der ich die Kleinen ein wenig Heimatkunde beigebracht habe und so weiter. Kennst du zum Beispiel die Roboterstatue im Park hinter uns? Nö. Ich wusste nicht mal, dass es dort eine gibt. Moment mal, hat der Roboter die Entenküken entfüllt? Oh, du solltest sie unbedingt mal besuchen. Und der Roboter ist nämlich ziemlich faszinierend, weißt du? Er ist keine Statue im traditionellen Sinn. Der Legende zur Folge besuchte einst eine weise Ente, mir selbst gar nicht so unähnlich, jeden Tag den Park mit ihrem Roboterfreund. Roboter sind sehr treu und heiter. Damals war das hier noch ein See, ein Riesengewässer, in dem die beiden schwammen. Sie planschten und frohlocken, man kennt das ja. Aber Roboter und Wasser? Nö. 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 Er zischte und sprudelte, ganz und gar nicht sympathisch. Rostflecken, das Schaltkreise, explodierende Knie, also bei einem Roboter, nicht bei der Ente. Es war der letzte Wartetag des Roboters. Ach, tragische Angelegenheit. Also warte die Ente, ihn umzuprogrammieren. Gar nicht so einfach, wenn du mich fragst. Ich selbst konnte mich nie mit Computern anfreunden. Die Ente programmierte den Roboter so um, dass er auf dem Spielplatz wartete, während sie schwamm. Ein genialer Anfall. Und es lief wie am Schnürchen. Aber eines schönen Tages und nicht viel anders als heute, wurde die Ente angegriffen von einem radioaktiven Monster. Was? Wie bitte? Ein Monster? Ja, Gekku. Eigentlich ist unser Gekku unser Beschützer. Du weißt schon. Feuersprungen, Waisenkehler retten, Spenden, Garten auserschmeißen. Ein netter Kerl, wenn man von den Wutanfällen absieht. Was denn für Wutanfälle? Oh ja, die Menschen berichteten davon in ihren kleinen Papierdokumentationen. Sehr fesselnd eigentlich. Papier, meinst du etwa? Comics. Also hat der Gekku die Ente entführt und sie schwuppelwupp in ein Sternenportal gepflegt hat und wusch, quack. Und sie war nie mehr gesehen. Und das, was wir auf dem Spielplatz für eine Statue erhalten, ist die Wirklichkeit der treue Roboter, der geduldig auf die Rückkehr seines schwimmenden Freundes wartet. Ähm, okay. Willst du damit sagen? Ich verstehe nicht, was es mit dem verengensten Entenküppel zu tun hat. Ja, genau. Lass uns mal zum Punkt kommen. Ach nein, es ist bloß eine tolle Geschichte. Ich habe sie denen Entchen erzählt, bevor wir uns trennen. Um noch mehr Stadtgeschichten für unsere Präsentation zu sammeln. Präsentation. Das klingt cool. Ja, das dachte ich mir. Jedenfalls wuschken wir alle in eine hilfreichste Richtung davon. Wir waren so aufgeregt. Aber jetzt kommt das eigentliche Problem. Ich habe weder die Zeit noch einen Ort für unser Wiedersehen festgelegt. Aha. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bin nicht gerade praktisch veranlagt, weißt du. Aber ich wollte nicht, dass wir uns herlaufen und uns gegenseitig verpassen. Sowas war ganz schrecklich. Also kam ich hier zurück und habe gewartet. Hattest du kein Glück? Leider nein. Aber du scheinst mit einer clevere Katze zu sein. Sehr einfallsreich und so. Können wir uns zusammentun? Ich halte hier Wache. Es ist eigentlich ganz nett. Und du könntest in der Stadt umherstreifen. Die ganze Stadt wird schon, glaube ich, ganz schön groß zu sein. Hm, da stimmt. Irgendwie müssen wir unsere Suche eingrenzen. Eirika! Erst letzte Woche haben wir einen Stadtplan erstellt. Tolles Ding. Als Teil unseres Projekts alle Fisch-Hotspots der Stadt. Uh, interessant. Außerdem haben die Entchen ihre Lieblingsorte markiert. Sie begeistern sie sehr für Garten. Bestimmt befinden sie sich dort. Hier, nimm sie. Ich habe einen schlechten Orientierungssinn, aber du wirst sie im Handumdrehen finden. Okay, wir haben eine Karte. Die Karte von dem Enkelküken. Sie ist wirklich gut, Rücke. Hm? Um die Karte anzuzeigen. Ignoriere einfach die Fischstandorte. Für ein Kätzchen sind sie bestimmt nicht von Belang. Es sei denn, natürlich, du interessierst dich breitend für Fischkunde. Das tue ich. Das tue ich. Okay. Führe die Familie wieder zusammen. So. Ah, ja. Okay. Da ist... Ach, das war der Gully-Deckel, ne? Ja. Oh, uns scheint noch ein bisschen was vorzustehen. Aber hier Fisch ist interessant. Fisch ist auch da interessant. Na gut. Wir sehen uns einfach erst mal um. Denn ich möchte natürlich auch alle Blinkys sammeln. So. X. Komm ich jetzt hier eigentlich durch? Ne. So. Da drüben ist noch ein Blinky. Komm ich hier jetzt hoch? Ich komme. Springen. Ui. Okay. Da ist ein Blinky. Ist hier sonst noch irgendwas? Hm. Scheinbar nicht. Na gut. Also. Blinky. Bis da drüben komme ich... Oh, schön, diese kleine Pagode hier, ne? Aber mehr scheint hier jetzt erst... Da. Da möchte ich... Da komme ich auch hin. Warte mal. Da komme ich auch hin. So. Auf den Blick. Hä? Ich komme da nicht hin. Okay. Nein. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Oh, nein. Aber da ist ein blaues Dingelchen. Wo finde ich denn den blauen Ball? Hier nicht. Komme ich da auch rein? Ja. Das geht nicht. Das geht nur manchmal, wie es scheint. Hm. Okay. Drauf komme ich. Warte. Ich möchte rein. Geht nicht. Okay. Komme ich denn da oben nochmal hoch? Das geht. Okay, super. Der blaue Ball. Der blaue Ball. Da hinten sind auch noch wenigstens so viel zu erkundigen. Na gut. Okay. Erstmal das hier. Eins nach dem anderen und so. Was ist das hier denn? Ah. Okay. So. Ähm. Probieren wir es vielleicht erstmal hier. Genau. Zack. Aufnehmen. Da geht es auch noch irgendwo hin. Ich würde gerne erstmal das hier ausprobieren. Was ist das da? Okay. War auch nur ein Blinky. Komm. Du musst weg. Du musst weg. Du musst raus. Du musst weg. Alles muss raus. Zack. Na also. Okay. Hier. Hui. Aufheben. Ja. Ein neuer Hut. Oh. Hey. Eine Schildkrötenmütze. Warum habe ich plötzlich das Bedürfnis, bei einem italienischen Klempner Goga zu fahren? Schön. Okay. Wisst ihr was? Wir tauschen die mal ein. Wie ging das noch? So ging das. So. Und. Äh. Nee. Da unten. Doch. Das ist die Schildkrötenmütze. Tragen. Oh. Wir sehen fantastisch aus. Hm. Okay. Naja. Schön. Wir probieren es aus. Da matscht ein Vogel schon wieder rum. Da oben ist ein Vogel. Da oben ist vor allen Dingen etwas zu runterschmeißen. Yeah. So. Wo komme ich denn hier so hin? Waren wir da schon? Hier komme ich leider nicht hin. Da drüben könnte ich hängen. Nee. Nee. Wir bleiben erstmal in dieser Straße hier. Hüpf. Guck mal. Hier liegt nämlich auch noch ein Blink hier rum. Ist das... Das ist doch gar nicht die Straße, durch die ich gekommen bin, ne? Ja. So. Hi. Na, also. Okay. Da oben ist das wichtig für uns? Vermutlich schon, ne? Vogel. Okay. Probieren wir es hier entlang. Ja. Das war spitze. Okay. Oh, nein. Was? Ich komme hier nicht hoch? Das... Das ist aber jetzt unangenehm. Oh. Okay. Äh. Aha. Ich muss da hoch, sagst du? Ah. Wie bin ich denn da hoch? Komm. Hier rüber, ne? Okay. Na schön. Dann fürchte ich, werden wir doch da rüber gehen müssen, ne? Wie. Wie. So. Den Vogel hätte ich auch noch mitnehmen können. Na gut. Habe ich hier schon noch ein Rumgezurüttet? Ja, hier habe ich schon noch ein Rumgezurüttet. Nein, habe ich nicht. Ach was. Okay. Aber hier sind wir schon gewesen. Und schon hat ein Vogel hier wieder hängen gemacht. Na, super. So. Ich nehme nicht an, dass ich hier... Ziehen. Ich probiere es vorsichtshalber aus. Äh. Also. Manchmal geht's und dann wieder nicht. Ne, haben wir schon noch Rumgezurüttet. Das werde ich mir nie im Leben... Stau. Das werde ich mir nie im Leben merken können. Hops. Und hier... Ne, warte. Eben hat es doch. Jetzt. Okay. Einer. Und da oben auf dem Automaten sehe ich auch noch was. Hm. Da oben ist noch ein ganzes Glas voll. Wie komme ich denn da rüber? Irgendwann müsste ich da... Ne. Ne. Könntest du eigentlich hier auch auf dem Zaun wandern? Das geht. Das geht. Okay. Natürlich geht das vorsichtig. Aber jetzt komme ich daran nicht vorbei, ne? Hm. Ja. Das wird wohl nix. Okay. Das wird nix. Ha. Na gut. Also. Noch nicht. Versuchen wir es erstmal da hinten. Ah. Hat nicht gesehen. Schade. Also. Hier. Genau. Wir sind vorher an dem Eva nicht... Oh. Komm. Aber das komme ich jetzt auch noch nicht. Oder? Doch. Komm ich. B. Na. So. Hat geklappt. Cool. Zack. 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 Darüber. Und aufheben. Und. Zack. Oh. Was ist das denn hier? Komm ich... Nein. Oh. Zu kurz. Na. Mist. So. Und so. Und so. Ja. Ja. Ist schon gut. Komm ich da rein? Ich komme da rein. Was ist das da? Warte mal. Kann das sein? Ähm. Karte. Wir sind hier bei dem einen Entchen. Ach du je. Wo stand denn nochmal? Da unten ist die Pagode. Okay. Alles klar. Vielleicht sollte ich mich erstmal darum kümmern, mehr Fische zu bekommen, ne? Um höher springen zu können. Oh. Das ist ja runtergefallen. Oh. Na. Oh. Ist alles runtergefallen. Oh. Was ist das da? No. Ist alles runtergefallen. No. Da ist das Entchen drin. Hallo? Okay. Da drüben ist aber auch noch was. Lass mich da erstmal hingehen. Ne. Ne. Noch nicht. Du hast da drin deinen Spaß. Ne. So. Was ist das? Nicht. Kann ich ja mal. Oh. Wie putzig ist das denn? Ah. Oh. Wie niedlich ist das denn? Katzenschlummer. Okay. Oh. Gehen. Oh. Das ist ja. Oh. Ich bin verliebt in das Spiel. So. Gehen wir da hoch? So. Hier. Hallo. Da drin. Dein Vater hat mich geschickt, um dich für die Präsentation zu suchen. Aber ich muss noch einfach unten drehen. Ich kann nicht mit dem drinnen aussteigen. Wie lange dauert das denn noch? Keine Ahnung. Ich habe 400 Bikinis reingeworfen. Blinkies reingeworfen. Wie viel Zeit entspricht das? Wo hast du denn so viele Blinkies gefunden? Laut Schilde sind das 60 Stunden. Das kann nicht stimmen. Acht. So, die gibt es Zeit. Ähm. Ja. 60 Stunden. Das ist ja der Hammer. Aber was ist mit deinem Vater? Du kannst mich zurück zu meinem Papa bringen, sobald die Tür aufgeht. Hm. Versprochen. Versprochen. Es muss doch ein Weg gehen, die Tür schon früher zu öffnen. Wie bitte? Ach nix. Ich rede nur mit mir selbst. Wir sehen uns nach meiner Spaßwart. Oh Gott. Okay. Guck mal. Da. Ja. Nee. Noch nicht easy. Doch easy. Hier. Sorgen wir mal dafür. Wie geht das? So scheinbar nicht. Wie mache ich das? Wie mache ich das denn? So nicht. Hä? Wie kann ich das machen? Muss ich dagegen springen? Oder was ist der Plan? So. Das hat nichts gebracht. Das bringt auch nichts. Was kann ich denn machen? Ich kann gar nichts machen. Mit dem Kopf dagegen ran. Bringt nix. Vielleicht laufend dagegen ran. Äh. Okay. Ja, das war super. Aber leider falsch. Moment nochmal. So. Und jetzt. Und jetzt. Das hat funktioniert. Das hat geklappt. Ah ja. Wo ist es hin? Halt. Da ist es hin. Hast du mich da drin gesehen? Ich bin überall hingepurzelt. Das ist ja jetzt nicht ein bisschen schwindig. Du zappelst so komisch. Nein. Aber ich bin ganz warm und flauschig. So müssen sich Handtücher fühlen. Jedenfalls kann ich es kaum erwarten. Fakt mal alles über die Todesfachtende Trockenmaschine zu erzählen. Wollen wir dann mal zu ihm gehen? Ja. Los geht's. Okay. Oh. Hi. Was machst du denn hier? Ich wette, du fragst dich, wie du diesen Knopf kürzen kannst. Oh, das habe ich schon gerade herausgefunden. Vielen Dank. Äh. Du machst meine Gedanken eigentlich nicht. Aber jetzt schon. Es geht ganz leicht. Du musst einfach nur deinen Kopf benutzen. Und mit deinem Kopf benutzen meine ich. Mit RB mit dem Kopf hoch. Okay. Ja, haben wir herausgefunden. Okay. Und dann? Dann nichts zu stößen mit deinem Kopf gegen den Topf. Und das war's. Tut das nicht weh? Ach, du bist aus härteren Holz geschnitten. Kätzchen. Ein kleiner Schlag auf die Nuss. Macht einer tapferen Katze wie dir nichts aus. Bist du sicher? Na, ganz sicher. Lauf einfach. Ja, haben wir schon gemacht. Okay. Vielen Dank. Danke für die Hilfe. Aber nein, danke. So. Komme ich hier raus? Es gibt keine Abkürzung. Schade. Na gut. Entchen folgt uns. Sehe ich das richtig? Äh, so. Ja, Entchen kriegt das hin. Okay, alles klar. Wir mal zurück. So. Entchen. Kommst du mit? Entchen. Entchen kommt da nicht hoch. Warte mal. Ich gehe mal raus. Funktioniert das? Entchen. 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 Komm. Aua. Ja, okay. Entchen, na komm. Was ist Entchen? Muss ich Entchen irgendwie mitnehmen? Entchen? So, und jetzt komm mal mit. Du konntest doch eben so super fliegen. Entchen fliegt nicht mehr. Wieso fliegt Entchen nicht mehr? Hm. Okay. Okay. Ah, okay. Nur ein Lade-Dingsi. Entchen haben wir am Start. Gut. Wo als nächstes hin? Ich würde echt gerne mal diese Fisch-Nummer machen. Ähm, okay. Wir gehen einfach mal der Straße nach. Da haben wir auch das nächste Entchen. Und dann ist da das Fisch-Dingsi. Ey! Ich glaube, es geht los. Hallo? Macht euch weg. Oh, ah, das ist interessant. Okay. Hier, guck mal. Entchen, ich zeige dir etwas, wie man... Oh, halt. Moment. Äh, wie war das noch? Sneaky und dann springen, ne? Hui! Guck mal, Entchen. So macht man das. So wird man eine echte Action-Katze. Jawohl. Haha. Tatatatata. Sehr gut. Drei Stück. Wir sammeln noch einen. Warte mal. Menschis, geht mal weg da. Auch die werden verlangsamt. Sehr gut. Au! Das glaube ich ja nicht. Überraschung. Was? Wieso Überraschung? Hä? Was ist denn jetzt? Äh. Was ist da? Oh, nein. Oh, nein. Das geht nicht. Was machst du denn da? Äh. Nein. Ich möchte schmusen. Nicht schmusen. Okay. Das ist hier doof, ne? Das ist einfach nicht der richtige Ort für sowas. So. Oh, nein. Daneben. Naja, gut. Ne, das ist ja einfach nicht der... Oh, ich finde das doof. Ich möchte gerne da ran. Warte mal. Kann ich das... Oh, warte. Na? Ja, ich weiß. Kann ich das faken? So. Jetzt? Ja, kann ich faken. Okay, alles klar. Fünf Stück. Super. Ähm. Noch ein Vögli. Nein, nicht für uns. Okay. Ähm. Warte mal. Bin ich hier richtig? Ja. Ich müsste irgendwie... ...nach rechts rüber. Wie komme ich denn da nach rechts rüber? Hier können wir durch... ...durchkriechen? Kriechen? Ach nein, es ist versperrt. Oh nein. Das ist ja doof. Komme ich denn da jetzt hin? Ach, da oben komme ich gar nicht lang. Na gut. Äntchenfinder ist super hier mit dem Teich, ne? Ja, alles klar. Okay. So. Äh. Jetzt laufe ich drum rum. Das ist blöd. Also, wir müssen irgendwie... ...hier... ...irgendwo... Guck mal, da ist doch Efeu. Efeu. Hm. Wie komme ich denn da rein? Ich hätte gern einen Fisch... Oh. Oh. Nichts gut. Ich verstehe. I see, I see, I see. Das wird nichts. Da drüben haben wir aber auch noch was. Meins? Waren wir hier schon? Ah. Jetzt ist es so unglaublich. Okay. Ah, ja, ja. Ich arbeite nicht hier raus. Okay, alles klar. So. Ja. Oh. Guck mal, was wir da gefunden haben. Äh. Wofür ist das denn gut? Keine Ahnung. Oh, ach so. Wasser. Ja, 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 ja. Ja, schon gut. So. Hier haben wir noch ein bisschen was davon. Äh. Hier kann ich nicht hochklettern. Warum kann ich da nicht hochklettern? Denn nicht. So. Kann ich hier dann rumziehen? Kann ich nicht. Aber hier komme ich drunter durch. So. Entchen? Was haben wir denn da? Wo sind wir hier eigentlich? Oh, wir sind weit ab vom Schuss. Aber hier soll es auch ein Entchen geben. Hm. Na gut. Erstmal hier. Nickerchen machen. Finde ich richtig gut. Ja, 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 ja. Oh. Katzenschlummer. Oh. Wie sie da liegt. Na schön. So. Jetzt reicht's aber. Ähm. Aufstehen. Aufstehen. Komm, Frau Pelz. So. Nee, nicht noch ein Nickerchen machen. Wir sind inmitten eines Zen-Gartens. Da können wir nichts dran machen. Das hier, sie. Nee, das ist nichts. Und taps, 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 taps. Hier wird sich jemand hier sehr freuen. Oh, was ist das denn da? Hm. Äh. Nix, 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 nix. Gut. Da würde ich aber, dich würde ich auch gerne kennenlernen. Warte mal. Komm ich da? Nee, komm ich nicht hoch? Komm ich hier rüber hoch? Das wird von Zug. Ja, hier komm ich rüber hoch. Ist da noch was? Nein. Ähm. So. Ja, und hier haben wir perfekte Möglichkeiten. Ja, super. Ehrlich. Okay. Äh. Hey, wer bist du denn? Moin. Guten Tag. Hi. Hallo. Redest du mit mir? Ja, natürlich. Du kannst mich sehen? Ja. Verblüffend. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der meine hervorragende Tarnung durchschaut hat. Bedeutet das etwas, meine Kräfte schwinden? Wer bist du denn? Ich bin unter vielen Namen bekannt. Die verschleierte Sensation, die unsichtbare Echse, das Hä? Wo bist du hin? Wunder. Ich habe an meinen Tagkünsten gefeilt, sodass ich mich perfekt an jede Umgebung anpassen kann. Dachte ich zumindest. Ich bin zum Beispiel so gut darin, mich zu taten, dass ich mir so alle Worte verschwinden lasse. Sieh dir das an. Ja. Faszinierend. Ja. Astrein. Hast du das gesehen? Nein, hast du nicht. Weil meine Worte total getarnt sind. Das ist ziemlich cool. Vielen Dank. Ich habe eine Jahre lang daran gefeilt. Aber wenn du ein Meister der Tarnung bist, warum kann ich dich dann sehen? Ja, schon. Also weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass deine Augen so seltsam sind. Was? Meine Augen sind seltsam? Hast du die mal angeschaut? Ich glaube, das geht gar nicht. Du musst sie mir einfach beschreiben. Also zunächst einmal sind sie auf der Vorderseite deines Gesichts. Das ist seltsam. Ach, ja. Und sie stehen gar nicht ab. Sie sind direkt in deinem Kopf und nehmen wertvollen Gehirnplatz ein. Äh, vielleicht benutze ich meine Augen zum Denken. Kannst du sie wenigstens gleichzeitig in verschiedene Richtungen bewegen? Ich glaube nicht. Meinst du, ich muss mir Sorgen machen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ein Zauberer, kein Tierarzt. Aber wenn deine seltsamen, widerwärtigen Augen wirklich immun gegen meine verschwindeten Tricks sind... Hm, dann habe ich endlich einen würdigen Gegner gefunden. Wie bitte? Ich muss lernen, deine seltsamen Augen zu überlasten. Ich werde neue Tarnungen einsetzen, neue Tricks ausführen und die edle Kunst der Selbstvervollkommnung ausüben. Ich will nicht, dass du dich meinetwegen änderst. Ach, süßes Käptchen. So seltsam, so klein, so unwissend. Nein, ich meine meinen Ruf als bester getarnte Kreatur. Die Welt retten, muss ich mich verändern. Das ist meine einzige Möglichkeit, deine seltsamen Augen zu sehen. Wenn du das sagst, du willst meine Augen sehen. Ich fordere dich heraus, mich wiederzufinden, Katze. Hier? Nein, ich werde mich zurückziehen, während ich an meiner Technik falle und dann wieder auftauchen. An einem anderen Ort. Es ist natürlich fast unmöglich, mich aufzuspringen. Also werde ich dir einen Hinweis auf meinen Standort geben. Ähm... Ein Ort, den man für Helme kennt, wo Bagger baggern im Zement. Dort halte ich mich gut versteckt und werde nie von dir entdeckt. Wirklich nie? Das kennen wir doch, die Baustelle. Hast du schon etwas, was von dichterischer Freiheit gehört? Ja, klar. Tja, ich schrecke nicht davor, zurück von ihr Gebrauch zu machen. Wie auch immer, viel Glück bei der Suche nach mir. Und weg ist es. Okay, finde das Chamäleon. Cool. Wir gehen erstmal da hoch und dann hier hoch und nehmen das mit. So. Und... Äh... Oh, warte. Oh, achso, ich kann ja noch da überspringen. Kann ich nicht. Okay. Aber so, das geht... Oh, hallo. 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 Okay. Das nehmen wir mit. Genau, meins. Und... Na. So. Genau. Jetzt wird es klebrig. Oh, da war auch noch eins drin. Okay. Gut. Sonst noch was? Da scheint mir nichts zu sein. Höher komme ich scheinbar auch nicht. Da drüben sind noch welche. Komm ich hier denn runter? Ja, das geht. Okay. Oh, ja, ich weiß. Darüber komme ich aber noch nicht, ne? Ne. Mit der Betonung auf noch. Ich glaube, wir sollten mal... Au, warte, da ist doch was. Achso, das bist du. Hi. Ich glaube, wir sollten dich mal zurückbringen, ne? Hm. Ich hätte zwar gerne erstmal das Fischdingelchen gefunden, aber meinetwegen können wir auch so machen. Oh, warte, hier komme ich nicht raus. Toll. Ja, ich weiß. So. Ich muss den Sprung wohl nach unten bagen. Da ist das da. Da drüben ist auch noch was. Alter. Okay. Da ist die Baustelle. Okay. Wir bringen dich erstmal zurück. Ähm. Genau. Wo ist die Pagode? Das ist die Pagode. Wir sind schon ziemlich ab vom Schuss, aber wir gucken in die richtige Richtung. Okay. Na gut. Hui. Fliegende Katze im Anbarsch. Mhm. Hm. So. Hier lang. Lalalalala. Ja. Äh. Okay. Jetzt muss ich vielleicht doch nochmal auf die Karte gucken. Nein. Ich muss irgendwie nach rechts rüber. Äh. Okay. Jetzt muss ich nach links rüber, komischerweise. Ja. Hm. Hier kamen wir nicht durch, ne? Hier komme ich da nochmal hin. Hier drunter durch. Geht das? Kriege ich. Oh. Warte. Nee. Kriechen. So. Ja. Geht nicht. Es ist versperrt. Ich habe es nicht. Oh. Okay. Hier ging das aber... Ich hätte doch da vorne lang gelaufen sollen. Oh nein. Und da ist der. Okay. Ich muss doch da lang laufen. Na schön. Ja. Warte. So. 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 Fungel. Wir müssen doch hier entlang, ne? Nee. Hier geht es ja auch nicht lang. Doch. Da geht es lang. Doch. Natürlich. Hier rüber. Ja. Ja. Selbstverfreilich. Das war super. Da. Hui. Da ist die Pogode. Hier. Einen habe ich gefunden. Ah. Was für eine Erleichterung. Ja. Moment. Das ist nicht das komplette Gelege. Ich weiß. Meine Partnerin fällt sowas eigentlich auf. Äh. Soll ich sie hier lassen, während ich sie so fortsetze? Nein. Ich helfe hier. Lass mich dir helfen. Was? Wer sagt das? Wer verspricht brav zu sein bei dem Kätzchen, kann bei dem Kätzchen bleiben. Versprochen. Äh. Ein Kätzchen, das von einem Enkel verfolgt will. Das erinnert mich an eine epische Geschichte, die ich als Kind mal gehört habe. Also. Psst. Kätzchen. Geh mir. Okay. Wir gehen. Also. Wir sollen sie alle drei sammeln. Ja? Erst dann können wir sie zurückbringen. So. Äh. Versuchen wir uns mal da. Und das hast du jetzt davon. Zack. 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 Du bist auf die Seite gekommen. Wie hast du das denn hingekriegt? Komm ich darüber? Nö. Komm ich da rüber? Nö. Hier. Brauche ich hier rüber? Warte mal. Hier ging es doch irgendwo hin, ne? Ah. Lass mich das mal eben ausprobieren. Ich weiß nicht. Lass mich schon wieder ablenken und so. Hup. So. Ah. Der blaue Ball. Yeah. Wo kam der hin? Wo war das blaue Tor? Weiß ich nicht. Aber wir gehen mal runter. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Moment. Moment. Ja. Äh. 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 Keiner verlässt den Saal. Hier oben ist doch bestimmt auch irgendwas, ne? Da vielleicht erst mal. Da hinten. Da ist ein Sinister. Da ist ein Sinister. Warte, 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 warte. So. Yes. Zunehmlich. Haha. Ah. Okay. Hier. Da drüben komme ich hin. Ist das cool, da hinzugehen? Hm. Naja. Vielleicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Hast du ihn gekriegt. Cool. So. Hier rum. Und wo geht es denn hier weiter rum? Da sehe ich was Efeiges. Aber da komme ich bestimmt noch nicht hin, oder? Oh nein. Da komme ich noch nicht hin. Äh. Warte. So. Erst mal wieder auf grün bringen. auf grün. Okay. Diese Sachen sind... Na. Ich kann mal nicht springen. Okay. Gut. Nein. Das ist noch keine gute Idee. Alles klar. Also. Blauer. Hui. Fliegende Katze im Anmarsch. Ähm. So. Wo bringe ich dich denn hin? Oh. 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 Warte. Nein. Äh. Ey. Also. Hey. Kannst du mal helfen? Geh mal. Geh mal bitte. Okay. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Okay. Den haben wir schon mal. So. Wo ist der? Da ist das blaue Tor. Alles klar. Ja. Ja. Super. Äh. Na. Yay. Ins Netz gegangen. So. Wir sind hier. Ähm. Ja. Okay. Äh. Da ist der Fischmarkt. Ähm. Moment. Hallo zusammen. Ins Netz gegangen. Ja. Okay. Naja. Schön. Also. Wir brauchen den. Ja. Wir rennen mal da. Guck mal. Da leuchtet auch noch was so schön. Da leuchten noch ganz viele Sachen so schön. Meins. Jawohl. Ist hier ein Mülleimer in der Nähe? Ist das da drüben? Das ist kein Mülleimer. Wo ist denn hier ein Mülleimer? Da ist der Mülleimer. Komme ich da hin? Baut sie. So. Meins. Okay. Gut. Hier. Da ist ja auch noch ein Mülleimer. Meins. Was bist du denn da? Du bist auch was, was ich mitnehmen kann. Wie sieht das hier aus? Alter. Da oben war auch noch was. Da oben ist gar nicht. Doch. Da oben ist was. Äh. Ich lasse mich viel zu leicht ablenken. Ich weiß. So. Da drüben komme ich immer noch nicht hin. Äh. Ne. Komme ich nicht hin. Okay. Hier könnte ich auch noch hoch gehen. Können wir das nicht erstmal... Erstmal hinkriegen mit der... Mit der Ente. Mit den Enten. Da oben hoch. Hops. Hm. Doch. Funktioniert. Cool. Habe ich auch. Guck mal. Da geht es aber noch weiter. Und da drüben leuchtet was. Ne. Moment. Da sind wir schon drin gewesen. Ah ja. Da ist auch noch was. Das wird hier nie was. Aber da komme ich noch nicht hoch. Dafür brauche ich noch mehr Fische, ne? Hat gerade eben so geklappt. Hallo. Guten Tag, Fräulein. Guten Tag. Oh. Das ist aber keine gute Idee. Ähm. Okay. Hier kann... Alter, war ja noch einer. So. Nur weil du... Weil du so doof zu mir warst. So. Na? Genau. Kann ich hier aber was machen? Kann ich. Guck mal. Da gibt es Wasser. Ah. Da drüben das Wasser ausschalten. Ist das der Plan? Okay. Hat funktioniert. Hui. Genutzen. Oh. Oh. Okay. Schnell dahin. Na. Schnell dahin. Ja. Wir kriegen es hin. Glaube ich. Äh. Schnell. Da ist ein Fisch. Da ist ein Fisch. Aufheben. Ja. Essen. Auf jeden Fall essen. Äh. Ne. Was macht der denn? Was macht der denn jetzt? Ey. Wir kriegen auch so Fische. Yeah. Oh yeah. Ein weiterer Leckerfisch. Jetzt kannst du noch höher klettern. Das ist super. Göstlich. Es kann es kaum mehr weiter, noch höher zu klettern. Ja. Lass mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Hier gibt es sonst nix. Hä? Okay. Ja. So. Ey. Du solltest dich hier echt mal um deine Sachen kümmern. Die stehen hier alle so komisch rum. Oh nein. Oh nein. Okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Komme ich nach da weiter? Mhm. Da auf dem Vorsprung könnte es funktionieren. Ne. Ich lass mich zu. Ich weiß, wir werden hier nochmal hinkommen müssen. Aber. Ich würde jetzt echt gerne. Hier. Das ist. Äh. Genau. Wir suchen jetzt die nächste Ente. Da drüben. Ist er. Ist er. Oh. Ist er ein Hut. So. Und. Hui. Ja. Ich weiß. Ich freu mich auch. Da hatten wir nichts mehr. Hier haben wir aber noch was. So. Nehme ich auf. Auch mit. Gut. Also. Jetzt sind wir wieder am Parkeingang. Ist. Ist das Vieh hier? Ist es nicht. Ist es genau in der anderen Richtung. Ah. Okay. Wo ist das Vieh? Falsch. Wo ist es denn? Hä? Ich hab gerade keine Orientierung. Da. Links rüber. Okay. Da komme ich nicht lang. Das heißt. Wir gehen noch in den Park. Keine Sorge. Ich nehme erst mal dieses Dingelchen mit. So. Okay. Wir gehen noch in den Park. Ich verspreche, wir werden das noch alles erkundschaften. Muss ich hier runter? Weg. Aus. Weg. Hi. Okay. Da ist auch noch einer. Wieso ist denn hier so viel Zeug? Okay. So. Ähm. Ich bewege mich immer weiter weg. Ist ja unglaublich. Also. Wir gehen zurück. Da drüben. Da. Das will ich haben. Wir sind hier noch nicht gewesen. Tada. Ein rote. Auch eine Pilzmütze. Ich bin eindeutig ein Glückspilz. Na denn. Können wir die mal. Können wir die mal aufsetzen? Können wir die mal aufsetzen? Da. Tragen. Sind wir nicht schön. Ja. Gut. Also. Wir sind hier noch nicht gewesen. Was ist das denn da? Okay. Was bist denn du? Nickerchen machen. Wie liegst du denn da? Hallo? Wie liegst du denn da? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Meine Güte. Okay. Steh mal wieder auf. Das war super. Aber jetzt ist es auch gut. Wenn du so da rum liegst. Ne. Wirklich. Fokus. 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 Ich muss auf die Karte gucken. Auf die andere Karte. Da. Okay. So. Hier. Ich weiß es nicht. Doch hier. Und danach. Links rüber, ne? Nein. Wir werden hier jetzt nicht gucken. Fokus. Die Krähe. Was machst du denn da? Fokus, ne? Kätzchen. Du siehst aus, als würdest du gerne stylische Accessoires tragen. Ja. Danke dir, dass du da jetzt aufgefallen bist. Ich bin eine sehr aufmerksame Krähe. Allerdings. Allerdings. Es war schön, dich wieder zu... Mit Themenwechsel. Hast du schon von meinem glorreichen neuen Geschäft gehört? Äh. Es heißt Blinkies für Mützen. Verkaufst du jetzt Mützen? Keineswegs. Es heißt doch Blinkies für Mützen. Ha. Das ist das Clevere daran. Ich verkaufe keine Mützen, sondern Zugang zum Mützen. Die Mützen leben nämlich in diesen kleinen Automaten. Und dir. Ein treffloses Krätzchen fehlt die geheime Weisheit, um diese Automaten zu nutzen. Ähm. Lass mich raten, du weißt genau, wie es geht. Aber klar doch. Nur ich kann das uralte Krähenritual ausführen, bei dem man eine Maske, Marke einwirft und einen Knopf dreht. Das klingt jetzt aber nicht so schön. Womit wir beim Thema wären. Mein Vorschlag lautet wie folgt. Für fünf Münzen kannst du eine Krähe, also mich, anheuern, dir eine Mütze zu besorgen. Also verkaufst du doch Mützen. Nein, ich bin ein Vermittler, der innerhalb eines Crowdworking Systems agiert. Mit einem Tauschgeschäft namens Blinkies für Mützen? Ja, aber nur bei Blinkies für Zugang zu Krähen, die Zugang zu Mützen haben, in der Marktforschung echt schlecht abgeschnitten hat. Wenn ich also fünf Münzen bezahle, bekomme ich eine Mütze. Du übersiehst die subtile wirtschaftliche Genialität meiner Energie. Ich reguliere den Mützenmarkt. Ah. Also willst du jetzt eine Mütze haben oder nicht? Ja, bitte. Bitte sehr. Oh. Oh, ich kann mir die noch nicht mal aussuchen. Birnenmütze. Ich glaube, ich habe eine an der Birne. Okay. Können wir das nochmal machen? Wir haben doch noch ein paar Mützen. Möchtest du eine Mütze kaufen? Ja, klar. Bitte sehr. 34. Ja, ich mache das noch ein, zwei Mal. Melonenmütze. Nochmal. Möchtest du eine Mütze kaufen? Ja, bitte. Bitte sehr. Brauchen wir diese Blinkies noch für irgendwas anderes? Oh. Okay. Die müssen wir natürlich auch alle ausprobieren, ne? Möchtest du eine Mütze kaufen? Für Fink-Blinkies. Ja, komm. Einen nehmen wir noch. Ah, Traum-Mütze. Was ist das Gegenteil von einer Kichererbse? Eine Weintraube. Ey, geh weg, Mensch. Geh weg. Okay, das reicht jetzt aber. Ah, ich kann sowieso nicht mehr kaufen, weil es gab nur vier. Okay. Gut. Dann müssen wir mal gucken. Äh, da. Die Traum-Mütze. Ein Träumchen. Okay. Äh, die? Äh, naja. Ich glaube, ich habe eine an der Bier, ne? Nö. Und was ist das da? Da? Schildkröten-Mütze? Die hatten wir, glaube ich, schon, ne? Nö. Hm. Ich nehme die Traum-Mütze. Noch mehr? Ich nehme die Traum-Mütze. Tragen. Jawohl. Eine Weintraube. Na gut. Ach, ist es nicht. Ein Träumchen. So. Aber ich war eigentlich auf dem Weg wo ganz anders hin, ne? Hier. Ähm. Ich müsste nach... Links rüber. Irgendwie. Ich könnte auch nach unten gehen. Nein, ich gehe jetzt erstmal nach links rüber. Da ist der Waschsalon. Und da müsste doch das... Hm. Dingelchen sein. Okay. Links rüber. Na schön. Links rüber. Na, dann komm mal her, du kleiner Piepatz. Kommen wir hier unten schon durch? Na? So. Ja. Fummel, fummel, fummel. Ja, aber hier... Doch, ich komme hier weiter. Okay. Dann haben wir hier tatsächlich eine Abkürzung. Hui. Okay. So. Wo ist der Piepatz? Da vermutlich drin, ne? Na, natürlich. Okay. Oder dahinter? Hm. Versuchen wir es erstmal hier. Hineinspringen. Das haben wir schon gemacht. Wo ist denn der Piepatz? Hm. Oh, das hat jetzt nicht viel gebracht. Okay. Ja, nein. Das bringt irgendwie nicht so viel. Okay. Juhu. Wo ist er denn? Hier sehe ich ihn nicht. Er hat sich nicht in der Auslegware... ...versteckt. ...da auch nicht. Und hier sind wir wieder am Seiten, Dingsi. Wo kann das viel denn sein? Ach so. Ah. Diesmal hast du keine Angst davor. Na gut. Hm. Also. Wo ist der Piepatz? Irgendwo über uns? Hm. Nee. Er im Laden, ne? Er im Laden. Na. Ja. Ja. Okay. Gut. Hm. Im Laden oder vielleicht auch davor? Vielleicht auf dieser Seite? Hier nicht. Piepatz? Wo steckst du? Warte mal, ich gehe mal rüber. Hui. Da oben? Hm. Oh, warte mal. Hier kann ich irgendwas ziehen. Was ziehe ich denn hier? Man weiß es nicht. Okay. Oh. Ups. Okay. Hm. La la la. Aber es müsste doch hier sein, ne? Irgendwo im Laden. Oder am Laden. Ich sehe nichts. Oh. Ach, Wasser. Ja, 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 ja. Hast du zufrieden hier einen Piepatz rum? Er muss hier sein. Hast du hier zufrieden jemanden gesehen? Okay. Um auf eine Immunzug zu greifen. Okay. Ja. Danke. Warte. Tust du so, als würdest du schlafen? Stell das Start. So, überhaupt nicht in Frage. Wo ist wohl das Vieh? Da oben drauf. Also hier waren wir schon zu weit weg. Hm. Da oben drauf. Äh. Oder ganz oben. Kann das sein? Oh, das ist eine Möglichkeit. Ja, das ist ein guter Call. Ganz oben, ne? Ich gehe mal nach ganz oben. Warte, wie ging das? Hier. Okay. Da sind wir schon mal noch aufgekrabbelt. Aber es wird... Two hands. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir es nochmal tun müssen. Oh nein. Okay. Nein. Wie kann ich das abbrechen? Ich kann das gar nicht abbrechen, na? So. Wir waren nicht auf der anderen Seite. Das stimmt. So. Okay. Noch sehe ich ihn nicht, aber gut. Oh nein. Oh nein. Hat funktioniert. So. Hier. Da vielleicht. Da ist der Piepmatz. Ah. Okay. So. Hallo. Na? Hallo. Da oben. Na? Hallo. Willst du mir auf dem Fliegen zuschauen? Ich bin super gut. Das bist du. Aber deswegen bitte ich hier. Dein Vater hat mich gebeten, dich zu finden und zum Zeich zurückzubringen. Ist es schon Zeit für die Präsentation? Ja. Na, diens. Okay. Na gut. Aber äh. Gibt es ein Problem? Nicht direkt. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wie ich mit dem Fliegen angefangen habe. Also weiß ich auch nicht genau, wie ich wieder aufhöre. Ach so. Ich muss jetzt leider hier oben bleiben. Juhu. Überlass das mir. Ich hole dich ruckzuck wieder runter. Okay, aber nicht zum Ruckzuck, falls es dir nichts ausmacht. Hier. Können wir das ziehen? Wir können das ziehen. Nee. Okay. So. Na? Okay, das sollte doch reichen, oder? Ja, das reicht. Super. Oh, es ist so komisch, wieder auf festem Boden zu stehen. Mh, mh, mh. Hattest du keine Angst, als du da oben fest saß? Vögel haben keine Angst vor sowas. Papa sagt uns, also wir wurden das Fliegen ins Nest gelegt. Apropos Papa, wir sollen uns so sehen, dass du pünktlich zur Präsentation zurückkommst. Ich kann ihm alles über das Fliegen erzählen. Denkst du, er hat mich in der Luft gesehen? Bestimmt so oben, wie ich war. Los gehen wir. Und dann kannst du ihn fragen. Okay. Na gut. So, hier, das haben wir schon alles angeguckt, ne? Glaube ich. Da ist noch ein Vogel. Sneaky, sneaky. Das geht von hier gar nicht mit Sneaky, sneaky. Okay. So. Ey, ey, ey. Also. Na. Da hatte ich doch auch schon das letzte Mal Schwierigkeiten. Ähm. Lass mal gucken. Wir müssen jetzt nach Süden, ne? Ja, genau. Okay. Warte mal. Wo ist hier Süden? Ist da Süden? Das ist schon mal die richtige Richtung. Okay. Alles klar. Hui. Gibt es hier irgendwas, was wir auf dem Weg dort hier noch abgreifen könnten? Äh. Ja. Nicht so wirklich, ne? Okay. Da durch. Na schön. Fliegende Katze im Anmarsch. Oh. Ich komme bis dahin? Oh. Ich komme nicht bis dahin. Okay. Upsi. So. Hier drunter durch. Es ist versperrt. Ich kann es nicht fassen. An der Stelle waren wir doch schon mal, oder? Miau. Ja. Und ich bin auch in der voll falschen Richtung unterwegs. Ne. Moment. Hier ist richtig. Okay. Also. Hier drüben war doch, glaube ich... War hier nicht die Sache mit dem... Ja. Da war ein Wauzi. Da kommen wir nicht hin. Doch. Kommen wir hin. So. Von hier. Doch. Ne. Da komme ich nicht weiter. Riechen. Ja. So. Genau. Und hier sind wir jetzt da drin. Wie laufe ich die Richtung? Ich bin voll falsch gelaufen. Okay. Ein Orientierungssinn wie... Meine Güte. Zur Blüttung aus dem fahrenden Bus zu gucken. Okay. Toll. Ich laufe mal eben zurück. So. Kriechen. Okay. Äh. Hier ist doch alles Tutti, ne? Ja. Das sieht so... Äh. Gut. Jetzt aber. Darunter. Darunter. Und dann... Genau. Ja. Okay. Alles klar. Darunter. Nein. Halt. Was war das denn? Reden? Hallo? Ne. Warte. Das andere X. Hey. Dieses Mal funktionieren die Portale sogar mit dem richtigen Ausgang. Das ist cool. Moment. Das heißt, ich kann mich schneller bewegen in der Stadt? Das ging schnell. Es wäre noch schneller gegangen. Aber es hat einen kleinen Raum und Zeitvorfall gegeben. Naja. Kein Grund zur Sorge. Wie klein. Im Verhältnis zum gesamten Multiversum war es absolut unbedeinander. Nur eine klitzekleine Reihe von Wasserrohrbrüchen, die aus der Zukunft des anderen Universums in die jüngste Vergangenheit dieses Universums gefallen sind. Moment. Äh. Kam etwa da das ganze Wasser her? Ich hatte hier ja auch eine Raumzeit verwendet, obwohl ich eine quadratische Raumzeit hätte für benutzt. So ein lächerlich, oder? Willst du es mal versuchen? Ich brauche eine Versuchspat... Hm. Ein Kumpel. Ja. Diese drastische Raumzeit ist so sicher, oder? Äh. Okay. Quadratische Raumzeit. Obwohl eine drastische Raumzeit bestimmt auch sehr interessant wäre. Sind die beiden denn jetzt sicher? Ich denke schon. Wenn wir das jetzt zum Laufen bringen, kannst du damit schnell durch die Stadt reisen. Cool. Ich bin dabei. Sag noch nicht nein. Lass du mich erst mal ausreden. Aber ich habe doch Ja gesagt. Zuerst einmal gibt es... Moment, was? Ich habe Ja gesagt. Nicht jetzt. Ich bin neugierig. Juhu. Das ist ja so aufregend. Du wirst es nicht bereuen. Brauchst du wieder Federn. Diesmal nicht. Die erste Reise war so kurz, dass nicht alle verbraucht wurden. Ich habe noch einen übrig. Springe rein. Oh, und es ist sicher für Enten und Küken. Pass nur auf, dass die Kleinen sich gut festhalten. Also gut. Dieses Mal wird es funktionieren. Mehr oder weniger. Okay. Und jetzt... Äh... Kann ich wenigstens auswählen, an welcher Stelle ich rauskommen soll. Okay. Guck. Äh. Was? Na sowas. Du bist wieder... Wieso bist du im Busch gespawnt? Was ist denn da los? Na sowas. Du bist wieder da. Ich dachte, ich hätte dich verscheucht, als ich am Fenster hochgesprungen bin. Das ist der Hund von ganz von Anfang. Ach, du warst das. Meine Güte. Du hast mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich bin immer so aufgeregt, wenn jemand zu Besuch kommt. Oh, du bist ein Hund, oder? Ja. Nö. Der super, der duperbeste Hund überhaupt. Das sagt man Mensch immer. Es ist schön, dich richtig kennenzulernen. Ich wusste gar nicht, dass super duperbester Hund ein offizieller Titel ist. Ah, vielleicht kennst du mich unter meinem anderen Titel. Der knautschigste Knautschkartoffel oder der flauschigste kleine Stinkgarten. Äh, Besitzer, ich bin der knautschigste... Nein. Letzteres vielleicht nicht. Na ja, kommt drauf an, wie man es verkauft. Hm, ich, äh... Moment mal. Sagtest du etwa knautschigste Knautschkartoffel? Aber hallo. Mein Mensch nennt mich auch so. Donner, bitte. Dann muss dieser Preis mehrere Tierkategorie haben. Ich freue mich darauf, eine andere Kartoffel zu treffen. Äh, ich mich auch. Jedenfalls war es toll, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hey, geh nicht weg. Es ist etwas passiert. Kannst du mir helfen, kleine Kartoffel? Wobei brauchst du Hilfe? Ich habe meine Bälle verloren. Ah, die Tennisbälle. Lass mich raten. Äh, meine... Ja, meine Tennisbälle. Komm her, dann zeige ich es dir. Diese kleinen Entfäule können auch mitkommen. Ich werde nie im Leben mit dieser Quest fertig werden. Oh, hey, aber wir sind am Anfang. Da ist doch... Ja, hier. Wo ist er? Da ist er. Okay. Hi. Oh, meine Güte. Na, deine Herrchen werden sich echt freuen. Halt, können wir uns erstmal umgucken, bitte? Da. Nickerchen machen. In der Hundehütte. Für eine Katze das Beste. Katzenschrümmer 4 von 7. Na, siehst du? Oh. Okay. So, das reicht aber, ein Nickerchen. Haben wir hier denn noch mehr? Das da sieht doch aus wie... Guck mal, ist das... Nee, das ist nix. Ähm, muss ich nicht auch noch Sachen runterwerfen? Na? Das scheint nicht zu gehen. Nee, scheint nicht zu gehen. Okay. Hier irgendwie... Nein, äh, kann ich erst gar nicht antatschen. Okay. Okay. So. Das da sieht verdächtig aus. Ja, hier, da ist ein Ball. Hö. Also, was möchtest du? Reden. Sieh mal, kleine Bälle. Ja, ich erkenne es. Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber... Sind sie nicht direkt hinter dir? Was? Oh, ah, die? Nein. Das sind nur meine normalen Lieblingstennisbälle. Mir geht es um meine ganz besonderen, allerliebsten Lieblingstennisbälle. Da besteht ein großer Unterschied. Was ist mit ihnen passiert? Oh, also, es ist so. Tanuki hat mir ein Geschenk gebracht. Könnt ihr mal aufhören? Okay, ich habe zu viele Vögel gefangen. Jetzt fangen die an, auf mich zu zählen, ne? Äh, ah, lass mich raten. Es gab einen Zwischenfall. Nicht sofort. Äh, war so cool. Man konnte Tennisbälle in die Maschine legen und sie hat sie für mich geworfen, während mein Mensch auf Arbeit war. Das klingt wirklich schön. Es war perfekt eine Zeit lang, aber, ähm, äh, eines Tages hat sie die Maschine rebelliert. Die Bälle flog überall hin und dann fing sie am besten zu brennen an. Die meisten habe ich wiedergefunden, aber meine drei allerliebsten Lieblingsbälle fehlen noch. Und die Maschine? Ich habe sie verbundelt, aber sag es bitte nicht, Tanuki. Sie wäre so traurig. Ähm, und kannst du mir bitte, 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 bitte helfen, meine Lieblingsbälle zu finden? Ich wäre sie so dankbar. Na klar, aber wo kenne ich sie, dass es deine Lieblingsbälle sind? Sehen nicht alle Tennisbälle gleich aus? Überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich alle leicht von einem der Geruch, der Geschmack, die Textur, die Persönlichkeit. In dem Fall bin ich mir nicht sicher, ob ich die Lieblingsbälle vom Rest unterschreiben kann. Naja, meine Lieblingsbälle haben außerdem noch bunte Regenbogenstreifen. So wie der da. Das ist doch mal eine Beschreibung, mit der ich arbeiten kann. Sonst kriege ich sie. Soll ich sie hier hinbringen, wenn ich sie finde? Na bitte, leg sie einfach in das Loch vor mir, dann kann ich sie gut bewachen. Wird gemacht, große Kartoffel. Du bist der Hammer, kleine Kartoffel. Okay. Bring dem Hohle. Ich bekomme nie dazu, die Küken zurückzubringen. Ich komme nie dazu. Alt. Nein. Äh. Warte. Alt. Äh. 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 Los, mach. So. Eins. Ah, einen haben wir. Okay. Hm. Hier drüben war... Das ist nur ein normaler Tennisball. Ne, 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 ne. Kommen wir nicht in die Quere. Ich versuch's mal, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ah. Warte. Äh. So. Jetzt. Na. Okay. Weg. Geh weg. Hier. Hallo? Hallo? Alter. Nee, ich krieg den Tennisball. Das ist gar nicht da rein. Geh weg. Ich brauche das gerade für was anderes. Ne. Okay. So. Jetzt ist er ganz weg. Und jetzt? Nein. Das ist gar nicht so... Nee, guck mal. Er stoppt hier. Nee. Das ist keiner von den richtigen Tennisbällen. Ich brauche einen anderen. Äh. Okay. Na gut. Ich glaube, hier zwar schon drin... So. Da riecht doch was. Ich glaube zwar hier schon drin gesucht zu haben. War da nicht irgendwas da oben drauf? Und wir können doch jetzt höher springen, ne? Höher, ja. Aber auch weiter? Hm. Lass uns mal probieren. Hm. Ja. Klingelingeling. Ist da drüben einer? Nee. Das machen die doch extra. Das kann mir doch keiner erzählen. Ähm. Okay. Der Tennisball ruckelt da noch vor sich hin. Was ist hier? Ah nee. Da oben ist es nur ein Blinky, ne? Da oben! Da ist einer! In dem Vogelnest! Okay. Da müsste ich hin. Okay. So. So. Komme ich an das Blinky ran? Nein. Gerade eben nicht. Ach. So. Okay. Ich sehe nichts mehr. So. Uiuiuiuiui. Da ist auch noch einer. Äh. Von drüben, ne? Warte mal. Komme ich da hoch? Rüber? Ah. Das geht gar nicht. Mist. Ah. Ui. Komm. Nein. Ach. Mist. Aber hier. Hier. Nee, nichts aufheben. Ich möchte da hochklettern. Okay. Ich packe den mal beiseite, weil irgendwie stört der. So. Das ist nicht das richtige E-Fall, ne? Vielleicht schaffe ich es hier rüber, über die Hunde. Wie wäre das denn? So. Und dann hier hin. Und jetzt da oben hoch. Klasse. Das hat geklappt. Und dann... Okay. So. Ja. Okay. Der ist schon mal weg. Aufheben. Dorthin. Alter. Ach. Hier hätte ich auch hochklären können. Toll. Naja. Wir haben es auch an das hin gekriegt. Warte mal. Bisschen näher ran. So. Okay. Hier oben hin. Oh. 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 Das ist ja traurig. Oh. Na? Oh. 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 Oh, was... Was... Nee. Oh, nee. Oh. Oh. So was. Wie konnte das passieren? Komme ich hier... Komme ich denn jetzt da... Da hin? Das sieht doch super aus, oder? Das sieht super aus. Ha. 26. Höhöhöh. So. Na denn. Hui. Fliegende Katze im Anmarsch. So. Jetzt hier... Ach, die liegen da freundlicherweise auch schon ganz richtig. So und so. Yeah. Du hast es geschafft. Bring dem Hund seine Debelle. Kleine Kartoffel. Danke. Vielen Dank. Zum Belohnung gibt es ein offizielles kleines Kartoffelkostüm. Was? Ach. Schiebermütze. Okay. Für meinen Freund der großen Kartoffel. Danke. Okay. Komm. Die müssen wir jetzt unbedingt mal aufsetzen. Wie ging das? So ging das. Okay. Wo ist die Schiebermütze? Ne. Das ist sie nicht. Da. Ne. Doch. Das ist sie. Tragen. Ja. Finde ich super. Okay. Er ist unser Best Buddy. Das machen wir jetzt so. Müsste ich nicht auch noch Fotos machen? Jetzt wurde gerade so... Ja. So. Vielleicht. Foto machen. Cool. Ich bin gespannt, wo die gespeichert werden. Okay. Haben wir es, ne? So. Können wir uns jetzt endlich wieder auf die Suche machen? Nach den anderen Viechern. Äh. Okay. Ja. Einfach nur die Straße entlang, ne? Na schön. Hier kommen wir aber gar nicht durch. Hier kommen wir gar nicht durch. Doch. Warte. Wir kommen hier durch. Natürlich kommen wir durch. Hopp. Hopp. Ja. Super. Okay. Und dann da rüber. Hui. Na. Das war jetzt mal sowas von unnötig. Hopp. Hopp. Gut. Viecher. Ihr kommt mir doch nach. Bin ich richtig? Ich bin doch auf dem richtigen Weg. Ast rein. Kann ich mal kurz bemerken, wie mega niedlich das hier ist. Oh. Ja. Okay. Okay. Die kleinen Vögel auch. So. Was sollen wir denn alles machen? Also kehre. Genau. Führe das wieder zusammen. Kann ich das eigentlich markieren? Nee. Das geht leider nicht. Okay. Dann probieren wir es doch mal weiter. Oh. Hier müssen wir noch einiges einkaufen. Ne? Ähm. Ich gucke gerade in die falsche Richtung. Wir sollten in die andere Richtung abbiegen. Da gibt es noch eine Menge zu entdecken. Da gibt es noch eine Menge zu entdecken. Da war ich überall noch gar nicht. Machen wir noch. Nun gut. Erstmal diese Geschichte. Ich würde die kleinen Racker gerne mal wieder loswerden. So. Irgendwie dorthin. Wiii. Oh. Das hat es ja mega gebracht. Okay. Ähm. Da hinten. Guck mal. Wir könnten jetzt mal versuchen. Obwohl eigentlich ist es egal. Hier. Guck mal. Da ist ein Kumpel von euch. Interessiert ihr jetzt nicht so dringend? Ähm. Komme ich hier weiter? Ich hoffe doch. Warte. Na. So. Ja. Genau. Gut. Dann lass doch mal sehen. Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Ich bin. Aber ich könnte ein bisschen Richtung Süden abbiegen. Warte mal. Wo ist denn Süden? Oh nein. Da steht der Hund. Deswegen kommen wir da noch nicht vorbei. Alter. Das ist jetzt blöd. Da. Guckst du? Hm. Okay. Ich muss hier einen Weg um ihn herum finden. Gibt es einen Weg? Da gibt es keinen Weg drumherum. Ihr könnt doch. Wui. Ja. Genau. Ihr könnt doch fliegen. Für euch soll das kein Problem sein. So. Hier. Oh. Hallo. Guten Tag. Wui. Hm. Na gut. So. Hier. Ja. Äh. Da ist es doch. Hahaha. Hier sind wir doch gar nicht gewesen. Oder? Hallo. Komm. Lass uns rum. Xen. Oh. Ne. Nicht das. Das andere X. Oh. Okay. Hat die mich jetzt auch fotografiert? Weiß ich nicht. Okay. Also. Hier. Hallo. Was machst du denn da? Spielst Videospiele? Äh. Was spielst du denn da? Das sehe ich. Okay. Gut. Alles klar. Bevor wir an das rangehen. Guck mal hier. Wir sollten nur noch eine andere Sache machen. Ja. Ja. Tut mir leid. Das muss ich vorher machen. Gibt es hier eine Station. Da oben. Das ist aber ein sehr wildes System. Ja. Hier piept hier rum. Und das da mit dem Strom ist auch spitze. Hier. Guck mal. So. Da gibt es ein paar Blinkys für. Ich würde gerne Blinkys sammeln. Ich habe so den Eindruck, wir werden noch mehr Blinkys sammeln. Okay. Hallo. Hüpf. Okay. X. Ich könnte es natürlich auch erstmal alles unterschubsen. Egal. Wir rollen. Nein. Jetzt. Ey. Hallo. So. Yeah. Komm. Einen brauchen wir noch. Einen müssen wir noch. Böö. Hui. Man kann sich jetzt schon ganz schön hochspringen. Was ist das da oben? Das ist doch ohne Zweifel ein Hinweis. Aber wir werden garantiert da oben drauf müssen. So. Hier. Ihr habt alle Blinkys. Cool. Juhu. Komm. Lass uns schmusen. No. Hi. Na. No. Was? Nicht? Mau. No. Okay. Gut. Jetzt aber. Ist da oben drauf auch noch ein Linky? Wir quatschen hier mal. Na. Guck mal. Was sehen wir uns da an? Eines der besten Spieler aller Zeiten. Äh. Bist du nicht dafür schon... Bist du dafür schon alt genug? Mein Papa nennt mich immer eine gute alte Seele. Hm. Abruf. Dein Vater hat mich gebeten, dich für die Präsentation einzusammeln. Okay. Ja. Das war einfach. Es muss doch einen Haken geben. Ich gehe sobald nichts mehr über den Bildschirm... Oh. Flimmert. Ach du je. Dabbing. Und wie lange dauert das noch? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist schon eine Dauerschleife. Also, das hört vielleicht nie auf. Ha. Ha. Aber wenn der Bildschirm dunkel wird, versprichst du zu deinem Körper zurückzukehren? Kückenieren, Wort. Bitte. Okay. Wir sollen irgendwann... Guck mal. Deswegen tropft es da auch so komisch. Wir sollen irgendwas mit der Elektrik machen, ne? Äh... Okay. Lass uns mal gucken, was ich damit anfangen kann. Jut. Habe ich doch gesagt, dass wir da oben drauf müssen, ne? Titi. Da ist auch noch ein Blinky. Das führt uns auch noch mal in die richtige Richtung. So. Äh... Da wohl nicht nach, aber da oben vielleicht. Moment. Hier hin. Was ist das denn? Oh, hm. Fallen lassen. Fallen... Kannst du euch fallen lassen. Super. Ziehen. Äh... Äh... Okay. Oh, das tut mir ja so leid. Oh. Das ist mir ja so unangenehm. Warte, ne. Ich möchte da... Oh, 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 oh. Gehen wir nach... Oh, bitte. Höh. So. Komm ich da rüber? Ne, komm ich nicht. Hä? Hä? Äh, äh, äh. Ich komm da nicht hoch. Ich würde gerne da auf das da gehen. Oh, oh, oh. Das hat nicht... Ah, ich seh schon. Hallo. Wow. Sollen wir die Wände... Was? Sollen die Wände sich so doll bewegen? Äh. Guck mal, das... Hier hat ja einen Stirn da dran. Und... Ah. Keineswegs. Oh, wenn ich blitze, sehe ich sie in Liederformen. Ich glaube, eine Auszeit von Bildschirmen ist eine sehr gute Idee. Sollen wir dich zurück zu deinem Papa bringen? Okay. Ich kann mir von den neuen Kommus berichten, die ich bei M. Billson gesehen habe. Lass es los, watschen. Sehr gerne. Aber ich muss, glaube ich, noch mal was machen. Ich glaube, ich muss das hier noch machen, ne? Ja. Ja, dringend Hut. Okay. So. Ja, 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 ja. Gibt es da noch mehr? Das war erstaunlich einfach. Macht mich ein bisschen nervös. Okay. Ist aber nichts. Hui. Fliegende Katze voraus. So. Alles klar. Den haben wir geschafft. Hm. Ja, jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch gerade rausgehen, ne? Und da soll ja auch ein Fisch sein. Ich würde aber auch gerne noch mal gucken, ob es hier sonst noch was gibt. Äh, voraus. Ah, vielleicht gehen wir doch. Hi. Na, moin. Ja, Vögel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr sammeln, ne? So, hier. Guck mal, hier sind wir, glaube ich, sind wir hier schon gewesen? Ich bin nicht sicher. Es kommt mir jedenfalls nicht bekannt vor. Was ist denn das da oben für ein Dings? Was ist das denn? Was? Das ist doch eine, äh, Dings. Wie heißen die noch? Eidechse. Hm. Hallo. Na? Oh. Oh. Ja. Oh. Nein, ich kann mir kein Bein stellen. Juhu. Na, möchtest du auch schmusen? Oh. Das tut er... Uh. Das war jetzt ungünstig. Ups. Okay. Schade. Und schon ist es vorbei mit der Freude. Hey, da ist ja die Kran... Ah. Ja, 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 ja. Okay. Jo, was geht ab? Reden. So. Möchtest du eine Mütze kaufen? Sie kostet 10... Boah. Das ist aber teuer geworden. Ja, bitte. Ja, bitte. Bitte sehr. Bitte sehr. Danke sehr. Was haben wir denn da? Hasenmütze. Was für große Löffel ich habe. Damit kann ich noch besser hören. Die müssen wir gleich noch aufsetzen. Warte, 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 warte. Ich finde die Mütze von ihm cool. Ich kann den Hund förmlich vor mir sehen. Da. Also, ist schon cool. Damit kann ich noch besser hören. Die hätte ich gerne. Ja. Ist das bekloppt. Meine Güte, ist das bekloppt. Ja, ich möchte noch eine Mütze kaufen. Sie kostet 10... Ja, ja, ja. Genau. Bitte sehr. So, was kriegen wir jetzt? Okay, gut. Ja. Axolotlmütze. Aha. Ich bin ein kleines Axolotlmütze in einer großen Stadt. Okay, gut. Da fehle jetzt ruhig zu, aber okay. Möchtest du mal eine Mütze kaufen? Sie kostet... Ja. Bitte sehr. Bitte sehr. Wie viel haben wir eigentlich noch? Oh. Die hat auch was, ne? Hm. Panda-Mütze. Damit sollte ich etwas schabernackt treiben. Das wird das reizte Pandamonium. Hm, hm. Eine haben wir noch, ne? Möchtest du mal eine Mütze kaufen? Oh, nein. Ich habe... Was? Ich meine, ich würde sagen, was. Ich habe nicht genug Blinkies. Oh. Das ist aber ungünstig. Aber guck mal. Da ist das Vieh drin. Und da oben habe ich da nicht eben... Ah, wir kommen direkt rein. Da oben, guck mal. Da ist so ein Dingsi. Äh. Oh, nein. Wir legen erst mal ein Nickerchen ein. Auf jeden Fall. Da oben ist auch noch eine Ente. Jetzt wird der Pöter gescannt. Hast rein. Na, super. Fünf von sieben. Oh. Na, und? Es kommt ganz wenig da raus. Ich gehe mal lieber schnell weg. Das ist doch nicht zu fassen. Hui. Na? Hier gibt es ja Atamino Banana. Aber sonst gibt es... Da oben ist auch noch eine Ente. Brauchen wir die Gummi... Das ist jetzt... Das ist jetzt die zweite Gummiente. Juhu. Na? Ich dachte, ich mache hier mal ein bisschen dummes Zeug. Da hinten möchte ich hin. Ich will hier anderen Mützen haben. Hui. Wie komme ich da rüber? So? Ja, passt. Boah. Okay. Das hat funktioniert. Äh. Komme ich dann da auch hin? Nee, da komme ich nämlich gar nicht hin. Hm. Komme ich da rüber? Da drauf? Hier gibt es nichts. Oh, warte mal. Da können wir doch erstmal reinspringen. War das nicht auch irgendwann das? Ab in die Kiste. Genau. Ja, war auch irgendwie so ein Dingsi. Okay. Gut. Oh, je, 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 je. Da ist ein Fisch. Da ist... Was ist das hier? Wieso? Ach, ich komme da nicht vorbei. Weil der da an ist. Das... Nee, 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 nee. Das machst du ganz prima. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Warte mal. So. Den gehen wir erstmal aus der Reichweite. So. Okay. Das sollte man reichen, ne? Das sollte man... Ich komme da gar nicht hoch. Oh, nein. Ich glaube... Was? Warum geht das nicht? Hä? Irgendwas ist hier komisch. Oh. Hat sie mich gesehen? Oh, sie hat mich gesehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Mist. Ne. Wir versuchen es nochmal. Sie schmeißt mich raus. Ich glaube, ich spinne. Guck mal, da gibt es sogar Katzen... Unanständige Katzen... Dingsis. Äh. Das kannst du aber mal knicken hier. Juhu. Okay. Wohin muss ich den ziehen? Vielleicht reden wir erstmal mit dem Vieh. Sieh mal, ich habe einen Teich für mich ganz alleine. Bist du sicher, dass das ein Teich ist? Ich bin eine Ente. Mit Teichen kennen wir uns aus. Ich bitte um Entschuldigung. Aber ich glaube, es wird Zeit, den Teich zu verlassen. Dein Vater hat mich geschickt, um dich für die Präsentation abzuholen. Aber ich will noch nicht noch ein bisschen im Wasser. Nur noch eine Minute. Ach. Was? Wie hältst du das so aus? Wasser? Es ist so kalt und nass. Igitt. Moment. Heißt das, du kannst mich erst mitnehmen, wenn ich nicht mehr im Wasser bin? Ah. Au. Juhu. Ich bleibe für immer im Teich. Das hätte mir klar sein müssen. Hm. Es muss doch einen Weg gehen, das Küchen... Äh, ja. Aber sowas von... Pass mal auf. Das regeln wir jetzt. Dafür haben wir das alles so gedacht. Oh. Ja. Äh, äh, äh. Ich bin gar nicht hier. Exit. Au. Rums. So. Kann ich... Hm. Das schieben kann ich nicht so gut. Warte mal. Hä? Wieso geht das nicht? Jetzt bin ich dran, ne? Okay. Pass mal auf. Dann ziehen wir das Dingchen nämlich hier hin. Geh mal kurz beiseite. Küchis. Küchis. So. Und jetzt... Fegen wir den einfach da. Ja. Hm. Das war so cool. Hm. Danke. Hoffentlich bist du nicht enttäuscht darüber, wieder auf dem Trockenen zu sein. Nee. Ich wurde schon ein kleines bisschen müde und ein großes bisschen hungrig. Oh. Vielleicht hat Papa ja es nix. Du kannst ihn bei der Präsentation fragen. Ich habe die Präsentation ganz vergessen. Dort kann ich allen von meinen Schwimmabenteuern erzählen. Gehen wir, Kätzchen. Irgendwann nicht ganz. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wie du seht. Wie du seht. Erst after we... Äh. Haben das hier gelöst. Okay. Das geht nicht. Ich komme nicht so hoch. Das ist sehr bedauerlich. Oh. 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 Ah. Okay. Und zum Hochkleinern gibt es hier natürlich auch nichts. Also ich muss erst da hin. Hm. Vielleicht kommen wir da hinten rüber. Wie wäre das? Nee. Geht auch nicht. Nee. 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 Ah. Toll. Okay. Also hier oben kam ich doch... Ja. Spitze. Da oben kam ich drauf. So. Das hat funktioniert. Knapp an den Rand. Und dann geht das da hin. Das ist schon mal gut. Wo komme ich denn da oben drauf? Warte mal. Wie weit komme ich nach vorne? Äh. Vielleicht fahre ich runter. Nein. Das reicht nicht. Ach so Mist. Ah. Das genügt nicht. Wo muss ich denn hin? Hm. Wie komme ich da oben rüber? Guck mal. Da hinten. Da ist ein Durchgang. Wie komme ich denn da in diesen Lüftungsschlitz hinein? Das ist doch ein Durchgang, oder? Was macht denn der Vogel hier drin? Der hat hier nichts dran zu suchen. Pass auf. Da ist auch ein Durchgang. Irgendwas ist mit dem Durchgang, ne? So. Das ist garantiert ein Durchgang. Das geht nicht. Geh weg, Mensch. Okay. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Warte. Ich kriege es hin. Ja. 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 Ich kriege es hin. Okay. Alles klar. Cool. Ha. 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 Nein. Wir werden auch noch den Fisch holen. Köpsching. Oh. Wie konnte das passieren? Was kann ich denn hier rumixen? Da. Guck mal. Wir sollen hier sein. Wir sollen definitiv hier sein. Vier. Wieso habe ich nur so wenig Kohle? Hallo? Da geht es auch noch weiter. Gucken wir erstmal hier. Damit ich den einsammeln kann. So. Wieso habe ich nur so wenig Kohle? Ich bin sicher. Ich habe schon. Ich sammle doch immer, immer, immer. Ah. Hier. Guck mal. Wir sind im Ba... Oh. Das tut mir sehr leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Okay. Zack. Ba. Na also. Hat aber nichts gebracht. Hui. So. Hier. Wir sind in der Toilette ernsthaft? Oh. Einmaler Hut. Ja. Oh. 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 Unikiri. Mütze. Was? Äh. Kawaii. Ich bin unerreißbar. Hm. Okay. Nein. Die setzen wir jetzt aber nicht auf. Okay. Gibt es hier noch mehr? Nee. Was? Was ist das für ein Geräusch? Das sieht doch ganz gefährlich nach einem Schalter aus, ne? Warte mal. Kann ich da dran springen? Kann ich nicht. Nee. Da oben. Da geht es bestimmt raus. Ich bin sicher. Ich weiß. Wir sollten noch zurückgehen. Okay. Ich gehe mal zurück. So. Hui. Ums, um, 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 um. Bonanza. Hier war aber weiter nichts, ne? Ein Fisch wartet auf uns. Und? Die Dinger warten auch alle auf uns. Ja. Das sind 15. Damit kommen wir klar. Hier kann ich ihn sie mal ablenken. Ich möchte den Fisch haben. Jetzt geht sie da hin. Los. Noch ist sie nicht auf. Jetzt ist es. Warte, 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 warte. Hui. Fisch ich einen weiteren lecker Fisch. Jetzt kannst du noch höher klettern. Ja, jetzt ist es mir auch egal, dass sie mich rausschmeißt. Ja. Naja. Danke für die Fahrt. Danke sehr. Oh. Okay. Alles klar. Oh, ich hätte das schon mal wegdrücken können, ne? Okay. Reden. Wir können uns noch die Mütze kaufen. Sie kostet 10. Ding, sie ist. Ja. Bitte sehr. Okay. Danke. Und. Fisch. Kleiner. Ding, 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 ding. Okay. Sollen wir die mal ausprobieren? Ähm. Wo ist sie denn? Also die, die, ne. Ich finde ja schon. Wir proben sie mal aus. Äh. Ja, genau. Und wenn du gehst, kommt das super. Nee, wisst ihr was? Es sieht klasse aus, aber ich bleibe bei dem, beim Hasen. Genau. So. So. Kinders. Ihr müsst zurück, ne? Können wir hier irgendwas noch, noch erforschen? Ich würde ja echt da oben gerne mal hingehen. Aber. Wir haben doch auch noch diese Quest mit der Eidechse, ne? Kann ich? Ich bin sicher, die wird uns da noch hinbringen. Zack. Ja. Ach, bin die Kiste. Äh. Äh. Okay. Haben wir gemacht. Hey. Na. So. Den greife ich auch noch auf. Sechs Stück. Das ist ja enttäuschend. Ah. Mal gucken. Was haben wir hier noch? Das sieht aus wie etwas, an dem wir hochkommen. Was ist das denn? Es gibt hier einen Eidechsen-Shop. Einen ganzen Shop für Eidechsen ist nichts weiter. Lass uns da mal reingehen. Jetzt bin ich neugierig. Okay. Da oben ist ne Kiste. Okay. 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 Ich brauche ohnehin eine neue Position. Oh. Was ist da denn los? Was passiert hier gerade? Ne. Warte. Ich hole erst die Sachen. Äh. Ja. Was ist da los? X. Und da oben? Das sieht auch zum Umlaufen aus. Komme ich da hin? Hm. Da drüben, ne? Ja. Okay. Kannst du hier mal kurz... Genau. So nehme ich. Was macht das da? Da ist ein Vogel entwischt. Okay. Äh. Warte. Ich gehe... Ne, 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 ne. Ich gehe erst da rüber. Ich möchte erst die Blinkies einsammeln. Äh. So. Okay. Die wird rumgeixt. Oh. Das ist jetzt aber wild. Okay. So. Äh. Okay. Die sind ganz schön schwer. Oh. Doch nicht. Oh. Wie konnte das passieren? Oh. Katzensachen eben noch. Was ist das da? Nickerchen machen. Ach was. Okay. Oh. Katzenschlummer. Sechs von sieben. Oh. Komm, davon machen wir mal ein Foto, ne? Wie geht das noch? So. Genau. Okay. Äh. Ja, okay. Schön ist anders. Aber gut. Gut. Reicht. Vielen Dank. So. Aufstehen, Schlafmütze. Wir haben Blinkies zu sammeln. Oh. Nein. Nein. Oh. Das wäre aber beinahe in die Hose gegangen. So. Zack. Das ist nicht kaputt gegangen. Was mache ich denn jetzt? Doch. Äh. Es ist... Okay. 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 Alles klar. Oh. Ich hab's angequatscht. Hi. Äh. Dein Mensch scheint beschädigt zu sein. Ist alles in Ordnung? Ach. Nicht wirklich. Meine Schwester am Moon ist nämlich weggeflogen. Was? Äh. Das klingt ernst. Bis dahin ist eigentlich noch alles normal. Sie fliegt gerne draußen rum und bringt jedes Mal Geschichten aus der Nachbarschaft mit. Heute schien es besonders sicher zu sein. Auf der Straße sind keine Autos unterwegs, weil die Menschen die undichten Rohre reparieren müssen. Ah. Verstehe. Das erklärt, warum die Straßen so näher sind und so nass. Wie geht's? Aber das ist halb so wild. Das Problem ist, dass Ramon vorhatte, gegen eine Katze zu kämpfen. Was? Oh oh. Du sagst es. Letzte Woche hat sie ein Gekko gegen... Gekko? Gegen Boss Katze Film Marathon eingelegt. Und will seitdem gegen eine Katze kämpfen. Ich dachte, sie meint einen Spielkampf. Also habe ich vorgeschlagen, ich könnte die Boss Katze sein und sie Gekko. Aber sie möchte wohl gegen eine echte Katze kämpfen. Du bist keine echte Katze? Oh nein. Ja, eben. Bist du keine echte Katze? In ihren Augen nicht. Ich bin nur der große Bruder, der sie gewinnen lässt, wenn wir die Gekko spielen. Sie hat sich eine richtige Herausforderung gewünscht. Mit einer echten Katze? Kannst du dir das vorstellen? Ich wollte gerade nachher suchen, aber unser Mensch hat den leeren Vogelkäfig bemerkt und... Naja, du siehst ja, was passiert ist. Meine Schwester und mein Mensch brauchen mich beide. Wie soll ich mich bloß entscheiden? Das passt so nicht. Ich sehe mich sowieso in der Gegend um. Also kann ich nach Ramon Ausschau halten. Ramon? Das wäre aber sehr nett von dir. Kein Problem. Sag mir einfach, wie sie aussieht. Kennst du diesen blauen Vögeln, die man auf der Straße ist? So einer ist sie, aber leuchtend gelb. So schnell und extrem quirlig. Quirlig. Äh, okay. Was mache ich, wenn ich sie gefunden habe? Buh, gute Frage. Lass mich nachdenken. Eine Minute später. Ah, ich habe es. Der perfekte Plan. Ramon kennt dich nicht. Also wird sie sich für eine echte Katze halten. Ähm, ich bin eine echte Katze, falls du das noch nicht bemerkt haben solltest. Ja, okay. Und wenn du sie einfach einfängst und wieder entwischen lässt, ist es, als hätte sie gegen eine echte Katze, Bosskatze, gekämpft und gesiegt. Sie wird sich so freuen. Äh, ich war doch nie der Boss von irgendwas. Ja, das klingt nach einer Menge Spaß. Ramon hat eine blühende Fantasie. Du wirst dich köstlich amüsieren. Sie fliegen gerne vor dem Laden die Straße entlang. Super, ich meine, Ramon eben nur nach Hause. Äh, ich meine, gegen die Bosskatze hat's geguckt, keine Chance. Danke, Bosskatze. Okay. Bosskatze ging... Ach, du liebe Zeit. Gut, halt, wir haben ja noch ein paar Sachen aufzusammeln, ne? Nicht, dass ich die noch vergessen tue. Wir scheinen ja ein bisschen mehr Kohle hier zu brauchen. Ah! Oh, Godzilla ist in der Stadt. Godzilla ist in der Stadt. Und Godzilla hat Dinge vor. Ja. Ja, ich mache die ganze Stadt kaputt. So, ja, ja, ja. Bäh. Bäh, bäh, bäh. Alles kaputt, alles kaputt, alles kaputt. Ihr kleinen Menschlein. Oh. Okay. Gut, cool. Aber das ist wieder Zeit. Oh, nee. Ich liebe es. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht, deswegen muss ich das häufiger mal sagen. Ich liebe es. Ähm, guck mal, das steht doch... Den habe ich ja eben gar nicht gesehen. Ist das nicht so ein... Ach, was soll's. Wir kümmern uns mal um... Naja, du weißt schon. Es tut mir aber leid. Können wir irgendwas mit dem... Mit dem Menschen anfangen? Juhu! Na, ich bin eine ganz liebe, liebe Hauskatze. Ey. Okay. Dann nicht. Gut. So. Der Vogel soll hier direkt sein, sagst du? Da sind blaue Vögel. Ja, ist irgendwas leuchtet. Aber das ist auch ein blauer Vogel, ne? Ja, das ist auch ein blauer Vogel. Okay. Da. Und ihr... Wisst ihr was? Wir werden erstmal euch entlein los hier. So. Genau. Wo musst du denn hin? Wir sind doch schon in der Nähe. Wenn ich hier jetzt einfach den Weg weiter verfolge, dann kommen wir doch zum Taj Mahal. Das sollte doch genügen. Äh, okay. Genau. Hier entlang. Warte mal. Sollte ich nicht hier irgendwie... Nein, nicht das andere X. So. Ja, wir brauchen Kohle. Ich brauche die Kohle. Ich bin hier und brauche die Kohle. Ja. So. Und da ist auch einer drunter. Heiner. Das hat sich ja mega gelohnt. Na denn. So. Da ist er ja schon. Ach, guck. Da wird sich aber jemand freuen. Juhu. Stell dir vor, was passiert ist. Guck mal. Ein, zwei, drei und vier. Das sind alle. So eine Erleichterung. Ich war schon kurz davor, in Panik zu geraten. Führ die Familie wieder zusammen. Alles ist gut, Papa. Mir geht's am besten. Das stimmt nicht. Stimmt doch. Nö, nö, nö. Ja. Kinder, bitte achte. Auch euch geht's doch allen gleich gut. Es war schön, euch alle kennenzulernen. Oh, Kinder. Habt ihr euch schon bei dem netten Kätzchen für die Hilfe bedankt? Dankeschön. Danke. Gerne geschehen. Nicht du. Wir reden mit dem Kätzchen. Danke, Kätzchen. Äh. Was steht da unten? Irgendwas dich, Kätzchen. Wir mögen dich, Kätzchen. Aber du musst auch Danke sagen. Äh. Ja. Ja. Vielleicht. Nee, Kätzchen. Bitte nimm das als Belohnung für alles, was du getan hast. Oh. Oh, eine Entenmütze. Diese Mütze macht mich zum Ehrenmitglied der Entenfamilien. Es wird dich daran erinnern, dass du immer ein Teil der Entenfamilie sein wirst. Oh. Papa, 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 Papa. Ist es jetzt Zeit für die Präsentation? Oh, war sicher. Lass uns rüber in den Teich gehen. Okay. Okay. Und irgendwas steht da unten noch. Das ist doof, dass ich das nicht sehen kann. Irgendwas machst du, Kätzchen, ne? T narcot. Äh. Was? Viel Spaß mit deiner Mütze. Mit Präsentation. Mit sicher die Beste. Wir verabschieden uns von dem Kätzchen. Was ist jetzt? Das sind nützliche Informationen. Was? Passt euch auf euch auch, Entchen. Viel Spaß bei der... Weg sind sie. Sie sind einfach weg. Okay. Äh, ja. Okay. Warte mal. Jetzt muss ich aber gucken. Die Enten... Entenmütze, ne? Ja, okay, ich muss sie tragen. Zumindest ein Weilchen. Doch, ich muss sie tragen. So, was haben wir hier? Da haben wir ihn. Aha. Ach, da sind sie doch. Ja, das hat euch ja weit gebracht hier. Meins? Na, geht's euch gut da? Nee. Ach, mit dem kann ich gar nicht mehr quatschen. Naja, gut. Okay. Was gibt's denn hier sonst noch? Irgendwas Aufregendes? Da, guck mal. Da. Da, da, da. Wie komme ich da, da rein? Halt, hier gibt's auch noch was rumzuexeln. Okay. Ha. Wie komme ich denn da, da rein? Wahrscheinlich von draußen reinzukommen. Haben wir noch nicht probiert, ne? Okay, bevor ich das tue, gucke ich mich aber erstmal hier drin an. Mal gucken. Da ist nichts hier hinten in der Ecke. Nö, nichts. Oh, warte. Oh, immer ein bisschen zu. Okay. Da ist... Komme ich da rein? Schade, da komme ich nicht. Ach, wie schade. Me schade. Okay. So. Da draußen. Moment. Es müsste... Es müsste auf der anderen Seite... Aua. Geh weg. Es müsste auf der anderen Seite sein, ne? Ja. Und da... Da ist ja noch mehr Müll. Ne, das mache ich jetzt gleich. Hier, das müsste hinter dem Busch sein. Da ist es. Da ist es. Kriechen. Ja, na klar. Oh. Geht's? Geht. Okay. Aufheben. Yay. Geht's ins Spiel? Oh. Äh, klar. Eine Kaktusmütze. Warum auch nicht? Die perfekte Mütze, wenn man den anderen auf Abstand halten will. Oh. Okay. Ja. Aber mehr kann ich hier auch schon nicht machen, ne? Na gut. So. Das ist Spitze. Ist das ein Knochen? Das ist ein Knochen. Das ist ein Knochen. Wo ist hier ein Hund in der Nähe? Wir haben uns hier, glaube ich, noch gar nicht umgesehen, ne? Okay. Hm. Na, fein. Da hinten sehe ich einen Mülleimer. Das würde ich gerne als erstes machen. So. Ist hier auch einer? Das ist ein Mülleimer, aber keiner, der Geld bringt. So. Hier. Zack. Ja. Do it. Ich brauche Kohle. Ich bin pleite. War das da oben irgendwas gelbes? Ne, da sind nun die Ventilatoren, ne? Ja. Okay. Da ist ja noch was. Guck mal. Da. Voll. Und da auch. Hier liegt das Geld auf der Straße. Ich sag's euch. Hier ist das so. Ähm. Wo hab ich das eben? Hier hab ich die gesehen. Okay. Meins. Sehr gut. Und dann will ich auch gleich mal den Knochen verbauen. Geh weg. Aus. So. Mein Blinkie. Gut. Schubs. So. Und das da. Ja. Oh. Warte. Die muss sich auch noch bewegen, ne? Ja. Ich bin leider sehr, sehr pleite. Wo ist denn der? Da ist ein Gefahren. Hi. Oh. Tut mir leid. Na gut. Eigentlich nicht. Oha. Das war nicht geplant. Ey. Du hast deinen Müll auf der Straße liegen lassen. Ist der jetzt nicht selber unangenehm? Äh. Hier ist was da drunter. Sehr gut. X. Das wird wegge-X. Was haben wir hier? Da komm ich erst nicht ran. Doch. Ich komm da rein. Wieso komm ich da nicht ran? Hallo? Das ist der verrückte Roboter, von dem uns. Ey. Jetzt. Mach. Ey. Wehe. Da ist nichts drunter. Und dann ist da noch nicht mal was drunter. Mann. Okay. Aber lass mal gucken. Hier oben gibt's doch bestimmt was, ne? Oh nein. Da komm ich. Ich muss auf die, auch die Stufen hochgehen. Ja, ja, ja. Ja. Da ist gar nichts. Okay. Aber. Hier. Warte. Hui. Okay. Gut. Wir haben's getan. Da drüben ist noch etwas. Ja. Hier wird auch noch umgeblinket. Aua. No. Ist hier hinter noch etwas? Da ist. Waren wir schon dran? Da waren wir schon dran. Okay. Da gibt's nichts mehr. Gut. Also waren wir hier schon grob in der Nähe. Äh. Was wollte ich jetzt? Den Knochen. Okay. Den nehm ich auf jeden Fall mit. Da. Nein. 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 Tut mir leid. Nein. 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 Geht's nicht. Tut mir leid. Sorry. I'm so many much. Sorry. Das geht nicht. Mist. Geht das? Das geht auch nicht. Doch. Das geht. Ah. Sehr gut. Und geht das? Das geht auch. Ja. Sehr gut. Okay. Haben wir hier wieder noch mehr? Scheinbar nicht. Da oben könnten wir irgendwie hinkommen. Äh. Wir müssen bestimmt da irgendwas mit dem Ventilator. Guck mal. Da oben blinkt es auch so auffällig. Hm. Hätte ich irgendwie vielleicht erst... Oh nee. Jetzt bin ich intrigued. Komm ich da hoch? Ja. Komm ich auf keinen Fall hoch. Whee. Das war aufregend. Ähm. Hier. Ja. Nee. Das geht alles nicht. Nee. Okay. Gut. Dann machen wir das doch erst mit dem... Dann machen wir das doch erst mit dem Knochen. Gib mir den Knochen. So. Dazu muss ich aber auf die Karte gucken. Ähm. Ja. Beim Home. Ne? Also geradeaus und dann irgendwie nach rechts abbiegen oder so. Okay. Tut mir das. Oh. Warte. Oh. Nee. Entschuldige. Guck. Tut mir leid. Ja. Das könnte ein Weg nach oben sein, ne? Und da liegt auch... Das ist garantiert ein Weg nach oben. Nix. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ähm. Hier nicht. War das schon hier? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ja. Ja. Es ist hier. Wo ist denn sein Fressnapf? Der ist da auf der anderen Seite. Äh. Okay. 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 Warte mal. Komm ich da überhaupt hin? Warte mal. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Also ich muss von der anderen Seite gehen. Hingehen. Okay. So. Wui. Das heißt, ich muss hier sogar hoch. Ne. Es geht hier... Ja, ja, ja. Okay. Der kommt drüber rum. Alles klar. So. Hallo. Na? Da ist ein gelber Vogel. Ist er das? Das ist ja garantiert. Ich möchte erst die Sachen mit dem Hund hier in den Augen bringen. Und da blinkt es auch noch... Oh, meine Güte. Es ist Ablenkung pur. Okay. Baut sie. Wui. Baut sie. Guck mal. Ah. Knochenjob. Zwei von drei. Okay. Ablenkung pur. Und das sieht aus wie... Was das nach oben geht. Hier komme ich scheinbar nur von anderen. von den Seiten ausdrücken. Da haben wir wieder... Ja, genau. Nö, vielen Dank. Hm. Hi. Na, Human. Verscheu ich mir den Vogel nicht. Weil den hätte ich nämlich gern. Juhu. Ja. Oh. Action. Karate geht es. Oh nein. Die Bosskaste. Katze, Heldgecko in ihrem Klauenfeuer gefangen. Ist das ein gutes Ende für unsere Heldenfigur? Ah, ich bin die Bosskaste. Katze, ich bereite ihm Spaß ein Ende. Diesmal lässt sich die Bossk... Äh, was? Es gibt für dich keinen Kommen. Ich bin die Bosskaste. Ich bereite ihm Spaß ein Ende. Äh. Was? Ich spiel mal mit, weil da das Wort Gekku drin ist, ne? Nicht so schnell, Bosskaste. Ich bin klein, aber... Oh je. Gekku, zack. Gekku, boom. Gekku, krach. Du hast schon wieder verloren, Bosskatze. Ein glorreicher Sieg für Gekku. Hat er nur, bis mein Bruder davon erfährt. Okay. Wo, wo ist er hin? Wo, wo war das noch? Das war... In welchem Laden war das denn noch? Das war da drüben, glaube ich, ne? Ne. Wo war denn das? Äh. Da war es, glaube ich. Ey. Die Vögel hier, ne? Das war hier. War das nicht hier? Ja, das war hier. Da ist der Vogel. Und das Tor ist aber noch offen. Okay, hey. Bosskatze, willst du eine Revanche? Klingt verlockend, aber ich bin gerade nicht im Dienst. Ich errufe mich doch immer von unserem letzten Kampf. Lassen wir ihn mal in den Glauben, ne? Oh, hallo, du fremdes Geschöpf, dem ich nie zuvor begegnet bin. Bist du etwa die berühmte Bosskatze? Allerdings. Äh, ich bin ein völlig wildes Tier. Ich bin die Bosskatze. Das war ich mal. Nach meiner letzten Leistungsbeurteilung bin ich zum Mittel... Nein, ich bin die Bosskatze. Meine Schwester hat mir von deinem epischen, eurem epischen Kampf erzählt. Schade, dass ich ihn verpasst habe. Macht nix, je weniger zeugendeste besser. Als Trostpreis bringe ich dir ein berühendes Emote bei. Oh, ah, wie cool. Muffins machen. Was auch immer das ist, ich knete es richtig durch. Und jetzt muss ich mich wieder meinem Menschen zuwenden, bevor es sich erholt hat. Muss ich noch viel... Muss noch ganz viel weggekuschelt werden. Es hat mich geheult, euch beide kennenzulernen. Viel Glück mit deinem Menschen. Tschüss, Bosskatze. Okay. Warte mal, das muss ich jetzt... Oh, lass mich mal kurz gucken. Kurz mal hinlegen. Das kennen wir schon. Wie geht's? Nee, welche... Muffins machen. Das ist... Das ist exakt... Das ist dieser Milchtritt, glaube ich, ne? Bei Katzen. Ja, das ist... Ah, wie cool, dass sie solche Sachen da reingebracht haben. Okay, gut. Jetzt reicht's aber. Tschüss, ihr beiden. Macht's gut. Warte mal, war da noch was drin? Nee, ich sah gerade ein bisschen so aus. In dem Regal. Okay. So, was machen wir dann als nächstes? Wir könnten noch ein paar Federn... Federn... Ein paar Federn federn. Whee! Ja. Der ist dann am Montag. Ins Fluggefahren. Das hast du jetzt davon. So. Okay, wie viel habe ich jetzt? Sechs. Keine Ahnung, wie wir die noch brauchen. Aber ich glaube, es reicht auch so langsam. So. Ähm, was machen wir denn jetzt? Hm. Quests. Finde das Chameleon. Natürlich, das könnten wir machen. Gähn. Okay. Dazu müssen wir zurück zur Baustelle, nicht wahr? Wo war die Baustelle nochmal? Mussten wir dazu... Nee, nee, nee. Ich lasse mich mal kurz ablenken. Da war hier auch so ein Ablenkungs-Dings. Wie ging denn das? Wo war denn das? Wo hatte ich das gesehen? Ähm, nicht hier. Da drüben geht es auch noch irgendwo hin. Wo war denn das noch? Irgendwo sagte ich doch, hey, das sieht ganz so aus. War das hier? Ich glaube, das war hier, ne? Ich glaube, das war hier. Oh. Oh, okay. Das geht nicht. Das wäre aber verwunderlich. Das geht. Das geht auch. Aber dann komme ich da oben nicht weiter. Ja, okay. Ja. Guck mal. Klappt das von der Seite besser? Hm. Irgendwie nicht so, ne? Ja. Irgendwo nicht so. Haben wir da an dir schon rumgezogen? Da haben wir nichts gebracht. Okay. Da! Guck mal. Hier liegt das Geld auf der Straße. Ich bin reich. Ich bin reich. Und hier steht alles unter Wasser. Da können wir sowieso gerade nicht hin. Okay. Das hier. Haben wir das schon gesehen? Genau. Ja. Haben wir gesehen. Das da haben wir auch gesehen. Du bist beschäftigt. So. Jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, der... Aber da? Waren wir da? Da waren wir noch nicht drin. Wir gehen da rein. Warte. Da gehen wir rein. Ich will die Mütze. So. Hui. Jawohl. Oh. Das sieht nicht gut aus. Ähm. Okay. So. Nein, 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 nein. Hui, 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 hui. Aufheben. Ein Ball. Ein Ball. Ein Ball. Yeah. Da ist eine Schmetterlingsmütze drin. Schwebe wie ein Schmetterling. Schlafe wie ein Kätzchen. Schwebe, 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 schwebe. Sollen wir mal aufsetzen? Äh. Mal gucken, wie das aussieht. Wir können ja immer wieder zurückspringen. Wo ist es denn? Hä? Hä? Ach, da. Da ist sie doch. Tragen. Äh. Okay, finde ich schon irgendwie putzig. Ja, komm, das lassen wir mal. Das lassen wir mal. So. Und jetzt weiter. Hui. Okay, kurz mal in Übersicht. Da oben. Da will ich drauf. Da will ich aber unbedingt drauf. Da ist ein Nest. Okay. Da ist ein Nest. So. Bis da oben komme ich hin. Ja. Gut. Bis da. Warte. 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 Da komme ich auch hin. Gut. So nämlich. Hahaha. Alles klar. Da gibt es auch noch ein paar Dinge. Ach, und hier ist das Badezimmer. Okay. Alles klar. Ja. Gut. Habe die Connection. Kommen wir noch höher? Kommen wir nicht. Hm. Gut. Lass uns mal zur Baustelle gehen. Hui. Warte mal. Komme ich denn jetzt auch da oben drauf? Da oben drauf? Von der Seite müsste ich da rankommen, ne? Und da kommen wir auch hin. So. Kriechen. Also hier zumindest komme ich hin. Da komme ich noch nicht hin. Hm. Okay. Ich müsste da... Geht es da rum? Um die Ecke? Ich glaube schon, ne? Hier kann ich aber... Nee, da kann ich nicht ranklaufen. Das ist blöd. Okay. Kann ich denn so weit springen? Hm. Nicht von hier aus. Hm. Warte mal. So. Oh nein. Oh nein. Ich werde direkt wieder zur... Was? Was machst du denn hier oben? Oh nein. Ich habe es kaputt gemacht. Oh nein. Oh, armes Kätzchen. Ich habe es kaputt gemacht. Das ist ja jetzt unnünftig. Okay. Ich kann gar nichts machen. Ja. Oh nein. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Okay. Sekunde. Ich lade nochmal neu. Okay. Alles klar. Wir sind wieder am Start. Recken und strecken uns. Alles klar. Gut. Gut. Also. Sehe ich das richtig, dass... Oh. Warte mal. Hier kann ich rumziehen. Ja. Hier kann ich nicht wirklich gut rumziehen. Moment. Echt? Okay. Das bringt irgendwie bloß und mittel. Gut. Das funktioniert nicht. Komme ich von oben da irgendwie hin? Schade nicht. Also es müsste, glaube ich, schon einen Weg da rüber gehen, ne? So. Ich probiere es jetzt zweimal, okay? Zweimal springen. Einmal da hinspringen. Und... Ne. Geht nicht. Oh nein. Und schon hänge ich wieder fest. Mist. Okay. Bin gleich wieder da. So. Und da sind wir wieder. Okay. Ich probiere es auch nicht nochmal. Versprochen. Versprochen. Und anders zu pöken. Ne. Warte. So. Aber. Gibt es denn noch einen anderen Weg? Wenn ich hoch springen, bringt hier gar nichts. Alles klar. Okay. Da drunter durch. Hm. Komme ich hier hoch? Ne. Ne. Da hängt sie auch mal. Halt! Doch, vielleicht. Warte mal. Da hängt sie ein bisschen in der Luft. Und kann ich von hier aus weiterspringen? Kann ich tatsächlich ein bisschen? Ne. Okay. Das wird nichts. Entschuldige. Verzeihung. Ah. Es tut mir so weit. Okay. Also noch kommen wir nicht da hoch, wie es aussieht. Komme ich denn hier irgendwie weiter, wenn ich hier drunter durchklettere? Guck mal. Da so lang. Das sieht doch gut aus, oder? Das finde ich sieht schon... Naja, gut. So mittel viel. Ah. Hier sind wir noch gar nicht gewesen. Umgeixt. Sind wir hier wirklich noch nicht gewesen? Das würde mich immer wundern. Das würde mich immer wirklich wundern. So. Und dann darüber. Okay. Alles klar. Hat geklappt. Yeah. Key. No. Ein Marienkäfer. Mhm. Bringen die schwarzen Punkte Glück? Naja. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber nachdem wir hier noch nicht drunter rumgesucht haben, sollten wir das auch mal tun. So. Das sieht ein bisschen so aus, wie diese... Oh, guck mal. Hier kann ich was mit der Maschine machen. Äh. Ja. Oh, da gibt's auch noch was. Hm. Ja. Ich versuche auszubehalten. Ui. Voll in die fette Kohle. Ja. Das sieht ein bisschen so aus, wie auf der anderen Baustelle da. Aber nur... Nur ein bisschen. So. Mehr gibt's hier nicht. Alles klar. Drunter durch. Und dann machen wir uns auf zur Baustelle. Ähm. Mhm. Nee, 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 nee. Vielen Dank. Wo war denn die Baustelle? Ich seh auf der Karte nach. Das bringt nichts, weil... Ich seh die auf der Baustelle nicht. Gut. Müssen wir mal rumlaufen. Na schön. Es gibt ja so viele Möglichkeiten nicht. Ähm. Hier nicht. Da sitzt noch die Katze. Da ist die Baustelle. So. Und hier. Halt. Falsche Richtung. Komm weg. Äh. Da ist der Eingang. Oh, nee. Hier komm ich gar nicht rein. Hahaha. Muss ich doch hier durch... Hä? Sind wir da nicht vorher irgendwo anders? Na? Irgendwo anders reingekommen? Keine Ahnung. So. Hi. Uh. Ich bin weg. Betonkünstler. Ach was. Echt? Das geht? I love you. Können wir das da reinschreiben? Scheinbar nicht. Aber ist es nicht schön. Ein Träumchen. Also krieg ich jetzt mal. So. Wo ist denn... Wo ist denn aber unser... Unser... Nein. Die Eidechse. Hä? Wo ist die Eidechse? Ich sehe sie noch nicht. Ich sehe sie immer noch nicht. Hä? Ich sehe sie immer noch nicht. Die müsste doch hier sein, ne? Hm. Na oben vielleicht irgendwo? Ne. Hier unten drunter irgendwo? Ne. Da. Da. Nein, das ist sie nicht. Ne. Okay. Hier auch nicht. Ha. Oh, da möchte ich jetzt nicht unbedingt so hingehen. Okay. Hüpf. Oh nein, er hat mich entdeckt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich haue ab. Okay. Können wir uns das Rätsel nochmal anhören? Warte mal. Hm. Riesenkörner, dicke Katze. Finde 200 Blinkys. Ab in die Kiste. Ab in die Kiste. Oh, ich habe noch ein Tor nicht gefunden. Lerne alte Tiere kennen. Wie viele haben wir? 14, 15. Na, das ist doch schon ganz gut. Streich jetzt da. Oh, das habe ich noch nicht gemacht. Recycle. Fange 20, lass dich 20 mal fotografieren. Sammle alle Münzen. Moment, lass dich 20 mal fotografieren. Ach so, nicht, dass ich selber Fotos erzeugen muss. Hm. Schlaf an allen Dings da. Ein Knochensack. Zehn Mülleimer. Bringe einen Knochen. Zerstörung vor. 20 Fotos mit deiner Kamera. Und irgendwas haben wir noch offen. Aber wo, wo ist denn? Hä? Wo ist denn? Wo ist denn? 200 Blinkys. Triff hier das Vorbettor. Ha. Ach, da ist das doch. No. Okay. Ein Ort, für den man Helme kennt, wo Bagger baggern im Zement. Dort halte ich mich gut versteckt und werde nie von dir entdeckt. Hm. Das ist hier, ne? Vielleicht nicht direkt auf der Baustelle. Da? Ne. Das ist nur ein irgendwas. Oh. Okay. Da komme ich aber auch nicht weiter hoch. Okay. Hier sind doch... Hier sind aber auch irgendwie keine Bagger, ne? Vielleicht ist das das Problem. Juhu. Ach stimmt. Ich hätte den Vogel gleich mal fangen können, ne? So. Ist das hier tatsächlich nicht der richtige Ort? Das wäre aber unangenehm. Oh. So. Hier ist kein Bagger, ne? Hm. Das mag der Grund sein, warum das Vieh nicht hier ist. Ich sehe es zumindest nicht. Na gut. Warum's? Da ist ein Bagger. Da ist ein Bagger. Ist das ein Bagger? Ich kann es nicht genau erkennen. Hm. Okay. Ich probiere es mal da rum. Vielleicht entdecken wir ihn ja noch hier beim Rumstreunern. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Er ist nicht hier, ne? Also zumindest nicht direkt hier drin. Das kann ja auch irgendwie außenrum sein. Hm. Nee. Okay. Sollen wir uns mal um eins der Achievements kümmern? Das hat geklappt. Super. Hm. Oh, achso, ja, stimmt. Ich muss mich wieder rausschütteln. Tadadada. So. Da gibt's Kohle. Super. Okay. Aber es gibt keinen Fortschritt für das Achievement. Hm. Hier, du kannst mal ein Foto von mir machen, bitte? Oh. Okay. Du wohl nicht. Du hast gar keinen... Oh. Okay. Wie bringe ich die denn dazu, dass die ein Foto von mir machen? Kannst du mal hinlegen? Nee. Äh, machen wir es mal? Hm. Der hat kein Telefon dabei. Der kann gar nicht ein Foto machen, ne? Okay. Keine Ahnung. Wie bringe ich die dazu, dass die... dass die Fotos von mir machen? Hm. Also, eine Baustelle. Ich glaube, wir sollten mal die anderen Tage der Stadt untersuchen. Hm. Da hinten sind wir schon... Oh, oh, shit. Ach. Die haben wir noch keinen... Ja. Okay. Die haben wir noch keinen Knochen gebracht. Ich suche dir mal einen leckeren Knochen, hm? Hier, da. Müll. Okay. Immerhin können wir uns um das jetzt schiefmühlein bisschen kümmern. Wo ist das? Da drüben? Nein. Nein. Da ist ein Mülleimer. So. Ein Stück mehr. Meins. Oh. Nee, ich möchte nicht fahren. Also, die Knochen waren ja durchaus in der Nähe, ne? Bin ich da schon drin? Da bin ich schon drin gewesen. Okay. Die Knochen waren in der Nähe. Das geht nicht. Es ist versperrt. Dann lass uns das so mal öffnen. Wie wäre das denn? So. Hier können wir dadurch. Kann ich da hochspringen? Kann ich nicht. Cool. Da haben wir schon gelegen. Okay. Hm. Oh. Für mich. Yeah. Hier kommt die Ninja-Katze. Yeah. Kabumm. Oh. Zappel, zappel, zappel. Oh. Und? Sieben. Das zählt nicht als... Wieso zählt das nicht zu einem Achievement? Warum? Und wie komme ich hier wieder raus? Da oben komme ich wieder raus. Oh. So. Doch. Geht. Ha. Ja. Was ist denn hier passiert? Na sowas. Okay. Da komme ich hoch. Da scheine ich noch höher zu kommen. Ne. Warte. So. Habe ich schon hier? Da oben leuchtet doch was. Was leuchtet denn da? Doch. Hier habe ich es schon versucht. Doch. Ich erinnere mich. Ja. Ja. Hier wagen wir schon mal. Hä. Ja. Hm. Ist nur die Frage. Kannst du mal ein Flug? Ist nur die Frage. Ich würde gerne mal einen neuen Bereich untersuchen. Wie wäre es denn, wenn wir da drüben zu der Fischgeschichte hingehen? Wie wäre denn das? Dazu müsste ich einfach nur nach, ein bisschen nach links abbiegen. Okay. Das machen wir mal. Juhu. Hi. Na? Haha. Ja. Ich auch. Haha. Haha. Bin ich hier richtig? Ich laufe in die voll verkehrte Richtung. Warum laufe ich in die voll verkehrte Richtung? Ich glaube, es geht los. Also echt jetzt mal. Juhu. Na? So. Hier und dann da drüben. Ach, dann komme ich nicht vorbei. Richtig. Aua. Äh. Das heißt, ich komme hier aber auch nicht vorbei, ne? Na. Okay. Ich versuche es mal irgendwo außen rum. Super, 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 duper. Und dann sind wir wieder bei der Baustelle. Hä? Äh. Hm. Hm. Oh. Habe ich entdeckt. Schade. Gut. Äh. Wie komme ich hier raus? So nicht. Doch, so. Und dann da rüber. Da unten ist auch ein Durchgang. Das scheint mir sehr viel vielversprechender. Okay. Gut. Da ich das jetzt verpasst habe, müssen wir den auch benutzen, ne? Da ist der Knochen. Da ist der Knochen. Weiß ich noch, wo der Hund ist? Ich weiß nicht mehr, wo der Hund ist. Und den Knochen kann ich gar nicht mitnehmen. Warum kann ich denn diesen Knochen nicht mitnehmen? Weil das der Knochen von dem anderen Hund ist, ne? Hm. So. Hm. Aufheben. Wo ist die nächste Mülltonne? Wo ist die nächste Mülltonne? Und schon habe ich mich wieder ablenken lassen. Unfassbar. Da ist eine Mülltonne, aber die bringt nichts, ne? Ja. Ja, die bringt nichts. Okay. Wir kriegen das noch an anderer Stelle hin. Ich bin sicher. So. Erstmal. Hui. Ja, Vogel. Ich komme. Ich weiß. Ich weiß. So. Hier. Jetzt aber. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin sogar sehr auf dem richtigen Weg. Wer hätte das gedacht? Okay. Aber hier standen wir doch eben und kamen nicht weiter, ne? Das war doch das Ding. Deswegen. Äh, nein. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Und hier ist die Wasserfetze. Ja. Ach so, Mist. Wie komme ich denn da hin? Ja. Du kannst mich mal. Ich muss nach oben, ne? Weil anders scheint es ja gar nicht zu funktionieren. Hm. Einen anderen Weg sehe ich im Moment nicht. Kann ich das hier eigentlich öffnen? Oh. Oh. Okay. Kannst du nicht. Tut mir very sorry. Es ist auch versperrt. Alter. Ich bin doch schon so viel rumgekrochen. Und hier ist... So. Und hier ist... Da, guck mal. Es gibt ein neues Ziel. Ja. Na, dieses Ziel wird es wohl nicht. Gut. So. Das könnte funktionieren. Das funktioniert. Und jetzt... Bis da oben komme ich auf keinen Fall. Aber komme ich denn da wenigstens über... Nein. Ich komme da gar nicht runter. Nee. Mäh. Nicht hier lang. Nein. Vielleicht. Nein. Nein. Das hier haben wir schon ausprobiert, ne? Ja, ja. Natürlich. Das haben wir schon ausprobiert. Aber da könnte ich ja jetzt auch den direkten Weg wählen. Baut sie. Hier waren wir noch nicht drin. Okay. Alles klar. Gut. Aber wenn wir jetzt ein bisschen was... Ja. L, L, L. Ich mache voll mit L rum. Yeah. Und da ist so eine Gurke drin. Wozu brauche ich die denn? Da hinten leuchtet auch noch was. Ich weiß. Okay. So. Wir sehen uns hier hinten weiter rum. Da oben ist nix. Noch nicht. Da waren wir bereits drin. Also hier. Was gibt's denn hier? Da ist ein Fußballtor. Ha, 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 ha. Wie komme ich da hin? Wo ist der Fußball? Nee. Wo ist der Fußball? Hier, guck mal. Da komme ich doch oben hoch, oder? Ah, na ja, fast. Ja, das hat funktioniert. Okay. Jetzt vielleicht da hoch. Okay. Dann fläcken. Taut hoch. Das hat auch geklappt. Cool. Halt. Oh. Oh, das ist kaputt geworden. Oh. Halt. Nein. Was machst du? Was machst du? So. Den hätte ich auch gern. Komme ich noch höher? Nur Interesse halber. Oh, da geht's auch noch lang. Okay. Ich sammle erst mal die Sachen ein, ja? Hui. Na. Runter. Jawohl. So. X, 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 X. Gut, die hätten wir schon mal. Und jetzt würde ich gern auch da reinspringen. Genau. Zack. Ui, ui, ui. Na? Hast du was gefunden? Yeah. Freut sie sich. Okay. 65. Da drüben sind wir auch noch nicht gewesen. Okay. Na. Yeah. Und du hast eine Banane gefunden. Cool. Na krass. Das ist auch meins. Noch etwas. Da oben. Hm. Nein, vielleicht auch nicht. Okay. Da ist der Park. Genau. In dem Park sind wir noch nicht gewesen. Ah, hier kann ich... Ja, okay. Wir kaufen neue... Ja. Möchtest du eine Mütze kaufen? Sie kostet fünf. Die sind wieder günstiger. Okay. Bitte sehr. Ein Hexenhut. Eine Hexe. Zum Glück weiß ich genau, wo ich eine kleine schwarze Katze finden kann. Aha. Witzig. Möchtest du eine Katze... Ja, ich möchte. Bitte sehr. Okay. Den setzen wir nicht auf. Verkehrshütchen. Ich bin ein Sicherheitseinhorn. Vielleicht setzen wir sie doch auf. Aber ich gucke jetzt mal weiter. Möchtest du eine Mütze kaufen? Ja. Bitte sehr. Oh. Ein Cowboyhurt. Miaudi, Kumpel. Das ist so bescheuert. Okay. Ja. Kipp her. Ja. Oh. Ein Astronauten. Es ist ein kleiner Schritt für eine Katze. Ein gewaltiger Sprung für die Katzenwelt. Okay. Dann lass uns doch mal unsere Errungenschaften hier ansehen. Also den Katzenhut. Den Cowboyhut. Der sieht cool aus. Hallo? Der sieht aber mega aus. Den hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Da. Den Astronauten. Okay. Alles gut. Ja. Nee. Nee. Also echt nicht. Ah. Es ist auch nicht schlecht. Den finde ich cool. Den Astronautenhelm finde ich auch ganz gut. Am besten gefallen hat mir der Cowboyhut. Ja. Definitiv. Ja. Den behalten wir auf. So. Okay. Weiter umgucken. So. Ja. Ich weiß. Nee. Warte. Was mache ich denn da? Ich möchte eigentlich nur schnell laufen. Hier. Guck mal. Da kommen wir höher. So. Und dann ist hier noch. irgendwas. Da ist auch noch was. Und wie komme ich dann wieder raus, wenn ich da reingekommen bin? Ha. Mal ausprobieren. Oh. Das war eher so falsch. Warte. Nee. Hä? Geht nicht? Geht nicht? Doch. Jetzt. Okay. Und dann lasse ich immer. Genau. Hier kann ich auch sammeln. Und wie ich komme jetzt hier nicht wieder raus. Dann flippe ich. Äh. Warte. So. Ja. Genau. Und dahin. Jawohl. Okay. Astral. So. Hallo Vögeli. Na? Du siehst lecker aus. Oi. 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 Okay. Fallen lassen. Na? Fallen lassen. Ja. Super. Ja. Super. Aufs Auto. Ich fass es nicht. Aufs Auto. Und das Auto wird tatsächlich. Oh. Da. Guck mal. Kriegst du es hin? Das kriegst du es hin? Ja. Na. Kriegst du es hin? Los. Ja. Ja. Jetzt wird es klinisch. Sechs von zehn. Das ist doch schon was. Wo geht es da weiter? Nee. Das mache ich nicht. Nee. Was haben wir hier? Gar nichts, ne? Ich nehme an, da oben komme ich nicht drauf. Nee. Ah. Nee. Oh. Fliegende Katze. Okay. So. Das haben wir alles gesehen. Das haben wir, glaube ich, auch gesehen. Da ist der... Ja, 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 ja. Hier ist der Knochen. Ach, schade. Dieser Knochen hier wäre eigentlich gedacht für den... Äh, ja. Das ist ja jetzt blöd. Oh, das tut mir so leid. Oh. Oh. Das tut mir aber so leid. Oh, warte mal. Hä? Wieso fallen lassen? Fallen lassen. Kannst du kurz mal... Oh nein. Okay, ich habe es verbrochen. Ja, ist egal. Komm. Weiter. Wir sind noch nicht im Park gewesen. Der Knochen war für ihn hier gedacht, ne? Äh, ich habe dem einen einen ganz anderen Hund gegeben. Na, naja, scheint nicht gestört zu haben. Hier sind... Da sind wir schon gewesen. Das hatte ich aber nicht eingesetzt. Halt! Dose. Okay. Wo war es? Eben habe ich es noch gesehen. Da, ne? Hier. Ja. Okay, cool. Schön, dass wir immer wieder entlohnt werden. Hallo, Sir? Sir? Hä? Sir? Oh, kuschel, kuschel, kuschel. Irgendwie kriege ich das nicht hin, ne? Naja. Gut, ist vielleicht auch nicht so richtig. Wie! So. Und da stehen wir vor... dem hier. Da ist eine Menge Zeugs. Stiehl den Fisch des Fischers. Wir sind da, ne? Nach langer Lauferei sind wir endlich da. Okay, cool. Sehr gut. Hü-hü. X. Oh. Okay. Hier auch. Hier wird auch rumge-x-t. Warte mal. So. Da ist noch eine Dose. Äh... Ja, ist mir im Augenblick noch mal zu weit weg. Da ist auch eine Dose. Können wir hier wieder Hüte kaufen? Wir können hier Hüte kaufen. Nee, ist mir nicht so weit weg. Warte mal. Das nehmen wir auch noch mit. Nur für den Fall. Nein. Komm schon. Jetzt. Okay. Oh. So direkt am Rand, ne? Naja. Hui! Ich nehme auch mal mit, bitte. So. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ja, ja, ja. So. Und dann lasst uns hier noch mal X. Na komm. Herr Rabe. Ich würde gerne mit dir reden. Was ist das denn? Möchtest du eine Mütze kaufen? Sie kostet 5. 5 ist super. Nehme ich. Bitte sehr. Okay. Was ist das? Ein Lachs-Nigiri. Klar. Jetzt mal Butterball, die Fische. Möchtest du eine Mütze kaufen? Ja. Wir nehmen sie alle. Wir kaufen sie alle. Das ist eine Taiyaki-Mütze. Da sind keine Fische, sondern Waffeln. Einmal habe ich 3 Stück gegessen, um mich zu vergewissern. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Achso. Ja. Bitte sehr. Äh. Rettich-Mütze. Wie lautet die Mehrzahl von Rettich? Mehr Rettich. Oh. Oh. Bitte sehr. Ja. Und eine Ginko-Mütze. Diese Mütze... Da nehme ich kein Blatt von im Mund. Oh. Der Münz ist... Der Automat ist leer. Probier es mal mit einem anderen Automaten. Natürlich. Okay. So. Du hast einen Fisch, sagst du? Hm. Gut. Da drüben gibt es noch was zu sammeln. Da gibt es noch was zu sammeln. Vögel sind da sowieso und so. Den sollen wir mal listen. Naja, schön. Können wir hier mal ein Foto schießen? Warte mal. Foto. Es wäre da ein Foto. Okay. Hat das jetzt gefotot? Es hat gefotot. Okay. Alles klar. Okay. Wir haben auch... Lass uns hier erstmal umgucken. Es gibt ein paar Dinge hier zu erledigen. Also. Zum einen würde ich gerne das da erledigen. Weil Achievement und so. Pics. Ja. Gut. Das haben wir. So. Da ist aber noch... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Entschuldigung. Entschuldigung. I'm so many much. Sorry. Da. So. Das nehmen wir auch mit. Es ist aber auch hier. Es wird Zeit, dass jemand sich mal um das Wasser kümmert. So. Okay. Ich glaube da hinten waren da auch noch... Alter. Hallo. Ja. Da ist noch mehr. Wer lässt denn den ganzen Müll hier liegen? Also echt jetzt mal. Hey. Hm. Okay. Ich sollte nicht laufen. Ich sollte nicht laufen. Das kriege ich nicht hin. So. Da. Jawohl. Gut. 46. Sieht doch schon gut aus. Ist da hinten auch noch was? Auf jeden Fall leuchtet da noch was. Geh weg. Da ist jedenfalls nichts. Da drüben liegt noch irgendwas drin. Hm. Okay. Nehmen wir auch mit. Da ist noch ein Vögli. Das interessiert mich im Moment erstmal nicht. Ah. Da sind noch zwei. Ja. Cool. So. Und da ist noch ein Mülleimer. Okay. Das machen wir erstmal. Und dann kümmern wir uns um den Fisch. 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 Ich wollte nicht laufen. Aber. Okay. Ja gut. Ich kriege es auch hin. So. Und. Ja. Das ging jetzt nicht anders. Warte. Da hinten. Oh. Ich bin Pro. Merkste. Ja. Hallo. Möchtest du mal eine süße Katze fotografieren? Okay. Möchtest du nicht. Gut. Dann nicht. Weg. Aus. So. Juhu. Alter. Geh weg. So. Dann haben wir den Teil schon mal erledigt. Wir sind dem Achievement näher. Gut. Nächster Schritt. Da drüben eintauchen. Da ist doch noch irgendwas. Da ist noch ein Hut. Eine Tate rettete. So. Jawohl. Okay. Money, money, money. Nee. Fallen lassen. Das brauche ich nicht. Ähm. Wie kommen wir da denn hin? Von dort kommen wir dann nicht hin? Von hier? Ja. Da ist so ein Dingsi. Das geht nicht? Okay. Das ist so ein Dingsi. Da kamen wir vorher nicht heran. So. Da können wir drunter durchkriechen und kommen dann genau hier heraus. Das hat vorher nicht funktioniert. So. Und hier möchte ich gerne nach oben kommen. Ähm. Ja. Das war ein spitzen Plan. Hm. Hm. Das ist zu schade, dass ich die nicht öffnen kann. Hier, glaube ich, ging es nicht hoch, ne? Nee. Hier geht es nicht hoch. Ich komme nur beim Efall hoch. Was ist hier los? Was ist hier los? Huckst du auf oder was? Ja. Dann hast du das jetzt davon. Tack. Hiiii. Ninja Cat. Yes. Doch. No. Okay. Eine mehr. Aber die will... Das wird gar nicht mehr weitergezählt, ne? Hatten wir nicht... Warte mal. Hatten wir nicht als... Achievement? 100 Gegenstände. Mützenritter. Streiche. Müll sammler. Vogelstörer. 12 von 20. Hm. Muss ich da mal drauf achten. Wir machen das nochmal. Ich... Das möchte ich jetzt echt wissen. So. Da guckst du, ne? Ja. Du hast ja einen Ring bei dir. Wieso hast denn du einen Ring bei dir? Der... Der... Oh. Es gibt welche, bei denen es... Was? Das ist ja verrückt. Okay. Gut. Lass mal gucken. Ähm... Vogelstörer. 13 von 20. Doch, es zählt weiter. Okay, alles klar. Wir sind kurz davor. Sollen wir das mal... Na, wir werden es nicht alles fertig kriegen, ne? Juhu. Das ist aber ein Vogel ohne Kohle. Kabumm. Mit ein Duftung. Ja. So. 14. 14. Und, schaffen wir sie noch? Da ist noch einer. Ne, der ist... Hat sich für andere Tätigkeiten entschieden. Okay. Hier komme ich da schon mal ein bisschen höher. Sagen wir es mal probieren. Ich würde zu gern auf dieses Gebäude da kommen beim... Und hier kommen wir auch noch hoch. Kriege ich das schon hin? Das kriege ich hin. Oh, warte. Erst aufladen. Okay. Ist aufgeladen. Das wird aber klappen. So. Über den Dächern der Stadt. Da, guck mal. Da liegt tatsächlich was. Ach. Ist ja irre. Okay. Also das ist tatsächlich ein Ding, ne? Wir gehen auch überall auf die Häuser drauf. Da drüben sind wir schon gewesen. Und da drüben habe ich was für übersehen. Oh. Baumütze. Wow. Was für ein Baum. Da drüben habe ich was übersehen. Guck mal. Da liegt noch was. Auf dem Vordach. Mal sehen. Aber ich glaube, wir kriegen auch so viel Kohle, ne? Da drüben ist auch noch was. Bla, bla, bla. Überall gibt es hier was. Und schon wieder hat ein Vogel versucht, eine Attacke durchzuführen. So. Aber wo ist denn der Hafen? Da ist der Hafen. Genau. Hm. Hm. Da drüben komme ich garantiert nicht drüber rüber. Ich würde gerne ein... Da ist die Baustelle. Hm. Aber von der Baustelle aus ging es doch gar nicht weiter rüber, ne? Was macht ihr denn hier? Da ist auch was drauf. Ah, ne. Das ist nur ein Vogel. Okay. Ich probiere es mal. Okay. Mal gucken, ob das geht. Hier auf dem Balkon ist nichts. Ähm. Okay. Das wird jetzt eventuell ein bisschen wild. Hm. Das funktioniert? Nein, das funktioniert nicht. Au. Oh, verdammt. Oh, 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 oh. Wo ist er? Das ist nicht gut. Okay. Na schön. Das hat nicht geklappt. Naja, schade. Hier komme ich wahrscheinlich nicht hoch, ne? Wie sie sich da festhält. Aber wenn ich hier einen Weg finden würde... Okay, da komme ich da hoch. Kann aber nicht da rüber laufen. Oder? Ich könnte da rüber gehen. Das wäre noch eine Option. So. Äh. Ich warte mal kurz, wie es... Ich versuche mal, da auf die Mauer zu springen. Äh, auf die Hecke zu springen. Vielleicht geht das ja. Hm. Hm, hm, hm. So. Guck mal, wenn ich jetzt hier rüber springe, da ist der Baum ein kleines bisschen im Wege. Vor allen Dingen sehe ich da nicht so richtig viel. Doch, da. Da. Guck mal, das müsste doch gehen, oder? Und dann wandere ich da über die Mauer rüber. Mal gucken, ob das klappt. Ja, tut's nicht. Ne. Das hat schon jemand vorausgesehen, dass man so cheaten könnte. Doch, guck. Ja. Hat funktioniert. Alles rein. Okay. So, kann ich bis da drüben springen? Weil hier ist ja das Gap. Das klappt leider nicht, aber bis dahin geht's. So. Äh. Warte, die Botanik ist im Wege. Da oben komme ich hin. Ja, sehr gut. Noch ist alles Tutti, wenn ich was sehen würde. Da. Jetzt hier hin. Genau. Und jetzt komme ich da hinten drauf, wie das sieht. Irgendwie nicht so wirklich da raus, ne? Ja. Ne, da ist der Baum im Weg. Ach, so ein Dreck. Ja, das funktioniert nicht. Schade. Okay, gut. War ein Versuch, hat leider nicht funktioniert. Na gut. Also, wir gehen hier zurück. Irgendwie muss ich mir noch einen anderen Weg ausdenken, wie ich an dich da rankomme. Hm. Auf den Baum? Ha. Von dem Balkon aus? Ha. Weiß ich nicht. Wir erledigen erst mal, dass wir es wegen wir hier eigentlich sind. Hm. Nämlich dem sein Fischstehen. Nein, ich will nicht reden. Hm. Okay. Okay, jetzt. Okay, nein. Er sagt bloß, ich komme von dieser Seite aus überhaupt nicht da ran. Ich komme von dieser Seite aus gar nicht da ran. Ist ja blöd. Hm. Ich muss auf der anderen Seite stehen. Ja, okay. Er ist beschäftigt, ne? Komme ich von hier aus da ran? Nein. Oh, komme ich nicht. Okay, aber wie soll ich stattdessen machen? Wenn er einen gefangen hat, dann da ran. So nicht. Hm. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Komischer Trafigeffekt da. Jetzt mach schon. Das kannst du besser. Ja. So. Gib mir deinen Fisch. Wie komme ich an den ran? Äh. Au. Aufheben und jetzt nimmst du weg, ne? Oh. Verdammt. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was mache ich denn da? Oh nein. Gib mir den Fisch. Okay, von der Idee her richtig. In der Ausführung echt schlecht. Echt schlecht. Das probieren wir gleich nochmal. Du schaffst das. Ich bin sicher, du schaffst das. Guck mal hinlegen. No. Du schaffst das. Du machst das schon. Okay, jetzt wird's interessant. Nein. Ach, Alter. Komm, du kriegst das besser hin. Kommen wir da oben eigentlich auch drauf? Das wär verrückt. Und der Rabe guckt die ganze Zeit zu. Da. So, jetzt. Wie mach ich's? Zum Stolpern bringen kann ich ihn nicht. Hallo? Jetzt aufheben. Und dann ab die Maus, ne? Au. Alter, du störst. Ich bin gerade beschäftigt. Ja. Ist er hinter mir her? Ist er nicht. Okay, alles klar. Fallen lassen. Und? Ja. Essen, 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 essen. Zeig mir nicht so deinen Köter. Ja. Stiel den Fisch ist ein weiterer lecker Fisch. Jetzt kannst du noch höher klettern. Hammer. Fisch-tastig. Alles klar. Super. Das hat funktioniert. So. Was machen wir als nächstes? Hallo. Ach, das sind die Erfolge. Okay. Finde das Chamäleon. Mehr haben wir gerade nicht am Start, ne? Ein Ort, wo man für Helme, den man für Helme kennt. Wo Bagger baggern im Zement. Dort halte ich mich gut versteckt. Werde nie von dir entdeckt. Ich behaupte. Ja, das ist, ich behaupte, das ist die. Ich behaupte, das ist die Baustelle. Bring 20 Menschen ins Stolpern. Oh, das haben wir schon. Sammle alle Mützen. Fünf Packkartons. Zehnmal streicheln. Oh. Recyceln. Recyceln, da müssen wir dran arbeiten. Finde 20. Hier, noch sechs. Sechs von denen. Lass dich 20 mal fotografieren. Ich weiß nicht, wie man das erreicht. Zerstöre alle alten Letzter. Das wird wahrscheinlich gehen, wenn wir nach oben kommen. Schlaf an allen gemütlichen Schlimmerflecken. Okay, also. Ich würde... Ne, da nicht lang. Ich würde tatsächlich nochmal zusehen, zur Baustelle zu kommen. Da komme ich nämlich ran. Hier, Foto. Okay, der hat jetzt keinen Bock mehr, ein Foto zu machen, ne? Nein, allein nicht. Schmusen. Oh. 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 Aufheben. Ach, wie cool. Hier, ich bin eine Recycling-Katze. Guck mal. Ich bin eine Recycling-Katze. Der rennt einfach weg. Ne. Alter, ich renne auch jedes Mal wieder davor, ne? So. Juhu. Blinkies. Alle meine. Gut. Hm. Nun denn. Hui. Kriegen wir den Vogel? Ja. Und das ist einer mit einem Ring. Katzing. Wuff. Yeah. Oh yeah. Alles meins. Alles meins. Gut. Noch einer? Ne, der setzt noch nicht zum Landen an. Okay, also. Zurück rein. Hey, Jungs. Oh. Da war ich zu schnell. Haben wir irgendwas? Da oben. Was können wir da entdecken? Ich bin eine Entdecker-Katze. Ja. Alles klar. Hier scheinen wir schon mal gewesen zu sein, ne? Hier waren wir schon mal. Hui. Okay. Doch, da komme ich hoch. Alles klar. Und dann hier. Ah ja. Jetzt kommen wir zu dem Haus. Genau. Dann lass mich doch, wenn wir sowieso schon hier sind. Mautzi. Wir müssen noch deinen Knochen finden. Ich weiß. So. Wie ging das? Hier musste ich erst das Wasser ausschalten, ne? Oder komme ich da so hoch? Moment. Ich muss da auch Sachen runterwerfen. Das geht jetzt gerade ganz gut. Oh. Das war schon so. Hm. Vielleicht komme ich auch darüber, ohne dass sie mich da lässt. Okay. Oh, nein. Komme ich nicht. Schade. Na gut. Du hast es so gewollt. Dann mache ich hier alles kaputt. So. Und das auch. Genau. Zack. So. Du hast es so gewollt. Hier drüben kann ich auch was runterfummeln. Hui. Oh. So war es. Genutzen. Gut. Jetzt. Okay. Darüber. Hier. Da komme ich nicht hin. Komme ich. Komme ich. Oh je. Oh je. Mach hin. Okay. Hat funktioniert. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Okay. Runter. Ja. Ja. Sehr gut. Haben wir den auch. Astral. Okay. Was jetzt? Hängst du schon da dran? Du hängst schon da dran. Hängst du nicht. Da. Guck mal. Da kommen wir auch rüber. Wie mache ich das denn? Alter. Lass das. Ey. Diese. Okay. Okay. Nur dass du Bescheid weißt. Das ist für deine Frechheit. So. Aber ich gehe doch jetzt nicht nochmal da oben hin. Oder? Die Tür ist offen. Sie sprüht auch direkt in meine Richtung. Die Buche. Ah. Okay. Also ich muss außen rum. Ja. So. Oh. Das tut mir aber leid. So. Jetzt schnell. Runter. Hüpf. Und jetzt will ich gerne da auf den Vorsprung kommen. Das geht gar nicht. Oh. Warte. Es geht. Nein. Es geht nicht. Oh. Schande. Na gut. Ich suche mir einen anderen Weg, wie ich da oben hochkomme. Kann ich eigentlich auch über die Stromleitung schienen? Funktioniert sowas? Hm. Weiß ich nicht. Und da möchte ich ja auch noch hinkommen. Das hier funktionierte nicht, ne? Nee. Das funktionierte irgendwie auch nicht so richtig. das hier könnte, das sieht vielversprechend aus. Warte mal. Lass mich das mal probieren. Ja. Genau. Bis dahin. Wui. Na. Okay. Haben wir jetzt genug Kraft, dass ich hier hochklettern kann? Ich hoffe es. Au. Das wird, äh, ja. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird ganz knapp. Das wird ganz, 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 ganz knapp. Oh. Aber es könnte klappen. Ja. Es hat geklappt. So. Ganz kurz warten, bis es wieder... Jawohl. So nämlich. Yeah. Unbekannte Gefilde. Nee, 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 nee. Nein. Was machst du denn da? Warum? Moment. Das geht besser. Ich springe schon mal dran. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Okay. Das bringt überhaupt nichts. Warum? 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 Ja, ich weiß, Kiki. Ich schwitze auch, du. Sei versichert. Ich schwitze auch. So. Jetzt. Da oben drauf. Buche. Okay. So weit, so Gucci. Hier rüber geht auch. Jetzt hält sie sich nicht mehr fest. Das ist gut. Weh, ich falle jetzt runter. Weh, das hat überhaupt nichts gebracht. Oh. Oh doch, warte mal. Da oben hin, ne? Guck mal, was ist denn hier? Was geht hier? Was geht hier so ab? Aha. Aha. Was haben wir denn da? Okay. Der ist meine. Da geht's auch noch rein. Hier kann ich doch lustig was runterschmeißen. Warte mal. So. Na, komm. Ja. Äh, 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 Das wird nichts mehr. Gut. Was haben wir denn hier? Was ist denn das für eine Butze hier? Da blinkt so viel. Körer. Körer. Oh je. Was denn? Hier gibt es nichts zu sehen. Hm. Du klaust hier heimlich Sachen, ne? Ohrringe und so. Oh, ja, ich weiß es genau. Warte mal, das ist, zählt als runterschmeißen nur Sachen, die kaputt gehen können, oder zählt alles? Ich glaube, es zählt alles, ne? Äh, okay, gut, funktioniert nicht so gut. Hier gibt es nichts zu sehen. Oh. Da ist auch noch ein Blinky. Da ist auch noch ein Blinky. Schön ist es bei denen hier. Mh, da ist auch noch ein Blinky. Da oben komme ich nicht drauf. Hui. Da hinten ist auch noch ein Blinky. Aber es ist niemand zu Hause, ne? Hm. Warte mal, wo geht es denn hier hin? So. Da drüben. Oh, wer ist das denn? Wir lernen noch jemanden kennen. Hui. Werde ich hier auch anders drauf bekommen? Da, guck mal. Das wir... Nee, geh mal runter, genau. Werde ich hier auch anders drauf bekommen? Dicke Katze. Jawohl. Und jetzt wird es klebrig. Haben wir auch einen mehr? Sehr gut. Hehehe. Okay. Äh. So. Moin, wer bist du? Tja. Haben wir die schon kennengelernt? Die haben wir schon kennengelernt, oder? Und dann bricht jedes Wasserrohr der Stadt. Und die Zeitfolge ist komplett durcheinander. Ja, er ist es. Also passiert es gleichzeitig jetzt und gestern. Offenbar ist es mir gelungen, die Ruhe zu kleben. Aber der Kaugummi wird dich ewig halten. Und gerade steht die ganze Stadt unter Wasser. Und... Hallo. Oh, du bist das Kätzchen. Tut mir leid, habe ich dich geschreckt? Nur ein bisschen. Normalerweise sehe ich hier oben niemanden. Äh. Es gibt nur den Gekku und mich. Oh, wow. Ist das der echte Gekku? Ich weiß nicht. Oder noch nicht, sollte ich eher sagen. Taniko. Ähm. Werde ich jetzt bereuen zu fragen, was du mit noch nicht meinst? Das ist eine relativ leichte Übung. Ich komme jeden Tag hier hoch und esse zu Mittag und spreche mit Gekku. Wenn er antwortet, weiß ich, dass er echt ist. Und wenn er es nicht tut, dann brauche ich ja immer noch einen Ort, an dem ich zu Mittag essen und nachdenken kann. Warum also nicht ein sonniges Fleckchen? Ja, ja. Das klingt logisch. Dein Fleckchen ist fast wie mein Fensterplatz, wo wir gerade davon reden. Ach ja, viel Glück beim Klettern. Danke. Und dir viel Glück mit Gekku. Danke. Ich sage dir Bescheid, wenn er antwortet. Äh. Okay. Das war alles. Na gut. Na gut. Verrückt. Hm. Da oben ist auch noch ein Dingsi. Ah ja. Ich sehe schon, wie wir da hochkommen. Aber ich würde es zu gern mal probieren. Obwohl, da sind wir ja schon gewesen. Ich würde zu gern mal probieren, ob wir auf den Strümleitungen laufen können. Und da unten ist auch noch ein Dingsi. Okay. Alles klar. Ich versuche es erst mal hier. Oh. Da gibt es Sachen zu runterschmeißen. Warte. So. Und so. Na. Okay. Da hat es auch richtig gut funktioniert. Na. Na. Und du bist mir ja einer hier. Und das war schon so. Oh. Oh. Das ist ja voll blöd, dass das jetzt so am Laufen ist. Das ist ja echt doof. Da oben sollen wir hin, ne? Oh. Okay. Diese Anzeige macht mich ein bisschen nervös. Aber kann ich nicht mehr nervös zu sein, ne? Ja. Easy. Wir kommen auch so hin. So. Und jetzt da rüber. Zack. So. Wo sind wir denn hier? Das nehme ich erst mal mit. Und da haben wir noch ein Vögel. Warte. So. Ein Vögel. Moment. Ah. Zu spät gedrückt. Da ist auch noch was zu runterschmeißen. Huh. Mist. Ich denke, mit dem Kopf dagegen hauen geht auch. Zack. War da was drin? Nee. Hat nichts geblinkt, ne? Hm. Probeln. Du hörst gleich. Hier. Pass mal auf. Drei. Zwei. Eins. Hui. Jawohl. So nehme ich. Ja. War echt eine schlechte Idee, nach oben zu starten. Zack. Alles klar. So. Komme ich hier irgendwo hin? Nö. Ich könnte die Leute nur auf den Kopf spucken. Da komme ich nur wieder da hin. Oh. Hier scheinst du mir irgendwie... Geht's hier weiter? Irgendwas... Ja. Hier ist noch was. Hier ist aber eine ganze Menge. Hier rüber springen ist wahrscheinlich... Brauch ich gar nicht. Da geht's hoch. Okay. Da hinten fallen lassen? Oder kann ich bis dahin springen? Ich kann nicht bis dahin springen. Also müssen wir hier erst rüber. Okay. Das hier ist doch auch eine Mega-Baustelle, ne? Sollte hier nicht der... das Eichhörnchen sein? Nicht das Eichhörnchen. Ja, ich komme gerade nicht drauf. So. Oh. Wie könnte das passieren? Oh. Oh. Ne? Oh. Guck mal, hier können wir mal ein bisschen weiter gucken. Schön hier. Naja. So geht so. Okay. Da drüben ist auch noch was. Fallenzeichen. Aber da weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Hier können wir nicht reinspringen. Doch, da könnten wir hoch. Aber wie füllt das weiter? Hm. Scheint mir kein geeigneter Plan. Ne. Ich gehe erst mal da drüben runter. Hui. Genau. So nehme ich. Alles meins. Voll die fette Kohle. Mega fette Kohle. War hier nicht noch was? Doch, klar. Hö. Okay. Da geht's weiter. Guck mal. So. Voll schön. Okay. Ein Fuhl. Ja. Ach, guck mal. Da sind die Enten. Ach was. Ne. Sag mal. Bin ich hier eigentlich? Kletter ich eigentlich schon das Haus hoch, wo wir wohnen? Okay. Oh. Das war nicht gut. Ja. Schon klar. Hey, Jungs. Hm. Also. Ich. Ein bisschen müssen wir aber noch, ne? Also noch nicht. Ne. Noch nicht. Aber das heißt, wenn die hier sitzen, bedeutet das doch, dass wir uns dann bei denen verabschieden können, ne? Dafür wird die Sequenz bestimmt sein. Ach, guck mal. Das haben sie aber nett gelöst. Hier. Der Topf ist zersprungen, aber der Ballen ist noch dran. Da sind wir hochgekommen. Okay. Das sieht hier verdächtig dann aus, als wäre da drum auch noch was. Ist hier noch was? Hier ist übrigens gar nichts mehr. Hm. Schade. Na gut. Aber das ist hier für die... Äh. Hallo? Das ist hier für die Verabschiedungsrunde, ne? Ähm. Ich seh' das nicht. Wie bist du denn hier hochgekommen? Äh. Was ist hier los? Sowas fragt man nicht. Das ist unverschämt. Na klar fragt man sowas. Ja, Papa ist erwachsen. Äh, Katzen, bist du schon erwachsen? Ähm. Ich glaube, ich liege irgendwo dazwischen. Laut Tierart bin ich erwachsen, aber ich fühle keinen Unsch. Ich glaube, ich liege irgendwo dazwischen. Ich bin etwas erwachsener als ihr, aber weniger erwachsener als euer Papa. Äh, äh. Warum ist das so komisch hier mit dem Dialog? Bringst irgendwas trotzdem mit uns, oder? Warum sagt das Katzen? Keine Zeit mit uns verbringen wollen. Ach. Hm. Weil wir zu klein sind? Wir sind nicht zu klein. Wir sind zu viert. Wie meinst du das? Vier kleine Dinge ergeben ein großes. Na, auf jeden Fall sind wir sehr lustig. Stimmt, Katzen? Ja, genau. Ich kann nur, dass es mit euch nie langweilig wird. Okay, das möchte ich mal sagen. Ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen. Willst du mit uns schwimmen? Äh, ja, nee, schwimmen im Wasser? Bäh. Ich meine, nein. Danke. Außerdem muss ich nach Hause. Okay, vielleicht ein andermal. Das ist die Verabschiedungsrunde. Ja. Das Kätzchen geht wieder, oder? Tschüss, Kätzchen. Auf Wiedersehen, Entchen. Viel Spaß beim Schwimmen. Das ist die Verabschiedungsrunde. Nee, dann machen wir das nicht. Nee. Ich bin auch nicht bereit. So, aber was können wir denn ausprobieren? Wir könnten ausprobieren, auf das Haus zu kommen. Da sind wir hochgekommen. Hier könnten wir... Nee, hier komme ich doch einfach nur noch höher, ne? Aber ich... Ich bin auch nicht bereit dazu. Glaube ich. Guck mal, wir brauchen auch noch einen Fisch. Das geht noch gar nicht. Aber das ist nämlich trotzdem nicht da. Das war keine gute Idee, ne? Nein. Naja, vielleicht doch. Äh... Okay. Doch, hat funktioniert. Okay. Riesenknaller. Ah, das Achievement haben wir jetzt also. Okay. Nee, ich gehe nicht höher. Nein. Ui. Oh, mitten in den Teich. Nicht höher. Mh, mh, mh. Ich möchte mich unten noch mehr umsehen. Wir haben auch noch nicht alles hingekriegt und so. Bla, bla. Also, da ist noch ein bisschen was übrig. Außerdem möchte ich das Chamäleon noch finden und so. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Na denn, kommen wir denn hier... Wenn ich mich von oben fallen lasse, kommen wir irgendwo Interessantes hin? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Hm. Hier auch nicht. So. Was ist denn hier? Wiii. Kabumm. Ah. Oh. Wo komme ich hier irgendwo Interessantes hin? Das sieht nicht so aus. Hm. Schade. Na? Hey. Okay. Äh. Okay. Von hier komme ich nur ganz wieder runter, oder was? Tatsächlich. Sieht so aus, ne? Ah, nee. Es geht. Okay. Äh. Ja. Gut. Wo jetzt hin? Ich glaube, ich würde gerne da drüben hingehen. Zu dem... Nee. Moment. Lass mich einen runtergehen. Oder sollen wir das mal testen, wie ob das mit den Stromkabeln funktioniert? Aber hier können wir doch auf diese Schild... Halt! Hier kommen wir... Ach, hier sind wir rausgekommen. Okay. Kriege ich das hin? Da drauf zu springen? Ich würde erstmal, ehrlich gesagt, am liebsten da drauf springen. Okay. Das hat geklappt. Cool. Geht's da noch irgendwo... Da geht's auch noch irgendwo hin. Hm. Okay. Noch nicht drunter. Ja. Hier hoch. Äh, ja. Okay. Da hoch. So. Und jetzt hier hoch. Ein Golf-Turnier. Hier spielt jemand Mini-Golf. Krieg ich das hin? Kann ich die... Ich kann die Kugel bewegen. Ja. Okay. Es ist irgendwie gelaufen, ne? Ja, okay. Ich hab sie tatsächlich mal getroffen. Wer hätte jetzt gedacht... Oh nein! Das fehlt nichts mehr. Oh nein! Okay. Ne. Diese Vögel! Hallo? Können wir mal darüber reden? Okay. So. Hier. Da ist auch mal ein Dingelchen. Da sind auch noch Dingelchens. Ich kann mal... Ja. Ich muss mich immer davon überzeugen, ob sie einen Weg zurück sind. Guck mal, wie wir da haben. Ich muss mich immer dafür noch überzeugen, ob es auch einen Weg zurück gibt. Na? Ja. Jawohl. Gut. Ich sehe gerade nichts. Ah, wir kommen hier direkt rein. Tatsächlich. Gut. Sehr schön. Ah, jetzt hab ich gar nicht drauf geachtet. Wie viele Läste haben wir noch? Ah. Da! Ah, den kennen wir doch. Hallo. Halt, da drüben muss auch noch was. Da muss ich noch hingehen. Äh, aber scheinbar nicht von mir. Komm ich da durch? Nee. Das ist doch die Hummel. Oh. Ja. Okay. Komm ich hier irgendwie durch? Hm, ne? Das ist die Hummel. Ich tocke gleich mit dir. Oh nein. Tisch ab, Biedel. Tiffi, lass mich rein. Jemals. So darf mich niemand sehen. Spliss im Fell, Tränensäcke und in den Augen. Mein Schnur, Haar, Niedlichkeitsfaktor liegt bei Null. Eine Katastrophe. Von Kopf bis Pfote. Wenn ich mich rein, das kann ich versuchen zu helfen. Niemand kann mir helfen. Ich bin ein Häufchen. Ehe, als meine Karriere ist passé. Oh, Tiffi, das stimmt nicht. Lol. War das etwa ein Lol in meiner größten Not? Ich glaube, es geht los. Das ist meine nervöse Angewohnheit. Lol. Äh, ich meine kein Lol. Nein, Biedel. Mein Tag ist offiziell gelaufen. Lol. Sag das nicht, Tiffi. Wir haben einen vollen Terminkalender. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten, Biedel. Aber heute ist Mützwoch. Und Mietzwoch. Wenn wir kein Bild von einer Katze mit Mütze posten, woher sollen die Leute dann wissen, dass du immer noch eine Influencer bist? Mach einfach ein Foto von einer anderen Katze mit einer Mütze. Schreib dazu, dass es mich der hier Street-Style inspiriert hat oder so. Echt jetzt? Muss ich mir alles selbst einfallen lassen, Biedel? Tiffi. Okay. Tiffi? Uff. Muss ich auf die schnellen Katze mit Mütze auftreiben? Hallo. Ich bin hier. Moment mal. Bist du das Kätzchen? Ja. Wie läuft es denn mit dem Handy, Dings? Naja, alles Bestes im Gegensatz zu bestimmten flauschigen Influencerinnen. Ich wollte nicht lauschen, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen. Alles okay? Ich... Wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann schon. Ich muss für dieses Foto nur eine Katze mit Mütze finden. Ähm... Kätzchen! Du bist ja eine Katze. Ja, voll und ganz. Und du trägst eine Mütze. Ist sie nicht steil? Ist sie scheichalig genug? Sie ist perfekt. Du kannst jedes von Tiffis Balkonsets verwenden. Sag einfach Bescheid, wenn du ein gutes gefunden hast. Okay. Pose für Beatle. Okay. Äh... So, warte mal. Können wir... Uh... Das ist ein prima Plan. Ich sitze. So. Und dann ein Foto... Wenn das mal kein cooles Bild... Naja, gut. Cool ist anders, ne? Okay, das geht auch. Das ist cool. So. Äh... Noch ein bisschen... Schauen wir mal nach oben. Hallo. Kätzchen. Schauen wir mal nach oben. Neigen will ich nicht. Okay, dann machen wir so ein Foto. So. Hm. Ja. Krass. Okay. Ich habe ein Foto gemacht. Kann ich da eigentlich auch was drauf machen? Nee, hier darf ich eigentlich... Nein! Oh, ich bin so doof. Das ist doch nicht wahr. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Hier scheint es noch weiter zu gehen. Komme ich auch da oben hoch? Da oben komme ich nicht hoch. Okay, also muss es hier lang gehen, ne? Ja. Nee, du fällst jetzt ganz wieder runter. Da geht's... Da geht's... Ah ja, sehr gut. Da geht es in das... Da geht es in das Gebäude hinein. Okay, das ist ja schon mal gut. Ja. Oh. Das war sogar sehr gut, dass wir hierher gekommen sind. Oh. Ausgezeichnet. Hoffe ich. Ja. Okay, alles klar. Haben wir hingekriegt. Das war sogar sehr gut. Ja, ich weiß, es war nicht gewollt, aber trotzdem. Hui. Yes. Was haben wir denn hier empfunden? Oh, eine Tigger-Mütze. Streifen sollen gerade der letzte Schrei sein. Okay. Lass uns mal anprobieren. Nee. So, da. Wo ist denn die Tigger-Mütze? Tigger, 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 Tigger. Vertragen? Ach, warum eigentlich nicht? Okay, gut. Wir sind als Tigger unterwegs. Cool. Komme ich denn da jetzt wieder hoch? Bitte. Das käme mir wirklich sehr gelegen. Hier scheinbar nichts. Okay. Oh, Alter. Echt jetzt? Ja. Noch ist alles Gucci. Hier halte ich mal kurz an zum Erholen. Ja, genau. Und dann gehen wir da den Weg wieder zurück. Okay, alles klar. Daraus sollte ich nicht hingehen, weil das befördert mich direkt wieder runter. Na, 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 na. Schön langsam. Immer vorwärts. Okay, vielleicht doch nicht ganz so langsam. Okay. So, da sind wir. Gut. Alles klar. So, jetzt aber bloß keinen Fehler machen. Ich hoffe, hier komme ich wieder zurück. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Hier sieht sowieso gut aus. Da oben muss ich unbedingt hin, ne? Ja. Okay, soweit so gut schien. Na, okay. Äh. Naja. Da ist auch noch was. Oh, Mann. Okay, vielleicht sollten wir tatsächlich den Weg nach unten wagen. Ah. Ja. Ist. Gut. Ist auf der Seite dann irgendwas? Da käme ich aber. Warte mal, da komme ich wieder hoch. Komme ich von hier auch hoch? Weiß ich nicht. Das machen wir auf dem Rückweg, okay? So, was du bist. Da oben. Ja. Okay. Gut. Noch ist alles Tutti. Hm. Aber jetzt bin ich extra vorsichtig. Oh. Ja. Cool. Da waren wir schon, ne? Ja. Da unten. Okay. Noch ist alles gut. Jawohl. Ach gut, wir sind wieder da. Okay. So, hier. Also. Hey, Sumse. Was geht? Darf ich ein Foto von dir machen, Kätzchen? Oh, nee. Ich brauche mir dieses. Darf ich ein Foto von dir machen, Kätzchen? Äh, klar. Äh, gerne. Los geht's. Oh. Okay. Drei. Zwei. Ist das alles? Echt? Oh, perfekt. Fehlen nur noch die richtigen Hashtags, da kann ich es posten. Was? Und fertig. Tausend Dank, Kätzchen. Dachte schon, wer steht denn weiterhin Nervenzusammenbruch vor? Kein Problem. Das Modeln hat mir Spaß gemacht. Du bist eben ein Naturtalent, so wie die meisten Kätzchen. Bitte. Äh, also, was steht noch auf der Liste? Mal sehen. Ähm. Verstehe das bitte nicht falsch, aber ich mache mir Sorgen um dich. Äh, und dann ist da noch der Markenpartner. Uh, und der spontane Roadtrip muss geplant werden. Und ich muss noch die Kommentare unter dem Bild verbreiten. Genau das meine ich. Oh Mist, und ich muss noch die Mail. Biedel. Wo ist die Füße, Biedel? Wann hat das zuletzt ein paar Tage frei? Ähm, also, lol. Oh, ich habe einen digitalen Entzug auf den Bauhof eingelegt. Äh. Ich habe es mehrere Minuten ohne Handy ausgehalten. Du hast mich gesehen. Das war keine Pause. Ich bin eine Katze. Mit Pausen kennen wir uns aus. Tatsächlich hatte ich heute zum ersten Mal in meinem Leben eine To-Do-Liste. Und ich habe trotzdem Sachen wie Schlafen und herumalbern draufgeschrieben. Wow. Und es gab keine Katastrophen. Es lief alles okay? Mehr als okay. Hm. Äh. Was ist? Du hast vollkommen recht. Ich brauche wirklich eine Pause. Eine, bei der ich nicht auf dem Bauhof in Panik gerate. Eigentlich. Biedel. Was hat das zu bedeuten? Oh oh. Das ist kein Street-Style-Foto. Es wurde auf meinem Balkon aufgenommen. Oh nein. Sie hat das Foto gesehen. Loll. Willst du mich etwa ersetzen? Was? Nein, Tuffy. Ich bin dem Kätzchen hier befreundet. Das Kätzchen wollte mir helfen, weil ich alleine überfordert war. Überfordert? Davon hast du nie was gesagt. Es gab immer so viel zu tun. Ich hatte nicht mehr Zeit, um zu bemerken, wie überfordert ich bin, bis das Kätzchen mich gefragt hat, wie es mir geht. Also, wenn du unbedingt etwas Zeit für dich haben willst, kannst du mir auch einen Kaffee holen gehen. Ähm. Ich hatte an eine längere Pause gedacht, in der ich keine Besorgung machen muss. Äh. Das sollte machbar sein. Und wenn das Kätzchen so hilfsbereit ist, kann es ja während deiner Pause für dich einspringen. Wie bitte? Das bekommst du... Du bekommst eine Pause und eine Assistenz. Eine Win-Win-Situation. Äh. Biedel. Biedel. Bist du noch da? Kannst du das Kätzchen beten, mir einen Katsuchino mit Extrasame zu bringen und... Das reicht. Oh oh. Mir reicht's. Aber... Nein. Du hörst mir jetzt mal zu, Taffy. Skittles Smith. Ach du liebe Zeit. Das geht aber immer nicht so locker von der Zunge, ne? Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel. Ich fand es immer toll, mit dir abzuhängen und cooles Teils auszuprobieren, aber es macht mir keinen Spaß mehr. Ich brauche eine Pause, in der ich darüber nachdenke, was mich glücklich macht. Aber das geht nicht, wenn du mir das Kätzchen herumkommandierst. Ey. So habe ich das doch gar nicht gern bereit betrachtet. Also. Du gibst mir eine komplette Woche Urlaub. So. Eine komplette Woche? Eine komplette Woche? Ab sofort. Ich. Und dann ziehen wir hier neue Seiten auf. Du willst Veränderung? Ja. Veränderung. Okay. Ich. Okay. Na gut, aber ähm. Ja. Ähm. Bevor du dich in deine Urlaubswoche verabschiedest. Mein Kanzucino? Kannst du vergessen. Okay. Geht's dir gut, bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Trubel. Hast du mich gehört? Ja. Tausend Dank für deine Hilfe, Kätzchen. Das bedeutet mir sehr viel. Kein Problem, bitte. Weißt du schon, womit du deine freie Woche verbringst? Schlafen unter Rübenalbern klingt ziemlich cool. Aber davon werde ich in ein Café gehen. Das Ganze geredet über Katsucino hat mich durstig gemacht. Klingt perfekt. Mach's gut, Kätzchen. Und danke nochmal. Oh. Ist ja süß. Oh. So, damit wir das jetzt aber nicht vergessen, ne? Ich gehe hier wieder runter und haben wir da drunter noch was? Ne, das ist ja ausgekommen, ne? Vielleicht weiter um. Oh oh. Das geht jetzt wirklich sehr hoch. Aber das ist ja unser Zuhause, ne? Also da sollte ich vielleicht noch nicht dran gehen. Weil wegen kann ich rumboingen, kann ich nicht. Guck mal, da hinten ist noch... Da müssen wir doch bestimmt irgendwas mit machen, ne? Guck mal, hier ist noch so ein Ding. Aufheben. Irgendwas wird doch damit... Irgendwas werden wir damit tun müssen. Hm. Naja gut. Jetzt nicht. Okay. Hier bin ich voll absichtlich runtergefallen, ne? Ah, warte mal. So. Ne. Ne. Okay. Okay. Ist da drüben... Da drüben ist gar nichts. Es sind tatsächlich diese Sachen hier auf dem Vordach. Und... Oh ja. Alles klar. Hat spitzenmäßig geklappt. So. Ne. Hier bin ich aber ganz richtig. Weil... Genau. Ich würde gerne das hier einsammeln. Jo. Ist das da... Was ist das da? Was ist das da oben drauf? Ist das was, das wir brauchen? Es ist kein... Was von diesen... Dingsis, ne? Von diesen Vogelnestern. Ach. Hey, Vogel. Apropos. Ja, 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 ja. Da ist... Auch... Nichts. Nur etwas, wo wir nicht durchkommen. Hier bin ich vorher nicht drauf gekommen. Daran erinnere ich mich noch. Sollen wir es mal probieren. Was da passiert? Alter. Ja, ja, ja. Keine Gefahr. Alles gut. Ähm. Ich würde gerne mal... Ich würde gerne wissen, was das ist. Komme ich da drauf? Ich kann es nicht erkennen. Was soll das sein? Oh. Oh. Okay. Okay. Ach, das ist einfach nur so ein Werbel... Werbel-Dings, ne? Ah. Da soll ich scheinbar auch nicht drauf. Okay. Nein, das wird nichts. Okay, alles klar. Gut, dann eben nicht. So. Liegt hier irgendwelcher Müll herum? Tut es nicht. Okay. Lass mal auf die Karte gucken. Ähm. Puh. Was wir noch nicht untersucht haben, ist dieser südliche Bereich. Hier, guck mal, da ist sogar noch was offen. Und hier geht es irgendwie auch noch nicht lang, ne? Und das unterirdische Netzwerk habe ich offensichtlich auch noch nicht ausreichend besucht. Okay. Es steht auch noch zur Auswahl, hier oben zu gucken. Da war irgendwo noch ein Fußballfeld. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo, aber das finden wir schon. Ähm. Oder war das hier? Das war auf jeden Fall irgendwie oben links. Ich glaube, ich sollte mal ein paar mehr Mülltonnen auf der... Ähm. Also. Unten drunter, ne? Aufdecken. So. Mal gucken. Ich werde schon eins finden. Ist das ein Dur... Hier waren wir auch noch nicht drin. Ausgezeichnet. Und? Ja. Schön, schön, schön. Wie? Okay. Das ist alles meins. Container tauchen. Ein Achievement mehr. Ach, hier sind wir dort. Okay. So. Hm. Das... Den da hatten wir, glaube ich, benutzt, ne? Das ist... Das Portal ist noch nicht mit den anderen verbunden. Oh. Wenn du mir eine Fehler bringst, kann ich jetzt verbinden. Ach, das ist cool. Ja gut. Dann lass uns das doch mal machen. Bitte sehr. Ja. Okay. Bumm. Fump. Okay. Ich verstehe. Wir müssen... Äh, ja. Okay. Dafür sind die Federn also gut. Ja. Okay. So. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen mehr nördlich. Das heißt, wie viele Federn habe ich denn eigentlich? Ach. Und den haben wir auch noch nicht gefunden. Äh. Okay. Gut. Weißt du was? Dann lass uns doch mal ein, zwei Feder sammeln. Ich hab mir schon gespaßt, ne? Auf jeden Fall. Das ist... Ach so. Das ist nur Müll. Ist aber gut, weil das Achievement steht auch noch raus. Wo ist der nächste Mülleimer? Da hinten? Das ist auf... Ne. Das ist kein Mülleimer. Äh. War hier nicht einer? Ne. Wo war denn ein Mülleimer? Hm. Naja. Jetzt bin ich schon fast rum, ne? Frau T. ist noch beschäftigt. Hier ist kein Mülleimer. Das ist, glaube ich, ein... Da ist der Mülleimer. Naja. Uah. Oh. Schüttel, schüttel, schüttel. Wiii. Oh. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. So. Ablegen. Yeah. Okay. Aber wo wir schon mal hier sind... Ich meine, es war... Oh. Hm. Ich meine, es war auf der anderen Straßenseite, ne? Kann ich hier was machen? Äh. Ne. Sieht nicht so aus. Okay. Gut. Wo war denn das noch? Das hier haben wir schon... Den haben wir noch nicht leer geschaut. Ich glaube, wir können es uns leisten. Hallo. Na, Mr. Crea? Äh. Hallo. Jetzt. Möchtest du eine Mütze kaufen? Sie kostet 10. 10. Okay. Ja, bitte. Bitte sehr. Ja. Was haben wir da? Eine Froschmütze. Ich bin doch grün hinter den Ohren. Okay. Hui. Möchtest du eine Mütze kaufen? Sie kostet 10. Ja, klar. Ja, bitte. Bitte sehr. Wie viel habe ich noch? 84 reicht. Oh. Wenn Robben hinter Robben, 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 Robben hinterher, Robben her. Na. Cool. Möchtest du? Ja, ja. Ja, 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 ja. Bitte sehr. Oh, sie. Ach, das finde ich... Ja. Sie wird vom Jäger zum Jagdmann. Mein Scherz. Die Maus von dem Mann ist mein bester Freund. Okay. Einen haben wir noch, ne? Möchtest du eine Mütze kaufen? Ja, ja. Auf jeden Fall. Bitte sehr. Eine Jägel. Okay. Jägel sind die Haarbürsten der Natur. Natürlich. So. Mehr haben wir nicht. Lass mal gucken. Wie sehen die denn aus? Ähm, okay. Das nicht. Nein. Haben wir den Fisch schon aufgehabt? Äh, ja. Brauchen wir nicht. Okay. Das hatten wir schon. Was ist das da? Ach, das ist Sushi. Die Maus. Oh, ich glaube, das wird die Mütze. Ja, ich glaube... Nee. Ja, nein. Warte. So. Igel. Tragen. Oh, also. Ganz cool. Ja. Mal gucken. Was gibt's noch? Was hatten wir noch? Mehrheitlich? Nee. Äh, okay. Sieht ihm ganz ähnlich. Äh. Nein. Nein. Ich glaube, es wird die Maus. Ja, nein. Es wird die Maus. Es wird die Maus. Okay. Gut. So. Wir brauchen aber... Uh. Halt. Krieg ich hin? Komm. Volle Katzen-Ecken. Oh nein. Es ist zu lange. So. Hier. Ein paar haben wir ja noch, ne? Reden. Dieses Portal ist noch nicht mit anderen verbunden. Ich weiß. Ich verbringe dir eine Feder. Bitte sehr. Wir haben noch zehn Federn. Alles easy. Wo sind wir denn jetzt? Da unten. Okay. Weißt du was? Ich laufe einfach mal weiter. Kann ich hier auch wieder aussteigen? Ja. Es geht. Okay. Das funktioniert. Gut. Ähm. Irgendwie. Äh. Äh. Irgendwie. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin doch... Hm. Ja. Nee. Bin schon ganz richtig. Okay. Ich laufe mal weiter oben Richtung Hafen, ne? Okay. So. Da ist der Wauzi. Hm. Okay. Nein. Nein. Ich muss wieder zurück, ne? Und? Katzenpower. Katzenpower. Ja. Habe ich eben nicht noch gesagt. Wir brauchen keine mehr. Hm. Na ja. Katzenpower. Okay. Yay. Gut. Hier. Wie mache ich das denn? Juhu. Möchtest du schmusen? Juhu. Wie kann ich denn die denn... Wo ist sie jetzt hin? Ist einfach weggespawnt. Hm. Na sowas. Okay. Okay. Den hatten wir schon verbunden, glaube ich. Ja. Der sieht verbunden aus. Ja. So. Hier ist eine Kurkuma. Hier. Den hatten wir aber, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Den hatten wir doch nicht. Okay. Dann lass uns den doch auch mal. Ja, ja, ja. Ist noch nicht verbunden. Okay. Wenn du mir... Ich habe eine Feder. Bitte sehr. Ich würde es ganz gerne rausbauen. Okay. Und da möchte ich hin. Jawohl. Juhu. Ich brauche einen kurzen Augenblick zum Orientier. Und... Yeah. Tai Chi Katze. Kawumm. Oh. Hier, da ist eine Dame mit Telefon. Können wir... Kannst du mal ein Foto von mir machen? Wie macht man das? Nee, so nicht. Okay. Wie mache ich das stattdessen? Das braucht immer einen Augenblick. Oh. Okay. So macht man das nicht. Gut. Aber hier... Wenn sie mal schauen wollen. Okay. Den nehme ich mit. War da nicht anderes? Nee. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Hey. Ma'am. Hm. Nee. Da scheine... Doch. Da scheine ich hin zu sein. Gibt es da denn was drin? Äh. Ja. Nein. Schade. Ich hatte gehofft da irgendwie durchspringen zu können oder so. Naja gut. Hallo. Da ist... Ach nee. Hier ist der Laden. Okay. Nein, 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 nein. Der nicht. Nee. Dann gehen wir hier oben weiter. Da ist es. Ja, hier. Guck. Da ist... Ach, warte mal. Den können wir auch mal direkt verbinden. Ja. Auf geht's. Nee. Ach so. Oh. Den hatten wir schon verbunden. Mist. Wo bin ich denn hier? Ist das der? Wie wenn nicht? Ich habe es jetzt gerade erst gefunden. Äh. Okay. Ja. Oh nein. Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Hm. Sammeln wir noch einen? Oh. Zu spät. Na. Doof. Sag mal. Ich bewege mich doch hier. Ach, warte mal. Der ist interessiert. Oh. Möchtest du reisen? Nein, ich möchte nicht reisen. Ich unterhalte mich gerade mit dem Typ. No. Okay. Ja, ja, ja. Geh weg. Hm. Der hatte gerade Interesse an mir. Ach, Mann. So. Und ich bin jetzt in der falschen Richtung unterwegs, ne? Natürlich. Ich sehe das doch. Mei. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hab kein Telefon dabei. Nee, der hat eine Duse dabei. Oh. Na? Wieso kann ich den nicht zu Fall bringen? Ich brauch da Müll. So ist brav. Oh. Okay. Ich hau ab. Dankeschön. Ist er noch hinter mir her? Nein, ist er nicht. Gut. Okay. So. Der hat mir freiwillig seinen Müll gegeben. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Da ist Rausi. Dann befinden wir uns aber zumindest auf dem richtigen Feld. Alter. Ich jetzt? befinden wir uns zumindest auf der richtigen Pferde. Na? Tu es. Okay. Okay. Also. Also, also, also. Eben hatte ich es gefunden. Ding, ding, dong. Ding, ding, ding. Da ist es. Das ist unser nächstes Ziel. Okay. Da kommen wir auch nur irgendwie rein. Liegt der irgendwie oben oder so? Weiß ich nicht. Ich würde aber gerne mal nach oben kommen wollen. Hm. Hier ist kein Ball. Wer hat da gerade auf mich gekackt? Ich glaube, es geht los. Da waren wir schon drin. Hm. Hier komme ich scheinbar nicht hoch. Doch, nein. Weiß nicht. Doch, ich komme da hoch. Okay. So. Kein Ball. Immer noch kein Ball. Ist der hier? Da hinten ist auf jeden Fall was. Ich möchte auf jeden Fall da hinten hin. Warte mal. Komme ich da von hier aus hin? Das sieht doch so aus, ne? Ja. Ja, okay. Das sind auf jeden Fall Sachen. Ob da auch ein Ball ist, weiß ich jetzt noch nicht. Hui. Komme ich da auch? Nö. Hi, Katie. Das ist aber eine schöne Mütze, doch. So. Äh, da hinten sollen wir rüber. Oh je, kann ich so weit springen? Äh. Ja, gerade eben. Da oben ist auch noch was. Okay. Guck mal, hier oben. Ja. Auch meins. Wir sollen offensichtlich nach oben gehen, ne? Und da unten ist auch noch was. Naja, da können wir ja automatisch hin, ne? Ja. Da drüben. Nein. Was ist mit hier? Oh, das geht noch nicht. Doch, geht. Okay. Wow. Hier kommen wir aber hoch hinaus. Äh. Okay, so weit so rutschig. Da ist der Ball. Ja. Okay, alles klar. Easy peasy. Na? Juhu. Oh nein, er ist da unten liegen geblieben. Oh nein. Okay. Äh, wie mache ich es denn jetzt? Am geschicktesten wäre es erst mal da hin zu gehen, um ihn nicht zu vergessen, ne? Ich kenne das doch. Oh nein. Okay. Geh weg. Alter. Ernsthaft? So, wo ist er jetzt hin? Er ist runtergefallen, ne? Gut, der rollt auch schon fast ins Tor. Ich gehe erst mal wieder oben hoch. Ähm. So. Da drüben hin. Genau. Habe ich da oben noch irgendwas übersehen? Nee, wir sind da nur hingekommen wegen Verlustmachung, ne? Um den Ball zu finden. Whee. Oh meine Güte. Okay, okay, okay. Oh. Da ist ein bisschen mehr daraus gekommen. Ein Schwert? Was? Ich meine, ich wollte es sagen. Was? Hier kommen wir nirgends rein. Okay, das ist auch in Ordnung. Nee, 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 nee. Nicht aufheben. Aber da würde ich gerne hineinspringen. Das ist doch auch... Ja, ab in die Kiste. Vier von fünf. Ne? Einen haben wir noch. Gut. Okay, war schön. War schön, aber brauchen wir nicht. So. Okay. Dann lass uns doch die Sachen mit dem Ball mal in Ordnung bringen. Ball ins Tor und so. Irgendwas, was ich hier noch übersehen könnte? Bestimmt, ne? Ah, vielleicht noch nicht. Okay. So. Ups. Oh, Mensch. Vorsicht, fliegende Katze. Und da können wir auch noch dran ziehen. Nein. Nee, nicht das. Lass es gleich. Pass auf. Jetzt. Da ist nichts drunter, ne? Nein. Okay. So. Hier. Ka-ching. Ka-ching. Katzen machen Katzensachen. Und? Yeah. Ins Netz gegangen. Okay. Lass uns mal nach Achievements gucken. Fischtaste. Isst allen den leckeren Fisch? Ich dachte, wir haben schon alles gegessen. Wir haben auch alle vier geholt. Zerschmettere zehn Gegenstände. Ach so, ja. Das ist ja okay. Lerne alle Tiere kennen. Einen müssen wir noch. Ähm. Münz sammle alle Mützen. 4,35 und 42. Oh, da fehlt aber noch ein bisschen was. Ein Pappmütter. Ist klar. Lass dich zehnmal streicheln. Ich hab... Okay. Recycling hat Gegenstände. Au. Hier immer noch richtig viel zu tun. Uiuiuiuiui. Fange 20 Vögel. Zwei brauchen wir noch. Lass dich zwei... Da hab ich keine Idee, wie das funktioniert. Gibt's da irgendwie eine Hilfe zu? Ne. Äh. Zerstöre alte Vorderungen in den Nestern. Hm. Zwei fehlen noch. Und ein... Okay. 20 Fotos mit deiner Kamera. Das lässt sich leicht einrichten. Bringe einen Hundenknochen. Und es gibt noch drei Aufgaben, die ich noch gar nicht gesehen habe. Äh. Es gibt noch eine... Äh. Okay. Wird ein langes Let's Play. Gut. Also, das hier haben wir schon. Recycling. Ja, ja, ja. Hi. Oh. Nicht kuscheln. Komm, kuscheln. Okay. Das wird wohl nichts mehr. Äh. Aus uns beiden wird nichts mehr. Ist schon klar. Hm. Ja. Oh, jetzt ist ja richtig stinkig. Na sowas. Da sind wir schon dran gewesen. Komme ich hier eigentlich rüber? Kann ich da rüber springen? Ein bisschen? Ne. Nein, kann ich nicht. Ja, ja, ja. Okay. Kann ich da drauf springen? Oh, guck mal. Der ist immer noch stinkig. Das funktioniert jetzt aber ganz vorsichtig. Oh, ne. Alpha Wand. Hi. Alpha Wand. Das wird nichts. Okay. So. Wir haben noch Zweifel. Wir brauchen nur noch Zweifel. Schleich, 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 schleich. Und? Linia-Katze. Ja. Ups, gleich daneben. Ah, daneben. Und sie hat auch noch... Boah. Daneben. Ihr wisst schon. Da sehe ich doch einen Vogel im Schatten. Nein. Oh. Das wäre beinahe was geworden. Haben wir den schon? Ähm. Den haben wir noch nicht. Okay. Äh. Ja. Hier ist er. Er ist nicht verwunden. Okay. Bitte sehr. Dankeschön. Ja. Ich habe das nicht so direkt vor. Ähm. Ich möchte hier bleiben. Vielen Dank. Ah, jetzt hat es auch funktioniert. Sehr gut. Okay. Was noch? Da oben ist ein Vogel. Sollten wir da mal versuchen hochzukommen? Hi. Na? Oh. Oh. Hat nicht vorzunehmen. Na schön. Ich glaube, da ist er schon drauf gewesen. Kann das sein? Ja. Das kommt mir nur halb zu vertraut vor. Okay. Hui. Vogel. Hat nicht bemerkt. Da ist der Knochen. Da ist der Knochen. Da ist der Knochen. Da ist der Knochen. Okay. Alles klar. Vergesst alles. Hä? Okay. Diesen Knochen hatten wir offensichtlich schon mal genommen. Der ist hier nur wieder gespawnt. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Ja. Okay. Ich wollte gerade losplärren. Hui. Jawohl. Katze im Anflug. Kawumm. Alles klar. Da war es nur noch einer. Okay. Du. Juhu. Ja. Mist. Ich sollte die Sache mit dem Brot nutzen. Na ja. Na ja. Gut. Was gibt es denn noch für Aufgaben? Da müssen... Da ist der Doggy. Alles klar. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich den Knochen finde. Vermutlich ist der irgendwo in der Nähe von dem anderen Hund, dem ich dem stattdessen gegeben habe. Okay. Hi. Guten Tag. Sag mal. Alter. Ich mache dich fertig, du. So. Ja, ja, ja. Hui. Ich entsorge deinen Müll und kassiere dafür Kohle. Okay. Da ist auch noch Kohle. Wie komme ich denn da drauf? Ich glaube, da sind wir schon gewesen, ne? Da komme ich drauf. Gut. Dann komme ich da nicht hin. Doch. Warte. Ganz kurz. Jetzt. Äh. Okay. Hat funktioniert. Ähm... Schaff ich es bis da rüber? Ich weiß nicht. Komme ich höher? Höher komme ich nicht. Okay. So. Vielleicht. Maybe. Ne. Keine Chance. Ne. Ich gehe mal bis ganz an den Rand. So. Rantiger geht es nicht. Ne. Komme ich nicht hin. Okay. Gut. Äh. Dann muss es wohl einen anderen Weg da drauf geben. Vielleicht über diesen Automaten. Ne, 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 ne. Da sind auch noch welche. Wir kommen noch auf die andere Seite. Oh. Da war auch noch was. So. Geh mal weg. Krähe. Das geht viel leichter. Ja. Ich hätte gleich diesen Weg nehmen sollen. Okay. So. Du sagst, ich komme auf die andere Seite. Na schön. Dann lass mich das doch mal probieren. Juhu. Na. Petri. Hoi. Alles klar. Den haben wir auch. Okay. Okay. Wenn hier was ist. Oh. Achso. Nein. Okay. 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 Schon gut. Wenn hier was ist. Dann wird doch da auf der anderen Seite auch noch was sein. Oder? Ne. Haben wir den hier denn schon eröffnet? Hm. Den haben wir noch nicht eröffnet. Wir sollten ihn eröffnen. Hi. Ja, ja. Ich weiß. Ja. Bitte sehr. Ja. Okay. So. Ist alles gut. Aber wir bleiben. Ist alles gut. So. Hm. 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 Was haben wir denn noch hier? Ich bin jetzt... Halt. Da ist auch noch was drin. Ach was. Okay. Da bin ich noch nicht hingekommen, ne? Wo komme ich da denn hin? Hm. Ich weiß, dass wir das schon mal probiert hatten. Hier durch? Oh, da durch. Ach, einfach nur da durch. Ach was. Und da gibt es auch einen... Oh. Da gibt es auch einen Hut. Was haben wir denn für einen Hut? Äh. Fischmütze. Hm. Ich kann mich da gar nicht daran satt sehen. Ja. Ich schon, ehrlich gesagt. Okay. So. Das ist unser... Yeah. Es war so einfach. Und ich habe einen Weg über die Dächer gesucht. Wie blöd. Naja. So. Hier. Halt. Da ist auch was drin. Interessant. Und da ist möglicherweise... Nein. Das bin ich immer jetzt auf Hügel. Okay. Da waren wir jetzt, glaube ich, schon drin. Hier waren wir schon drin. Ja. Schüttel, schüttel, schüttel. So. Dieser letzte Knochen. Und wir müssen auch noch die Rätsel lösen. Mit... Da ist auch noch eine Lütter. Da waren wir aber schon drin. Und wir müssen auch noch die Rätsel lösen. Mit... Äh... Mit dem Chameleon, ne? Okay. Warte mal. Wo bin ich hier? Ich bin bei dem Supermarkt. War nicht hier in der Nähe... Der Hund? Das war nicht... Da vorne um die Ecke müsste er sein, ne? Da ist ja auch noch was. Wie komme ich da denn hin? Oh. Okay. Ich könnte... Da hinkommen... Über den... Über dieses... Dings da, ne? Über diesen Vorbau. Halt. Letzter Vogel. Kann das sein? Könnte das sein? Könnte sein. Nimm dich in Achtvogel. Yes. Ja. Vögel... Vogelstörer. Nicht Vögelstörer. Vogelstörer. Alles klar. Meins. Sehr gut. So. Äh... Die Sache mit runter... Okay. Hier... Guck mal. Hier ist der Hund. Das heißt, dann würde ich doch erwarten... Dass der Knochen grob in der Nähe liegt. Äh... Hier nicht. Hier ist es da drüben. Da kommen wir erst gar nicht hin, ne? Äh... Warte mal. Hier ist er noch nicht drin gewesen. Ah... Hier sind wir noch nicht drin gewesen. Dann... Lass es mich doch mal da runter versuchen. So. Komme ich da lang? Da komme ich lang. Sehr gut. Da ist auch noch Müll. Ah... Hier sind wir. Wir sind ganz am Anfang. Okay. Lass mal gucken. Da komme ich nicht rauf. Äh... Aber es gibt einen anderen Weg. Guck mal. Da kommen wir auch noch hoch. Wo geht's denn hier denn? Hui. Okay. Oh. Was Neues. Was Neues. Interessant. Ja. Gib mir, gib mir, gib mir. Ja. Juhu. Eine Aubergine. Ich verstehe nicht, wann man Aubergine Eierfrucht nennt. Ach. Weiß ich jetzt auch nicht. So. Da ist noch Zeug. Oh. Wo bist du denn? Guten Tag. Äh. Ich nehme erst mal das Zeug mit. Okay. So. Und den ziehe... Nein. Warte. Da war sie wieder. Meine X und... Arschwäsche. So. Damit wir einen Plan B haben. So. Wer bist du denn? Hallo. Guten Tag. Ah. Schönheitsroutine. Katschen... Katschenwäsche mit Stil. Mhm. Wie? Aber ich kann nicht mit dir talken. Oh. Ist das denn... Warte mal. Katzenwäsche. Oh. Wie putze ist das? Jetzt möchte ich aber auch ein Foto machen. Ne. Warte mal. Wie ging das denn nochmal? Ähm. Foto. So. Das muss ich besser teilen. Warte. Okay. Setzt euch mal nebeneinander. So. So. Und jetzt. Schönheitsritual. Das ist perfekt. Jawohl. Dann so. Ne. Äh. Hilfe. Okay. Schwenken. Zoomen. Das ist alles ganz nett. Aber ich würde gerne weiter nach unten. Ja. So. Ja. Das ist besser. Okay. So. Und das wird das Thumbnail. Hehehehe. Alles klar. Okay. Gut. Gehen wir hier raus. Hier haben wir glaube ich alles erreicht. Da bringt es nichts mehr. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Was wollte ich noch gleich? Das haben wir erreicht. Okay. Sind wir da auch gewesen. Schön. Okay. Okay. Ich bin ein bisschen herumgelaufen. Ich müsste an ungefähr derselben Stelle sein, an der wir aufgehört haben. Ja. Gut. Also ich bin ein bisschen herumgelaufen und habe dabei Sachen entdeckt. Ach nee. Warte. Da ist sie wieder, meine Griechen. Nee. Ziehen. Hallo? Kannst du mal ziehen bitte? So. Das hatten wir schon. Nein, hatten wir noch nicht untersucht. Ausgezeichnet. So. Meins. Und dann hier. Also. Zwei Sachen. Das eine. Hier ist der Knochen. Jawohl. Jetzt muss ich nur noch. Jetzt muss ich nur noch finden, wo der andere. Na. Warte mal. Jetzt muss ich nur noch finden, wo der andere Hund war. Ja. Ich weiß. Okay. Wir laufen mal ein bisschen. Äh. Ach. Die Sache mit der Gurke. Ja. 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 Wo war der andere Hund noch? Der war irgendwie hier oben, ne? Ah. Nicht da. Nee. Wo war der nochmal? Äh. Dort auch nicht. Äh. Ich hab's schon wieder völlig verdrängt. Wo ist der andere Hund? Ist der nicht da unten? Wir mussten uns dem doch von hinten nähern, ne? Oha. Entschuldige. Entschuldigung. Das war mein Fehler. Hier ist der nicht. Komm ich da eigentlich durch? Da hinten rüber? Ist das irgendwas, was wir brauchen? Achso. Nee. Das ist nur die andere Straße. Okay. Alles klar. Gut. Also. Der andere Hund. Der andere Wauzi. Da ist er. Genau. Ja, 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 ja. Cool. Yeah. Ein Knochenjob. Wir haben alle Hunde bespaßt. War ich hier schon drin? War ich nicht. Muss ich auch nochmal haben. Wuuu. Ja. Wuuu. Okay. Money, money, money. Yes. Okay. Okay. So. So. Gut Tag. Schnur. Na? Ey. Touch mich an. Fotografier mich. Mach irgendwas. Okay. Ähm. Wir sind aber schon grob in der richtigen Gegend. Warte mal. Wo war das? Ähm. Oh. Verzeihung. Ups. Ich sollte besser abhauen, ne? Na? Ähm. Verfolgt sie mich? Ich bin eine brave Katze. Meistens. Okay. Also. Was ich nochmal machen möchte. Finde das Chameleon. Ein Ort, wo man Helme kennt, wo Bagger baggern im Zement. Dort halte ich mich gut versteckt. Und werde nie von dir entdeckt. Naja. Hm. Also. Ich hab den entdeckt. Aber wir sind... Oh. Okay. Ich hab's vergessen. Wo war denn diese... Äh. Diese... Ähm. Wo war denn noch diese... Dieses Dixi-Klo? Es war bei dem Dixi-Klo. Ich weiß aber nicht mehr, wo das Dixi-Klo war. Ihr seht, ich bin perfekt vorbereitet. Könnte nicht besser laufen. Das war nicht hier, ne? Sonst wären wir doch schon dran vorbeigekommen, oder? Hm. Nein. War es nicht. Hm. Das war irgendwie weiter oben, ne? Weiter im Norden. Hier. Da ist die Baustelle. Aber das ist die normale Baustelle, ne? Äh. Ach nee. Das ist gar nicht die Baustelle. Das ist... Äh. Okay. Da hinten. Warte mal. Hier. Nee. Hier nicht. Da drüben. Nein. Auch nicht. Geh weg. Ich hab jetzt keine Zeit für dich. Dann muss es wohl doch da sein. Hier ist es nicht. Hm. Toll. Ich hab's mir extra aufgeschrieben, von wegen, ja, geh zum Dixi-Clo. Aber, ihr seht, wie sehr gut das funktioniert hat. Da ist sowas. Oh. Oh. Ich hab' ich hab' keine Zeit für dich. Ich hab' keine Zeit für dich. Hm, nee. Hm, nee. Nein. Wir haben diese ganze... Hier liegt doch noch ein Knochen rum. Es gibt mehrere Knochen. Hier, ich hab' noch einen für dich. Hab' Spaß. Wo war denn das noch? Nee, hier ist der Hafen. Da war's nicht. Wie weit bin ich inzwischen gelaufen? Hm. Na ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ist. Da ist die normale Baustelle, ne? Ja, das ist die normale, wo er da umturlt. Aber hier war... War das nicht auf der anderen Seite? Oh, halt. Hier komm' ich gar nicht lang. Hehehehe. Ähm. Ja. Ist das ein guter Plan? Mann. Ich könnte auch außen rumlaufen, ne? Oh, guck mal. Die haben neu gestrichen. Ja, also. Na ja. Oh, er kommt sogar oben drauf. Ist ja interessant. Er ist weg, ne? Da ist das Dixi-Klo. Ja. Also doch. Also doch. Ich lag damit schon ganz... Äh. Nein. Ich lag damit schon ganz richtig. Hier mit der Baustelle. Aber ich hab noch nicht weit genug gesucht. Alles klar. So. Kam ich hier nicht irgendwie hoch und dann da rüber? Äh? Ging das nicht? Ja, ja. Hm? Da wunderst du dich, ne? Oh, das geht gar nicht. Oh, das ist aber unangenehm. Das ist ja jetzt blöd. Wie bin ich denn da rübergekommen? So, ne? Ja, so. Ah, okay. Alles klar. Wie. Nein, 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 nein. Alter. Okay. Ich bin hier... Ich bin echt pro. Oh, da kommt er. Leute. Er geht nicht. Er beachtet mich. Hä? Das hat doch eben funktioniert. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt stehe ich nicht dicht genug dran. Jetzt bin ich zu weit weg. Oder was? Hä? Das hat doch eben funktioniert. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. So. Ich muss ganz dicht dran stehen. Okay. Und jetzt bitte genau da ganz rüber. Wunderbar. So. Hier. Da nämlich. Hallo. Da bist du ja. Ich hab dich gefunden. Du hast mich wieder gefunden. Aber wie? Naja. Ging schon. Äh. Du bist vollkommen sichtnah. Dein Hinweis war hilfreich. Nee. Das verrate ich ihm lieber nicht. Ja. Dann geht meine Suche nach perfekter Tarnung wohl weiter. Ich werde weiterhin an meiner Technik fallen, während ich woanders auf dich warte. Wie merkt man so schön? Aller guten Dinge sind drei. Och. Nö. Hier ist ein Hinweis, wenn du bereit bist, mich wieder auszuspüren. Och. Nö. Die Arme aus Metall so stark. Der reinste Rutsch- und Kletterpark. Das ist doch der Spielplatz, ne? Du siehst weder Haut noch Haar. Dann schließlich bin ich unsichtbar. Das ist der Spielplatz. Hast du überhaupt Haare? Ganz ehrlich, es ist nicht mein bestes Werk. Aber ich hätte länger an dem Hinweis arbeiten können, wenn du mich nicht so schnell gefunden hättest. Naja. Ich bin aber zuversichtlich, dass meine nächsten Anpassungen funktionieren. Also sollten keine weiteren Reimerinnen nötig sein. Ficke. Weg ist der Finn des Chamäleon. Sind das hier von den Achievements? Warte mal. Wer hat den unten? Rettet. Aus dem Rohr. Ach, das haben wir schon alles gemacht. Okay. Hier. Da gab es doch ganz unten Sachen. Ne. Das scheinen die aber nicht zu sein. Ne. Okay. Na gut. Ja gut. Wart, sie ist beschäftigt. So. Also auf zum Kinderspielplatz. Hm. Der Spielplatz ist so. Ach, da kommen wir auch in die Nähe. Äh, kommen wir nicht, weil ich an keinem Punkt bin, ne? Die scheinen wir aber alle aufgedeckt zu haben. Okay. Na schön. Dann. Dann. Ui. Ja, 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 ja. Ui. Kabumm. So. Hier entlang, glaube ich. Ne. Ach. Quatsch. Blödsinn. Ne, halt. Ich muss auf die Straße, ne? Können wir nicht da hinten rum? Warte mal. Äh, kommen wir nicht. Okay. Gut. Habe ich falsch in der Ahnung. Gut. Hier kommen wir durch. Alles klar. So. Ja. Hallo. Na? Schmusen. Das ist alles? Ja. Okay. Oh, da ist ja... Ne, der Vogel steht da etwas unnünftig. Also gut. Hier. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich denke doch, ne? Ja, ja. Alles cool. Alles cool. Das ist ja auch schon der Kinderspielplatz hier. Also. Ähm. Tisch aus Stahl. Ach, da oben sehe ich schon den Schwanz. Ja, ja, ja. Alles klar. Hier. Da bist du ja. Hallo. Hallo. Find das Chameleon. Erneut. Hiiii. Oh, du bist es nur. Hm. Moment mal. Das ist ja noch schlimmer. Das bedeutet, du hast mich schon wieder gefunden. Das ist vollkommen richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob du das ernst meinst. Ich kann dir versichern, dass ich noch nie zuvor etwas so ernst genommen habe. Oh. Das ist ja blöd. Es ist nur so. Also, äh. Ja. Naja, du bist genau vor mir. Ich kann dir nicht schon wieder beibringen. Ich kann dich sehen. Das ist ja nicht zu fassen. Aber es muss eine Lösung geben. Vielleicht finde ich, ähm, ähm, auf dem Weg... Was finde ich sie auf dem Weg zu meinem nächsten Versteck? Apropos. Ein Glasgefäß mit Leckerlieben. Nichts könnte für Menschen schöner sein. Doch reicht ein Automat nicht aus? Mit Sechsen wird ein Spaß daraus. Ein Glasgefäß mit Leckereien. Nichts könnte für Menschen... Doch, 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 haben wir gesehen. Ich glaube, wir sind sogar schon... Das ist da drüben, ne? Das ist ziemlich gut gereimt. Dankeschön. Ich bin selbst sehr stolz drauf. Aber genug geplaudert. Viel Glück bei der Suche nach mehr. Das ist direkt da drüben, oder? Das ist doch hier, ne? War das nicht da? Warte mal. Hier, guck da oben. Glasgefäß mit Leckereien. Sechsen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist hier. Wo ist der? Da nicht. Da nicht. Obendrauf? Obendrauf. Das da. Ah, ich hielt es zunächst für einen Vogel. Also, hallo, hab dich voll gesehen. Teil 3. Okay, denk mir mal logisch darüber nach. Du kannst keine Infrarotbrille benutzen, um mich zu finden. Äh, weil ich kein Blüter bin. Außerdem trägst du gar keine Brille. Und du scheinst mir nicht der Typ für einen Peilsender zu sein. Hm. Sind Peilsender etwa eine Frage des Typs? Also, es geht nicht direkt um den Typ, sondern eher darum, um eine bestimmte Kreatur. Du meinst eine bestimmte Spezies. Ich meine Tanuki. Sie hat vor einem Jahr einen gefunden und ihn anschließend an allem befestigt, was sich irgendwie bewegt. Aha. Ich glaube nicht, dass sie die Daten überhaupt aufgezeichnet hat. Sie hat einfach gerne dabei zugesehen, wie sich der Punkt auf dem Scanner-Dings bewegt. Was ist mit dem Peilsender passiert? Krehe hat einen Datenschutzdienst uns wegen gerufen. Ein was? Eigentlich hat er nur über Tanikis Schulter auf den Scanner geschaut, um uns angeboten, uns im Tausch gegen Flaschendeckel zu verraten, ob der Peilsender an uns hängt. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Moment. Nein, ich verstehe nicht. Weil der Peilsender verrät ja um die Position, nicht aber, wer ihn trägt. Und... Mhm. Flaschendeckel. Blinkis, ne? Jedenfalls hat Tanuki sich dafür entschuldigt, dass sie soo... rein gesteigert hat und ihren Peilsender für eine Art, die Deportationsprojekt umfunktioniert. Ja. Äh, was ist das denn? Dingsper? Es ist schon betritt. Sie nennt das Petwerk. Genau. Ach, wirklich? Und es gibt keine unvorhergesehenen... Folgen? Äh, was meinst du mit Folgen? Ach, ist nicht so wichtig. Deine Antwort sagt mir alles, was ich wissen muss. Hm. Oh, ich hatte gerade eine Idee, wie ich das Tarnproblem lösen kann. No. Ich will das sofort ausprobieren, um keine Zeit zu verlieren. Hier ist dein Hinweis. Einst waren die Echsen an der Macht. Sie stiegen wieder auf. Gib acht. Ich laue in der Gekko-Welt. Dort habe ich dich jetzt... Hm. Schwer geprellt? Ach, das sollte Sinn ergeben. Aber mein Reimheim mit Haut und Haar war plump, ne? Aber das hat nichts mit meinem Hinweis zu tun. Versuchen wir es damit. Einst waren die Echsen an der Macht. Sie stiegen wieder auf. Gib acht. Ich laue in der Gekko-Welt. Dort habe ich dich jetzt hingestellt. Viel Glück, Kätzchen. Ja, in der Gekko-Welt ist so irgendwie... Ist das nicht... Ist das nicht... Wo ist der Laden? Wir müssten sogar grob in dessen Nähe sein. Äh... War das nicht schon hier? Hier nicht. Da drüben... Ne, wo war denn das? Hier. Moment, da war er... Ja, da oben. Gekko. Alles klar. So, hier so, ne? Das müsste es doch sein. Ach, da oben sehe ich ihn schon. Nein, der ist total unauffällig. Und wir haben noch eine Menge Dinge zu unterschmeißen. Ausgezeichnet. Ui, das geht nicht. Ist ja verrückt. Kätzchen ist da immer noch beschäftigt. Vielleicht solltest du mal jemanden rufen. Ich frage nur so. Hm. Okay. So. So. Und dann da drauf. Und dann hier drauf. Hui. He, 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 he. Ne, ne. Ich bin beschäftigt. Ich kann gerade nicht mit dir reden. Oh. Da hinten ist... Ach, das war der Schlafplatz, ne? Ah, bitte sag mir, dass du wenigstens die von Herausforderung zu Herausforderung schwieriger findest. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde sie alle ungefähr... Ich finde, sie werden so einfach... Nein. Auf jeden Fall. Wir bestärken ihn mal, ne? Ach, super. Na, immerhin mache ich Fortschritte. Wenn auch nur sehr schleppend. Uff. Ich will auf jeden Fall weiter an meinen Methoden fallen. Hier ist der nächste Hinweis. Bisher war ich noch zu sozial. Jetzt wird die Suche vertikal. Wo auf dem Dach ein Garten glüht, wird die... Oh, schade. Das weiß ich auch schon. Was sind wir gewesen und haben uns mehrfach ansprühen lassen. Sehr schön. Aber sprüht die Wächterin wirklich selbst das Wasser? In meinem Rätsel schon. Viel Glück. Ja. Okay. Hui. Können wir das Schachbrett da eigentlich auch durcheinander bringen? Wir können... Okay. Oh. Oh. Ist alles runtergefallen. Oh. 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 Schachmatt. Ach, das war ein Achievement? Ach was. Okay. Cool. Oh. Warte, da drüben? Oh. Oh, nee. Guck mal, was hier passiert ist. Oh, nee. Komme ich da an die Kamera eigentlich auch an? Nee, scheinbar nicht. Na, naja. Gut. So. Die Wächterin. Ähm. Ähm. Ja. Welcher war es nochmal? War das nicht... Äh. Ja. Okay. War das nicht hier? Nee. Auch nicht. Wo war das noch? Nee, das war nicht hier. Äh. 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 Nee. Nein, nicht hier. Oh. Bläh. Wo ist denn die... Dieses... Da? Nee. Aber da muss ich auch noch... Äh. Lass uns das bitte mal machen. Genau. Da wollte ich noch hingehen. Über den... Über den, äh... Ähm. Japanischen Garten, ne? Äh. Hier. Ist das eine Abkürzung? Ich glaube es irgendwie nicht so richtig. So. Da hoch. Nee, da kommen wir nur auf die andere Seite. Hier ist der Garten. Komme ich hier irgendwie hoch? Äh. Ich fürchte mich, ne? Da... Komme ich hoch? Ich glaube nicht, dass es so kompliziert ist. Hm. Okay. Das funktioniert. Gut. Funktioniert das da? Uh. Das könnte funktionieren. Das funktioniert nicht. Oh nein. Jetzt? Jetzt. Okay. Wo komme ich da dann rüber? Da komme ich rüber. Das funktioniert, Leute. Das funktioniert. Yeah. Voll die fette Kohle. Höhöhöh. Oh. Aber mehr. Höhöh. Alles meins. Und hat er gerade einen Vogel auf mich gekackt? Ich glaube es ja wohl nicht. Ich glaube das ja wohl nicht, Leute. Würde ich euch ein, zweimal geärgert habe? Unfassbar. Apropos. Ah, schade. Na gut. So. Also. Da, da oben ist es, ne? Ist das nicht? Warte. Lass mich gucken. Das ist doch... Das ist doch das Ding, ne? Wie komme ich da hoch? Das wäre... Oh. Oh ja. Entschuldige. Habe ich nicht gesehen. Verzeihung. Ich war... Hatte die Augen in der Luft. Oh nein. Wie bin ich denn da beim letzten Mal rübergekommen? Da bin ich rübergekommen. Mh. 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 Hier. So kommen wir da hin. Hui. Da oben hoch. Läuft. Okay. Das hat geklappt. Und dann da drauf. Ne? So. Äh. Ja, doch. Hat funktioniert. Und dahin. Und dorthin. Noch ist alles Tutti. Und dann dahin. Spitz, wie ging das? Ey, Vogel. Das sind voll die Kampfvögel hier. So. Ja, ich weiß. Okay. Wo ist der? Hier unten sehe ich ihn nicht. Da auch nicht. Wo ist er denn? Hm. Umfüßen. Ah. Dort ist er. Okay. Zack. Ja, ja, ja. Da bist du ja. Hallo. Na? Oh, Kätzchen. Gut, dass du mich gefunden hast. Wieso? Das sage ich sonst nie. Geht's dir gut? Natürlich nicht. Oh. Wem kann es hier oben schon so gut gehen? Auf einer Dachterrasse? An jedem Ort, der zigtausend Meilen vom Boden entfernt ist. Ich glaube, ganz so hoch ist. Das ist nicht. Und hier gibt es Vögel. Was? Wenn sie der Kunst der seltsamen Augen lernen. Ach, dann werde ich entführt. Zerbiegt. Dann bist du sofort weg von hier, Kätzchen. Und wie bei jedem Notfall, müssen Kameleons zuerst evakuiert werden. Ähm. Dann ist das Versteckwirrspiel jetzt vorbei. Oh Mist. Du brauchst einen Hinweis, oder? Pappalapapp. Du könntest mir auch einfach einen Ort nennen. Nein, nein, nein. Warte. Mal sehen. Das Dach war doch ein Griff ins Klo. Vielleicht macht mich die Gasse froh. Die Zielscheibe ist mir sehr nah. So rot und groß und bla bla bla. Ja. Was? Das Dach war ein Griff ins Klo. Eine Gasse. Eine Zielscheibe. Welche Zielscheibe denn? So groß und rot. Hm. Nächstes Mal kannst du einfach sagen, ich verstecke mich in einer Gasse. Jetzt erst recht. Hm. Eine Gasse. Rot. Was war das mit der Zielscheibe? Ein Klo würde ich finden. Aber eine Zielscheibe? Hm. Hm. Weiß ich nicht. Hui. Kabumm. Au. Au. Das war nicht gut. Oh. Das war alles einmal erst gut. Na? Ne? Äh, äh, äh. Spielst du mit deinem Essen, ne? Okay. Na gut. Hat nicht funktioniert. Eine Zielscheibe. Was denn für eine Zielscheibe? Was könnte damit dann gemeint werden? Oh. Ich meinte, oh. Hab ich da eben was blinken sehen? Ach, es war nur ein Vogel. Okay. Eine Zielscheibe? Sind wir da drin gewesen? Ich glaube ja, ne? Ja, das war kurz vor dem Hafen. Eine Zielscheibe. Was kann denn damit gemeint sein? Hm. Okay. Ich... Katze meinen Flug. Hui. Ui. Das hat funktioniert. Hammer. Eine Zielscheibe. Hm. Okay. Weiß ich ja da. Guck mal, das sieht wie eine Zielscheibe aus. Hm. Ist das das? Ist das... Warte mal, lass mich da mal rumlaufen. Ist das... Das ist doch der... Der Laden, ne? Hier? Nee, es ist nicht. Hm. Nee. Aber da komme ich auf jeden Fall weiter, glaube ich. Hoffe ich. Das haben wir schon alles weggekauft. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Ja, ja. Hm. Gut, ich muss doch von der anderen Seite da ran. Sorry. Mauzii! Ähm. Ist das Bich hier? Ich bin nicht sicher. Bich hier richtig? Das sieht... Das sieht aber wie... Können wir den Hinweis noch mal lesen, bitte? Ähm, nee? Hallo? Ach, Quatsch. Hier. Chamäleon. Der Dach. Vielleicht macht mich die Gasse vor. Und die Zielscheibe ist sehr nah. Rot und groß. Das muss es sein, ne? Ich denke schon, dass es das ist. Komme ich da... Oh, rüber? Hm. Es ist versperrt? Nein, nicht dein Ernst. Oh. Okay. Probieren wir es so. Und so. Und... Äh. Das funktioniert nicht, ne? Ja, nein. Zu blöd. Wie bin ich da drüben rübergekommen? Wieso ist hier alles wieder an seinem ursprünglichen Platz? Hm. Okay. Wie bin ich da rübergekommen? Habe ich nicht ordentlich gespeichert? Da drüben? Nee. Hier kam er nicht drüber. Hm. Oh je. Muss ich doch von der anderen Seite da hingehen? Und wehe, das ist es dann nicht. Von hier vielleicht. Ja, da komme ich auf jeden Fall höher. Okay. So. Ja. Mach mal. Cool. Ich muss da oben drauf gehen, ne? Denke ich. Okay. Ist es noch weit, Mama? Ist es noch weit? Oh. Okay. Das ist ein bisschen knapp. Das ist... Ja. Okay. Okay. Ah, das hat noch funktioniert. Gut. Hier hoch geht, aber... Hm. Da drüben kommt... Nee, komme ich nicht weiter. Vielleicht dort? Nee. Nee. Okay, bis dahin könnte ich kommen... Wie bin ich denn auf diese Mauer da drüben gekommen? Das haben wir doch schon gemacht. Hm. Okay. Ich springe mal hier runter. Wir gehen nochmal den Weg. Hui! Katzenalarm. Also, wir gehen nochmal diesen Weg hier, ne? Ja. Oh nein. Und wieso geht denn das nicht? Das habe ich da... Ah, das funktioniert. Okay. Und dann da oben drauf. Komm, ich will... Ach, da wäre doch eine Möglichkeit gewesen, hochzusteigen. Okay. Na gut. Ja. Hui! So. Wo muss ich hin? Äh... Diese... Nee, die andere Richtung, ne? Da lang. Hm. Hallo. So. Hier. Können wir da mal kurz um die... Ja. So. Okay. Ich gehe erstmal da unten hin. Das finde ich blöd, dass das nicht gespeichert worden ist. Hm. Ja. Ja, genau. Und dann hier irgendwie... Warte mal, komme ich schon so da hoch? Das reicht nicht. Okay. Aber von dort aus komme ich da hoch, ne? Ja. Okay. Läuft. Läuft. Aus. Ähm... Vielleicht gehe ich lieber erstmal hier hoch. Genau. Da drüben möchte ich hin. Da brauche ich aber nicht auf die andere Maure steigen, ne? Das gibt's ja nicht. Das haben wir doch schon gemacht. Komme ich denn da hoch? Muss ich da oben aufs Dach? Hm. Ja, aber da geht's auch gar nicht rein. Warte mal, das Fenster ist geschlossen. Das kann es nicht sein. Äh, äh, äh. Hm. 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 Wo war denn das? War das weit hier unten? Es gab da in diesen... Diesen einen Laden. Da konnten wir... Diesen Supermarkt. Da konnten wir... Der war doch hier drüben irgendwo, ne? Da konnten wir, ähm... In die Toilette hineinlaufen. Also das hier ist es auf jeden Fall nicht. So. Das könnte ich mir vorstellen... Ja. Ist der Hinweis für Toilette. Das scheint mir eigentlich so. Das scheint gar nicht. Komme ich da durch? Das ist auch verschlossen. Warum... Das hatte ich doch schon alles freigeschaltet. Warum ist das alles wieder zurückgesetzt? Na super. Okay. Hier. Der Supermarkt war doch... Jetzt bin ich ausgerechnet den längsten Weg gelaufen, ne? Ja. Das hast du jetzt davon. Der Supermarkt. Hier ist der Supermarkt. Wo war die Toilette? Das ist doch der Supermarkt, ne? Ist das der... Ja. Das ist der Supermarkt. Okay. Das funktioniert nicht so gut. Schön. Äh. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Baby. Tut mir leid. Tut mir leid. Das haben wir schon gemacht. Wie komme ich hier hoch? Ne. Ich komme da drüber über... Über das Eisding. Da rein, ne? Ja. Dahin. So. Und dann... Juhu. Na? Oh, das reicht nicht. Oh, nein. Oh, doch. Es reicht. Gut. So. Und dann... War das nicht hier durch? Oder bin ich da jetzt auf der... Oha. Auf der falschen Fährte. Ne. Hier ist die Toilette. Aber er ist nicht hier. Da lag ich wohl falsch. Huh. Okay. Oh, kann das dann sein? Vielleicht macht mich die Gasse froh. Zielscheibe, sehr nah, so rot und groß. Und bla bla bla. Da. Ich habe ihn gefunden. Ha. Ah. Okay, aber was hat das mit Zielscheibe zu tun? Ist hier irgendwo eine Zielscheibe? Er bleibt hier mal... Also das Chameleon bleibt hier mal mal grob in der Nähe, ne? In dieser Gegend. Was hat das mit Zielscheibe zu tun? Hui. Katzenpower. Yeah. Oh. Armes Vögelchen. Wo ist das Vögelchen? So. Ich frage mich nur, was hat das mit Zielscheibe zu tun? Da oben. Doch, natürlich. Ah. Okay. Alles klar. Ähm. Komme ich hier über den Laster? Ja, ich komme über den Laster daran. Okay. So. So. Gut. Noch ist alles Tutti. Okay. Hui. Und den Weg dann da über die Klimaanlagen, ne? Und den Weg dann da über die Klimaanlagen, ne? Da. Hui. Okay. Uh, knapp. Okay. So. Und so. Und so. Und nicht so. Doch so. Okay. Und so. Hier. Genau. Ja. Alles klar. Hallo. Na? Hallo, Chameleon. Jetzt erst recht. Einatmen. 2, 3, 4. Und halten. 2, 3, 4, 5. Geht's dir gut? Äh. 6, 7. Und ausatme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brauchst du etwas Zeit für dich? Nein. Verlass mich nicht. Mir war nicht bewusst, dass dieser Ort noch weiter oben liegt. Ich wollte so schnell wie möglich vom Dach runter, dass ich einfach die erstbeste Sehensmöglichkeit angesteuert habe, die im Ende des Hinkam. Naja. Das Zielscheibensymbol. Ja, genau. Es war so groß und rot und einfach. Aber als ich ankam... Ich bin in Panik geraten, Kätzchen. Ich habe nicht einmal versucht, unsichtbar zu werden. Ich habe einfach die Atemübung gemacht, bis du kamst. Hm. Dann hast du das gut gemacht, Chameleon. Und ich bleibe bei dir, bis du dich wieder sicher fühlst. Ich finde, wir sollten aufhören, verstecken zu spielen. Das ist nicht schön, wenn du davon Höhlen Angst bekommst. Ich habe keine Angst, Kätzchen. Ich habe ein gesundes Maß an Vorsicht im Angesicht des sicheren Todes. Hm. Ich hätte nicht zugelassen, dass hier etwas Schlimmes ist. Aber du bist nicht gestorben. Nein, ich hätte nicht zugelassen. Ach, wirklich? Niemals. Was, wenn ich gefallen wäre, während ich unsichtbar bin? Oder von einem Vogel entführt worden wäre? Du hättest nicht gesehen, dass ich gerettet werden muss? Ich konnte dich die ganze Zeit sehen. Schon vergessen? Ähm. Eigentlich ist das echt beruhigend. Vielleicht sind deine seltsamen Augen ja doch zu irgendwas Nutze. Da fällt mir ein. Es gibt noch ein paar Tantienchen, die ich gerne ausprobieren möchte. Hm. Viel näher am Boden. Nun, wenn du dir sicher bist. Und zerbrüchte dich nicht den Kopf über einen gereimten Hinweis. Nein, nein, ich reime gern. Das gehört zum Prozess dazu. Ähm. Am Fluss im Mantel der Magie sehe ich dir zu und du kriegst mich nie. Du jagst mich in der Größennot, wo Ablenkung durch Fische droht. Okay. Easy. Äh. Ich bin wirklich etwas daran, dass ich zurück nach Hause möchte, um ehrlich zu sein, dass ich mir bestimmt gut nach Hause bin. Ah. Im Mangel der Magie. Gänsehaut pur. Yo. Danke. Ich wollte, dass es mystischer wird. Brauchst du Hilfe, um wieder runter zu kommen? Nein, nein, nein. Aber du kannst vielleicht kurz hierbleiben und Ruhe ausstrahlen, während ich meinen Standort ändere. Na klar. Du schaffst das, Kamelien. Ich glaube an dich. Oh. Ist ja voll nett. Ich bin so stolz auf dich. Oh. Ist ja voll nett. So. Und wir. Katze Mann. Fluss. 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 So. Der Hafen, ne? Ganz klar der Hafen. Äh. Wo ist der Hafen? Da drüben? Äh. Doch, hier ist der Hafen. Nein, ich ranne diesmal nicht dagegen. Hm. Irgendwas mit Fische. Bautzi ist beschäftigt. Das ist gut. So. Dann muss ich ihn ja hier jetzt... Ach, da hinten sehe ich ihn schon. Ah. Okay. Hallo. Buh. Kamelien, ich bin froh, dass du gesund und munter bist. Danke. Mir geht es schon viel besser. Aber selbst wenn man von dem schrecklichen Höhen absieht, war dieses Versteckte eine wirklich demütigende Erfahrung. Du könntest mich in diesem intellektuellen Kräfte messen tatsächlich besiegen. Oh. Wäre das so schlimm? Ich kann dir auch versprechen, es niemandem zu verraten. Das ist lieb von dir. Aber ich würde ja trotzdem wissen. Ich würde es wissen. Und außerdem, wie könnte ich mich das Weltrad-Einzige vollkommen unsichtbarer Chameleon nennen, wenn ich weiß, dass ich ein Hochstapler bin. Nun, du könntest einen deiner anderen Namen verwenden. Auf gar keinen Fall. Dann müsste ich meine Visitenkarten neu drucken lassen. Und ich habe gerade erst den Schwung umgestellt. Ähm. Es gibt nur noch eine Idee, die ich ausprobieren kann. Ich werde das Beste hoffen, aber mich auf das Schlimmste vorbereiten. Das ist eine Menge Druck für ein Versteckpiel. In einem Wettenwerb ist das eine ganz normale Chameleon-Reaktion. Du solltest erst mal beim Schach mit mich beim Schach spielen. Unglaublich. Also hier ist der Hinweis. Gehe zu der Tür beim Supermarkt. Ist sie versperrt, sei unverzagt. Der Raum, in dem man Pause macht, alsbald ich dort meinen Test vollbracht. Das ist der Supermarkt. Viel Glück. Da waren wir doch gerade. No. Okay. Supermarkt. Supermarkt. Der Raum, da ich meinen Test vollbracht. Nein, 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 nein. Nein. Äh. Wo war das noch? Nicht hier. Nee. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Äh. Äh. Doch, da ist er doch. Äh. Glaube ich. Der Supermarkt. Okay. All die ganzen vielen Leckereien. So, ich war ein wenig unterwegs. Ja, ich war ein wenig unterwegs. Und ich glaube, ich habe da noch ein paar Dinge gefunden. Aber erst mal, ähm, wir sprechen, nee, Moment, nicht hier. Erst mal gehen wir der Chameleon-Sache nach. War das hier hoch? Nein, das war nicht hier hoch. Ich musste da jetzt drauf kommen, ne? Ja. Okay. Und dann, äh, hallo. Und dann hier drauf. Ja. So, sie bemerkt da drüben nix. Das ist gut. Das könnte knapp werden. Ui, 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 ui. Nein, hat funktioniert. Gut. Aua. Boing. Entschuldige. Verzag. So. Und dann da. Und dann hier. Da ist er ja. Aha. Kann schicken. Reden. Du und deine seltsamen Augen waren würdige Gegner, Kätzchen. Ich wohl auf ganzer Linie besiegt. Danke, aber ich will wirklich nicht, dass du dich schlecht fühlst. Nein, nein, nein. Ich werde lernen, dass, als das sichtbarste Kameleon der Welt zu leben. Ich werde lernen, in den Spiegel zu schauen und nichts als Versagen zu sehen. Am besten frage ich es auch mal damit an. Was? Bin ich das wirklich ich? Ich glaube schon. Also, wenn du eine bunte Echse mit Hut siehst. Die habe ich auch die ganze Zeit gesehen. Aber ich bin ja unmöglich zu übersehen. Ich bin komplett sichtbar. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das ständig erwähnt habe. Das Problem ist offenbar, dass ich eine ganz andere Farbe halte als das Ding, auf dem ich stehe. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Wow, das macht so viel Spaß. Was dachtest du denn die ganze Zeit, wie man sich... Das ist cool, ich kann dich gar nicht sehen. Ja, ja, ja. Nicht mal mit deinen seltsamen Augen. Nicht mal mit meinen seltsamen Augen. Damit ist es ein Sieg für mich. Das unsichtbarste Kameleon der Welt. Der Hut könnte aber trotzdem noch deinen Standort preisgeben. Oh. Ach so, du meinst, dass sie die ganze Zeit sichtbar war. Tja, das lässt sich leicht lösen. Ketian, du hast meine Herausforderung abgeschlossen. Hier ist eine Belohnung. Ein leicht abgetragener, aber immer noch sehr stylischer Zaubermuth. Oh, vielen Dank. Das Kameleon sagt, mit dieser Mütze kann man unsichtbar werden, ob es schon funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Wir sehen uns, Kameleon. Du wirst mich nicht sehen. Es sei denn, wie wir gesehen werden. Tschüss. Weg ist er. Und ich hoffe, das ist jetzt... Ja. Ich hoffe... Ja, es ist weg. Okay, alles klar. Hier, ich habe... Ach so, warte mal. Das will ich auch mal zeigen. Ja, ein Tier fehlt uns noch. Aber ich glaube, das werden wir gleich ändern. Sammle an der Mützen. Okay. Ab in die Kiste. Ja, habe ich nicht gefunden. Hier habe ich ein bisschen gegrindet. Wie ihr seht, mit super Erfolg 34. Ja, wir müssen nicht alles schaffen, ne? Lass dich 20 mal fotografieren. Ja, ach, was soll's. Zerstöre alle Nächste. Uh, das habe ich noch nicht. Stimmt, das ist ja auch noch da. Oh, was ist das da? Mache 20 Fotos. Äh, wir fügen dem gleich mal eins hinzu. Katzen, Schlummer. Schlafe an gemütlichen Schlummerflecken. Ja, ich glaube, auch das werde ich gleich nochmal hinkriegen. Okay, aber erstmal... Wie ging das mit dem Foto? So geht das mit dem Foto. In einer Toilette. Mega. So vielleicht. So ein bisschen. Ne, halt, 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 halt. Abbrechen. Könntest du bitte mal... Ja, das ist schon ganz super. Ich sitze, recken und strecken. Muffins machen. Igitt, Igitt. Das ist super. Äh. Ihr macht das ja tatsächlich. Okay. Ich liebe das in Katzenvideos. Ach, komm. So. Halt. Hat sie das Foto jetzt gemacht? Jawohl, wir sind bei sieben. Okay. Oh, meine Güte. Ich finde es großartig. So. Also, wir hauen hier jetzt ab. Hallo. Kannst du mal abhauen, bitte? So. Genau. Alles klar. Wo müssen wir denn hin? Hi. Na? Na? Vorbei. Schade. Na gut. Also. Ähm. Halt. Ich würde gern mal... Ja, genau. Guten Tag. Hm. Ja. Erfolgreich ausgewichen. Ich würde gern mal auf einster Äußerstecher steigen. War das hier? Oder ein weiter? Guten Tag. Na? Schmusen? Komm, lass uns doch mal schmusen. Ich will dich schmusen. Dann gib mir wenigstens deinen Eimer. Oh. Ey. Es liegen nicht genug Dosen hier rum. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Du Dufer. Ähm. Ja. So. Warte mal. Ich bin hier hochgeklettert. Wo bin ich hier hochgeklettert? Ich weiß nicht mehr, wo ich hier hochgeklettert bin. Wir müssen auf jeden Fall auf eins dieser Häuser. Na? Na? Ja. Ja, ich weiß. Aber ich wollte eigentlich nur her, um zu ziehen. Weil da nämlich noch Kohle drunter ist. Auch ein Achievement. Sammle 200. Na? Guten Tag. Oh. Beschwer dich nicht. Hat er sich gerade beschwert? Ich glaube, es geht los. Hey, du. So. Das hast du jetzt erfüllt. Okay. Ja, ja. Ich weiß. Guck mich auch. Gut. Ähm. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Ich bin hier irgendwo nach... Ich bin hier nach oben. Nein. Ich bin nicht hier nach oben. Nein. Ich bin nicht hier nach oben. Wo war denn das doch gleich? Oh. Och. Das tut mir aber leid. Och Mensch. Nein. Aber hier auch nicht. Wupp. Ich renne mal wieder zurück. Gut, dass ich so gut vorbereitet bin. Ähm. Wo war denn das, wo man nach oben kam? Hier nicht. Muss ja doch in die Richtung sein, ne? So. Zeig mir deinen Katzenpöter. Jawohl. Äh. Hm. Was war das? Ach, die Krähe. Ja, ist aber... Wir haben das schon alles eingekauft. Also, das ist jetzt echt nicht mehr wichtig. Wo kam ich denn hier nach oben? Ich bin sicher, hier kam ich irgendwo nach oben. Na? Ja, ich weiß. Da war nicht die voll. Da. Okay. So. Hui. Okay. Schritt Nummer eins. Hm. Ja? Das da war, glaube ich, nicht Schritt Nummer zwei. Ich müsste weiter... Da oben. Und da oben möchte ich hin. Ja, ich erkenne es wieder. Okay. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Taps, 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 taps. Äh. Nein, nein, nein. Oh. Ach. Lass mich. Ich bin stinkig. So. Weil ich das nicht hinkriege. Mendo. So. Jetzt. Ja, ich weiß. Ich komme jetzt hier schon rüber. Ich komme. Das ist wunderbar. Das ist noch wunderbarer. Hier hoch. Da rüber. Okay. Okay. Hier sind wir nämlich noch nicht nach oben gegangen. Da sind wir noch nicht nach oben gegangen. So. Und so. Und... Na ja, so ähnlich. So. Jetzt hier durch. Guck mal, da. Da liegt jemand. Äh, vorsichtig. Vorsichtig. Ähm. Oh, da komme ich drüber. Okay. So. Und hier geht es nicht weiter, ne? Nee, gar nicht. Komme ich da hoch? Guck mal. Komme ich nicht. Ist aber schade. Doch jetzt. Okay. Alles klar. Neuer Bereich. Neues Glück. Also. Da haben wir nämlich noch jemanden. Ist hier auch irgendwas Wildes? Mal gucken. Hier ist doch bestimmt irgendwas. was Wildes. Oh. Geht nicht. Bist du sicher? Ich bin sicher, dass es funktioniert. Komm, es funktioniert. Wem funktioniert das nicht? Hm. Weil die Wäsche hängt. Äh. Das geht tatsächlich nicht. Es möchte nicht, dass... Ach, guck. Hier werde ich auch gut bekommen. Interessant. Es gibt immer mehrere Wege, ne? Okay. Versuchen wir es mal hier. Da komme ich doch bestimmt noch höher. Vielleicht von dort aus. Warte mal. So. Ja, ich komme vielleicht höher. Aber da komme ich gar nicht hin. Hallo. Wer bist du denn? Na? Guten Tag. Jawohl. Hallo zusammen. Oh, wow. Ein herrlicher Ort für ein Nickerchen. Oh, wer wohl bald frei sein wird? Ähm, Verzeihung? Pssst. Noch fünf Minuten. Fünf Minuten? Hm, das ist gar keine normale Wartezeit. Ich lasse dich schön in Ruhe aufstehen. Hm, ich stehe ja schon auf, um mal hör auf zu fragen. Was? Mama? Hm, was? Oh, tut mir leid. Ich dachte, du wärst schon wach. Ich wollte nur fragen, wann der Platz für das Nickerchen frei sein wird. Ach, es ist Zeit fürs Abendessen. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte heute ziemlich viel Fisch. Also, meine Hungeruhr ist nicht so genau. Du hast eine Hungeruhr? Jawohl, mein Bauch fühlt sich immer künftig zur Essenszeit leer an. Und so weiß ich, dass ich meinen Menschen anmehauen muss. Hm, ich warte bloß darauf, dass die Glocke läutet. Das bedeutet, dass der Mensch meinen Teller mit Essen gefüllt hat. Glaubst du ja, es wird bald so sein. Wer weiß, ich bestätige die Glocke nicht, weil ich auch den Dosenöffner nicht betätige. Du stehst also nur von deinem Stummerfleck auf, wenn du die Glocke hörst. Wenn ich die Glocke höre und Essen auf meinem Teller sehe. Ich wurde mal von einem Vogel ausgetrickst, der die Glocke angepickt hat. An dem Tag bin ich zehn Extraschritte gelaufen, eine Unverschämtheit. Diese Nickerchen bekomme ich nie wieder zurück. Aber mal rein hypothetisch. Wenn du Essen auf deinem Teller isst und die Glocke läutet, dann stehst du auf. Ja, sowohl hypothetisch als auch in der Praxis. Gut zu wissen. Und was magst du auf Essen für das was, wenn es mal keinen Dosenöffner braucht? Rein hypothetisch? Na toll, sie legt schon wieder ein. Ich liebe Bagels. Bagels? Ich glaube, die Menschen haben welche. Nein, Elefant. Die Bagels sind doch nicht fertig. Elefant? Offenbar kann man hier wirklich aufgezeichnete Nickerchen haben. Ich freue mich schon darauf, es selbst zu probieren. Okay. Ah. Warte auf dieses Kätzchen. Stehen wir mal. Bevor du Essen solltest du Futter müssen. Alles klar. Das heißt, wir müssen wieder nach unten. Da ist die Glocke. Immerhin. Okay. Und hier gehört wieder der Bagel hin platziert. Das ist jetzt aber blöd. Ah. Wir brauchen also einen Bagel. Kann man mal... Kann ich den bis hier oben hochdrehen? Uh. Okay. Okay. Cool. Okay. Naja, wir mussten ja sowieso runter, ne? Einen Bagel. Wir brauchen also einen Menschen mit einem Bagel. Du hast keinen dabei. Das ist nur ein Sandwich. Kein Bagel. Kein Bagel. Hat sie was in der Hand? Ne. Sie hat einen Bagel in der Hand. Juhu. Lady. Bin ich nicht die hübscheste Katze, die du je gesehen hast? Ey. Gib mir deinen Bagel. Bleh. Warte. Äh. 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 Oh. Was? Du hast nichts für mich? Gib mir deinen Bagel. So. Ey. Hast du mich gerade angegriffen? Okay. So. Das hast du jetzt davon. So. Ciao. Ich bin weg. Tschüss. Aua. Ey. Ich hab's drauf. Okay. So. Wie komm ich da denn wieder hoch? Kann ich mit Bagel klettern? Wir werden's herausfinden. Doch. Kann ich. Okay. Easy. Hm. Ist das auch ein belegter Wege? Sie folgt mir nicht, ne? Nein. Nein. Sie folgt mir nicht. Okay. Den anderen Weg probiere ich gar nicht erst aus. Wir kommen auch so klar. Hüpf. 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 Okay. Äh. Ne. Da muss ich ja nach rauf. Da oben, ne? Probier ich mal. Ne, probier ich nicht. Ne, das ist mir zu weit weg. Äh, 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 äh. So. Jetzt hier. Äh. Vorsichtig. Vorsichtig. Ui. Hätte ich denn da... Hätte ich hier rum marschieren müssen? Ich möchte es mal ausprobieren. Oh. Okay. Hat geklappt. Super. Okay, so. Hier ist das mit dem oben Punkt. Ist da denn noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Hm. Nicht so doll, ne? Ah, guck mal, wie prakt... Ne. Ne. Ach, komm schon. Hallo? Lad dich erst mal wieder auf. Gut. So. Jetzt können wir über das... Über das... Hopsen und überhaupt nachdenken. Wir schaffen es schon bis da oben, ne? Ja, alles klar. Okay, so. Hm. Hat seinen Platz gefunden? Und jetzt? Ah. Psst. Warum ruft mich Elefant um diese Uhrzeit an? Hä? Das ist doch die Essensglocke. Und das ist etwa ein Begel? Allerdings. Ja, Platz da. Jetzt komm ich. Oh. Das ging aber schnell. Oh nein. Und die Vögel sind auch... Hm. Jam, jam, jam. Der Platz für das Näckchen gehört ganz die Eker. Und die Vögel sind auch alle da. Okay. Aber falls du in Zukunft mal nicht so viel Glück hast. Jam, jam, jam. Erkenn dich ein Trick, wenn du in jeder Zeit nur ein Näckerchen machen kannst. Halte Y gedrückt, um es dir bequem zu machen. Jam, jam, jam. Ja, und richtet ihr Elefant die Grüße von mir aus? Ah, sofort Näckerchen. Oh, das muss ich ausprobieren. Warte. Nee, Moment. Bevor es sich anders überlegt. Na? So. Nein? Ja? Nein? Da. Näckerchen halten. Gut. Dann haben wir das nämlich auch. Guckst du dir an? Katzenschlummer. Ja, alles klar. Okay. Dann liegt ja unser Faulkpels. Oh. Aber da fallen... Zwei Sachen... Hä? Zwei Sachen fallen mir ein. Erstens. Ähm. Ich hab den Hut nicht ausprobiert, ne? Den hier. Zylinder tragen. Aber sowas von. Hallo? Den werden wir aber sowas von tragen. Ja. So. Und jetzt sagst du, ich kann mir mit Y sofort eine Küche machen. Oh. Schön. Oh. Sie sind so süß in ihrem Alter, ne? Ja, ja. Okay. Stehen wir wieder auf. Jo. Es ist Zeit für mehr. Zeit für mehr. So. Was machen wir jetzt? Ähm. So. Wir haben das Achievement. Gut. Ist hier denn noch... Komme ich da hinten zum Beispiel rüber? Und wenn ja, müsste ich das auch? Ist das irgendwie... Gehört das irgendwie zum Plan? Da komme ich auf jeden Fall nicht lang. Da könnte ich lang kommen. Ach, das ist nur die... Die, ähm... Dame mit dem... Ja, ja. Das ist der Balkon, der gewässert wird. Gut. Was haben wir denn noch nicht erkundschaftet? Da hinten. Okay. Da sehe ich jetzt nicht so viel. Warte mal. So. Ja. Das scheint mir aber nichts weiter zu sein, ne? Okay. Halt. Guck mal. Da glänzt doch was. Wie komme ich da hin? Hm. Da hinten könnte ich es versuchen. Aber so weit kann ich nicht springen, ne? Also irgendwie müsste ich auf dieses... Da glänzt doch was. Da würde ich gerne hinkommen. Ähm. So weit kann ich garantiert nicht springen. Hm. Vielleicht doch, wenn ich da oben draufgehe. Ne. Von mir aus, ne? Ich riskiere es mal. Okay. Das sieht noch gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Ja. Sieht so mittelgut aus. Okay. Hm. Naja. Das ist aber bestimmt keine gute Idee, ne? Hm. Hm. Kann ich hier dran hochklettern? Ja, kann ich nicht. Okay. Ich brauche einen anderen Weg. Hier oben wollte ich schon mal hin. Ich weiß noch nicht mehr wieso. Kann ich da drüben eigentlich dran rumkratzen? Hier so? Nee, kann ich nicht. Nee. Nee, das geht nicht. Okay. Nein. Auch Glitschen ist nicht drin. Okay. Na schön. Versuchen wir es also hier rüber. Hui. Jawohl. Wie komme ich da hoch? Also. Hier. Da oben. Hm. Oh, warte mal. Hier. Guck mal. Das sind ja diese... Moment mal. Kann ich mich daran hochhangeln? Äh. Nicht ins Wasser. Kann ich mich hier... Das sind doch Stoffbahnen, ne? Äh, ja. Das funktioniert ja auch nicht. Okay. Schade. Nein. Funktioniert absolut nicht. Okay. Also. Es braucht einen anderen Weg. Hier. Sieht nicht gut aus. Okay. Dann wird es langsam eng, ne? Wie ist es auf der anderen Seite? Hm. Das könnte was... Nee, das könnte auch nichts werden. Es gibt keinen Weg da hoch. Es sei denn, ich klettere hier hoch, ne? An dem Gebäude gegenüber. Das könnte vielleicht funktionieren. Okay. Warte mal. Ist das nicht unsere Homebase? Das ist, glaube ich, unsere Homebase. Ja, okay. Alles klar. So. Und jetzt... Nee, 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 nee. Übertrag mich gleich so. Hm. Hier. Da ging es doch, glaube ich, hoch, ne? Ich bin schon... Ja, hier ging es hoch. Okay. Das ist... Das ist definitiv unsere Homebase. Also, ich müsste durchwandern, um da drüben rüber zu kommen. Hier durch, ne? Glaube ich. Ja. Okay, doch. Ja. Da entlang. Hui. Ne? Ey. So. Okay. Und jetzt hier? Da scheine ich nicht weiter zu kommen. Nee. Nein, das wird nichts. Ah, ah, ah. Ja, ist gut. Oh, Mensch. Oh, was machst du? Ah. Kurz Panik. Ähm. Hier. Ach, da sitzt doch unser Kumpel. Sollen wir mal Tag sagen? Guten Tag. Noch kein Wort von Gecko. Viel Glück beim Klettern. Oh. Ja. Okay. Danke. Glaube ich. Da komme ich nicht weiter. Also müssen wir hier entlang gehen. So. Hey. Genau. So ruhig. Okay. Das klappt alles. Hui. 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 Aber jetzt sind wir schon auf dem Weg zurück, ne? Eigentlich möchte ich mich auch gar nicht so gerne. Na. Okay. Ich möchte mich auch gar nicht so gerne. Und hier ging es, glaube ich, nur da drüben weiter, ne? Ja. Okay. So weit, so Gucci. Da war nichts mehr. Da oben ging es nicht hin. Hier müsste es sein, ne? Ja. Oh. Okay. Hui. War das gut? Das war keine gute Idee, ne? Ich komme von hier aus auch nicht weiter. Da möchte ich hoch. Auf das komische Haus. Okay. Rumpel, rumpel, rumpel. Und dann, zah. Äh. Ach ja. 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 Und jetzt von hier oben. Ne, wie ging denn das nochmal? Doch da hoch? Ne. Ich komme noch höher. Aber wie ging denn das? Ach, da unten die Kiste hoch, ne? Ja. Okay. Nein. Doch nicht. Hä? Was immer sehe ich gerade? Hier. Da. Und dann da. Und dann einfach. Ne, da ist doch, da ist doch eine Absperrung. Ich komme da noch gar nicht hin. Wie habe ich denn das gemacht? Da möchte ich gerne hinkommen. Ich lasse mich hier fallen. Und gehe dann darüber. So ging das nämlich. So. Und hui. Okay, ich bin noch nicht hoch genug. Hm. Na schön. Na? Ihr habt da Spaß, ne? Ja, ja, ja. Ihr habt da Spaß. So. Okay, ich glaube nicht, es ist besser, wenn ich hier meine Pause anwähle, ne? Na? So. Ne, leg mal eine kurze Pause an, dass sich das wieder auflädt. Genauso nehme ich es, wie ich mir das vorgestellt. Okay. Und dann. Hier. Oh, oh. Nö, geht schon. Nö, ist okay. Könnte funktionieren. So, und dann umgekehrt bin ich schon, ach, das reicht immer noch nicht, ne? Okay. Da komme ich noch höher. Ja. Wie. 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 So, hier komme ich noch höher. Oh. Oh nein. Wieso? Oh nein. Woher hin? Ach, gut. Oh. Da ist... Oh nein. Taffi hat noch was zu melden. Das war doch das Gebäude, ne? Hat da nicht eben was geleuchtet? Da hinten leuchtet was. Äh. Okay. Da komme ich noch höher. Hm. Okay, sehen wir uns erst mal hier unten. Vorsicht da unten. Vorsicht fliegende. Oh. Oh. Und sie sind nicht kaputt gegangen. Wie das funktioniert, man weiß es nicht. So. Hier ist nix. Da komme ich noch höher. Okay. Wir hören erst mal, was Busy zu melden hat. Ja. Nix. Du spielst mit Puppen. Cool. Machst du... Ist das deine Beschäftigung? Ja. Das ist dein Urlaub. Okay, reden wir mal mit ihm. Oh. Hallo, Kittchen. Was machst du denn hier? Ich bin auf dem Heimweg. Ich wohne etwas weiter oben. Wie geht's dir? Mir geht es schon besser. Aber es dauert noch etwas, bis ich wieder ganz nicht selbst bin. Ich wollte meine freie Zeit nutzen, um mich mit deiner Freundin zum Mittagessen zu treffen. Hm. Sieht nach Spaß aus. Oh. Wo sind meine Manieren? Das ist Puppi. Äh. Schön, dich kennenzulernen. Puppi. Sie sagt, dass sie sich auch freut. Genießt euer Mittagessen, Ladies. Ich muss weiterklettern. Na klar. Viel Glück kennenzulernen. Bis bald. Oh nein. Das ist die Verabschiedungsrunde. Äh. Oh nee. Möchte ich da noch hin? Möchte ich da noch hin? Lass mal gucken. Was haben wir denn alles an Achievements? Okay. Mützenritter. Äh. Ab in die Kiste. Ein Popkarton fehlt noch. Ja, das kannst du vergessen. Äh. Lass dich 20 Mal fotografieren. Äh. Ist mir egal. Zerstöre alle alten Vogelnester. Das wäre natürlich. Wir sind keinem mehr begegnet, ne? Hm. Hm. Okay. Und da ist noch Papakatzi. Mach 20 Fotos mit deiner Kamera. Ja, okay. Ganz ehrlich. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen. Und 20 Mal fotografieren. Aber ich glaube nicht, dass das so zielführend ist, ne? Also. Was habe ich denn noch übersehen? Da können wir nicht rüber sprengen. Da geht es offensichtlich nach oben. Hier rüber springen scheint mir auch ein wenig gewagt. Wie komme ich da hinten auf dieses Haus? Okay. Also von hier aus sehe ich keinen Ausstiegspunkt. Da rüber hätten wir auch nicht gekonnt. Was ist denn da hinten, ne? Lass mal gucken. Reden? Nee. Nee. Da gibt es keine Möglichkeit, ne? Oh, was hat... Oh, guck mal. Hier gibt es auch noch fette Kohle. Na, sowas. Okay. 107. Ja, ich hätte doch nicht die Kohle ausgeben sollen, ne? Das ist jetzt blöd. Aber ich habe auch keine Dosen mehr gefunden. Die Dosen waren ja immer ganz gut, um damit noch ein paar Punkten abzugreifen. Okay. Gut. Ich fürchte, es wird nichts mehr. Ich muss den ins Auge sehen. Wir gehen nach Hause zurück. Okay. 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 Es sei denn natürlich, es gibt hier mal irgendwas Wildes. Tabs, tabs, tabs. Okay. Gut. 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 Ja. Was ist denn da oben? Das sieht auch noch verlächtlich aus. Hier ist doch garantiert noch irgendwas, oder? Da drüben ist doch Kohle. Warte, die hole ich erstmal. Da, guck mal. Da ist noch eine Ente. Komm ich hier wieder hoch? Weiß ich nicht, aber ich möchte die Kohle haben. Es ist, und es ist die Verabschiedungsrunde, ne? Hier ist noch Kohle. Die nehm ich mit. Da ist noch eine Menge Kohle. Da unten auch. Wie konnte ich die zuvor sehen? Hier? Ja, nee. Hier ist gar nichts mehr. Okay. Gut. Dann mal wieder hoch da. So. Da kommt. Na ja, schön. Gut. Das kriegst du hin. Genau. Hier ist die Ente. Wir können ihm Tschüss sagen. Ach, wie nett, dass es diese Verabschiedungsrunde gibt. Hey. Hallo nochmal. Schön, dich hier oben zu sehen. Ich bin dir auch sehr dankbar für die Hilfe vorhin. Du hast den Tag gerettet. Ah, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wunderbar, wunderbar. Ähm. Was denn? Was ist? Ja. Du hast nicht zufällig vor kurzem meine Kinder gesehen? Ist jetzt kein Notfall oder so. Ich würde meine Entchen sicherlich nicht zweimal am Tag verlieren. Nicht noch einmal jedenfalls. Keine Sorge, ihm geht es gut. Sie haben auf einem der Rakone einen Swing Crew gefunden. Oh, zu glücklich. Begebe ich mich gleich zu Ihnen. Das perfekte Badewetter. So entspannt. Möchtest du mitkommen? Auf gar keinen Fall. Es gibt nichts, was ich weniger entspannt finde als Wasser. Aber danke für die Einladung. Ja, geschehen. Gute Reise, Kätzchen. Oh, ich danke dir. Noch mehr Kohle. Ja. Okay. Ich habe die Kohle immer gleich ausgegeben für Hüte und so. Das scheint nicht die brillanteste von allen Ideen gewesen zu sein. Hm. Oh. Ja. Ist da drüben noch was? Äh. Ich möchte eigentlich noch gar nicht hier raus. Ich finde es irgendwie schön. Ach, das ist die Hütte. Ja. Ähm. Hier. Da geht es auf jeden Fall rüber. Und da ist... Ne, da bin ich gerade runtergesprungen. Okay. Ich möchte... Oh, es ist ein Level. Aber ich sehe jetzt auch nicht so den großen Vorteil, wenn wir jetzt auf Biegen und Brechen versuchen, alles achievementsvoll zu machen. Hm. Ich meine, schön wäre es natürlich, ne? Aber irgendwie so, es bringt ja jetzt nicht mehr so viel Mehrwert. Hm. So. Oh. Hallo? Da ist Atafi. Da brauche ich eine andere Stimme. Hallo? Was? Ah. Ich wette, diesmal... Hast du mich nicht gesehen? Ach, das ist das Chameleon. Ah. Wow. Das habe ich wirklich nicht. Prima. Es macht wirklich so viel Spaß, unsichtbar zu sein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich von der... Unter der Unsichtbarkeit... Was? Verstanden hast. Bira, jetzt, wo ich die Unsichtbarkeit perfekt beherrsche, nehme ich meine Höhlenangst in den Angriff. Das sehe ich. Wie geht's dir dabei? Also, es ist schön, dich zu sehen und die Atmeübungen helfen wirklich. Aber ich glaube, ich habe mit meinem Standortwechsel zauber etwas übertrieben, weil ich so nervös war. Und wenn ich mich jetzt so umsehe... Wir sind ziemlich weit oben, Gätzchen. Soll ich dich beruhigen, während du an einer Stelle weiter untergebliebst? Oh, zum Glück ja. Chameleon, du schaffst das. Atme einfach ganz ruhig und konzentriere dich auf den Standortwechsel. Du hast das schon hundertmal gemacht und das hier ist sicher nicht anders. Alles klar. Du bist der Hammer, Gätzchen. Ciao. Ich finde das so schön, dass wir uns von denen verabschieden können. Ich finde das klasse. Und was heißt verabschieden? Also, jetzt aus dem Spiel schon. Aber für Gätzchen ist es ja quasi... Naja, also... Gätzchen kann die ja jeden Tag sehen, oder? Ja? Hier? Okay, jetzt werde ich ganz immer auch nervös. Gätzchen, wir sind da. Ah, wie komme ich da oben hin? Warte mal. Wie komme ich da oben irgendwie hin? Ja. Okay. Nein. Oh. Ich bin hier. Ich bin wieder zu Hause. Wo ist denn dein Hut? Wo ist denn dein Zylinder? Oh. Oh, wie süß. Oh. Wie heißt du, kleines Kätzchen? Äh, ich heiße... Ich heiße... Ach, du liebe Zeit. Ich heiße... Oh, ich weiß etwas. Da kann ich jemanden mit... Mit aufziehen. Ihr wisst. Okay. Wann, machen wir das jetzt? Okay. Personalisiertes Halsband. Da steht Elvis. Das bin ich. Oh. Voll putzig. Guck mal, da ist der Abel. Ja. Hi. Na? Was geht? Du hast es geschafft. Ja. Und schau mal, mein Mensch hat mir ein Geschenk gegeben. Was steht da? Das ist mein Name. Moment. Du hattest die ganze Zeit einen Namen? Oh. Gefällt mir. Ich heiße Cray-Bert von Cray-Stadt der Dritte. Oh. Soll ich dich wieder so nennen anstatt Cray-E? Nein. Ich bestehe sogar darauf, dass du das unterlässt. Also, ähm. Okay. Trennen sich hier unsere Wege? Was? Natürlich nicht. Du kannst uns alle jederzeit wieder besuchen kommen. Am besten legst du direkt los. Es gibt noch mehr Aufgaben für dich. Blinkys zu finden und tolle Cray-Freunde, denen du sie bringen kannst. Hey. Ich verstehe deine Karte einfach direkt. Was? Versehe deine Karte direkt mit Markierung, damit du sie nicht vergesst. Ich schaue sie mir gleich an, Cray. Aber zuerst. Hm. Zuerst möchte ich den Fleckern und den, an dem man in der Stadt am besten Nickerchen machen kann, genießen. Was? Alles klar. Hier nehme ich. Bis bald, Cray. Auf jeden Fall. Und vergiss die Blinkys nicht. Oh. Okay. Sollen wir mal gucken? Sollen wir mal gucken? Ich möchte gerne gucken. Okay. Wir sind hier zu Hause. Ich weiß. Aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht. Ich bin eine Katze. Was willst du machen? Okay. So. Lass uns mal gucken. Was hat sie denn da auf der Karte markiert? Ach du weh. Guck mal. Da gibt es noch Hüte. Irgendwas mit Federn. Warum Federn? Okay. Diesen Teil irgendwie scheinlich da gar nicht hingekommen. Ach. Das war immer alles versperrt mit Baustellen und hast du nicht gesehen und so. Also die fände ich schon irgendwie ganz wichtig. Ich glaube. Da ist noch einer. Vier. Okay. Und zwei Federn. Was auch immer das ist. Ich habe doch genug Federn gesammelt. Das hat doch gereicht, oder? Ja. Ich fürchte Leute. Ich kann mich doch noch nicht verabschieden. Oh. Wir gehen den. Genau. Diesen Sachen nach. Vom Raben vermerkt. Das da oben weiß ich noch nicht, was das ist. Weil blaue Federn haben wir ja nun reichlich gesammelt. Aber das sind möglicherweise die Vögel, die einen Ring tun oder so. Also wo wir noch Kohle rauskriegen. Wir laufen erst mal zum ersten hin und dann arbeiten wir uns mal so langsam durch, ne? So. Okay. Hier, sagst du, ist einer. Sicherlich nicht unten, sondern wenn dann eher oben irgendwo, ne? Weil hier unten sind wir schon mehr als genug geturnt. Ey, guckt mal nach oben. Guckt nicht alle auf eure Telefone. Du meine Güte, bin ich schon der Herr Nähe? Ich bin, äh... Nee, ich müsste jetzt irgendwie links rüber, ne? Okay. Hi. Na? Ja, ich bin weg. Was? Was hattest du vor? Ich glaube, ich spinne. Hallo? Oh, hat die gerade ihre Dose... Die hat ihre Dose fallen lassen. Ah, die ist jetzt stinkig. Oh. Nein, warte. Das war das falsche X. Okay, gut. Kurze Ablenkung. Ähm... Wo ist denn hin... 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 Ich glaube, da vorne erst, ne? Ja. Ah ja, hier vorne erst. Unglaublich. Au. Ups. Äh, ich wollte sagen... Upsi. Nein. Pack den doch da rein. Guck mal. Das ist fein. So ist schön. Ja, so hast du es fein gemacht. Okay. So. Zurück. Ja, ich weiß. Ich muss noch ein paar Dosen sammeln. Die Sache mit dem Recycling hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Oh, scusi. So. Wo war es? Hier? Ne. Da. Irgendwo. Jetzt muss ich doch nochmal auf der Karte nachsehen. Wir stehen quasi davor. Und da hat sich mein Controller verabschiedet. Okay, wir sind wieder am Start. Ich bin vielleicht schon einmal zu oft mit dem Stuhl darüber gerollt. Äh, okay. So. Was war jetzt? Wir stehen schon quasi davor. Wo war... Ne, hier war es, ne? Ja, ich denke schon. Ja. Komm ich bis da oben hoch? Bis da oben. Ganz oben komme ich gar nicht hoch. Okay. Wie dann? Also ich nehme mir mal an, ist es da oben auf dem Balkon, ne? Ne. Da ist gar nichts. Wo kann es denn sein? Hi. Guten Tag. Ey. Hat der mich etwa gerade... So. Nur das Wuschheit. Hi. Oh. Oh. Schmusi, schmusi, schmusi. No. Oh, Verzahn. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Okay, also irgendwo da oben nehme ich mal an. Oder doch hier. Das haben wir schon alles eingekauft. Irgendwo da oben. Gut. Also schön. Versuche ich mal da rauf zu kommen. Äh, hier. Über ihmchen hier kommen wir da rauf, ne? Zack. Na? Ja, nee. Nicht anfassen. Nicht anfassen. So. Kann ich die eigentlich auch irgendwie ausschalten? Da drauf zu springen ist keine gute Idee. Das habe ich schon mal ausprobiert. Na? Da hinten komme ich aber gar nicht lang. Und hier unten ist auch nichts weiter. Das muss noch weiter oben sein. Wie komme ich denn noch weiter nach oben? Oah. Okay. Wie komme ich noch weiter nach oben? Let's mal sehen. Da geht's nicht hoch. Da geht's nur runter. Ähm. Da oben? Tja. Also schön. Hier komme ich da oben hin. Hier rüber schauen wir nicht. Ich muss einen anderen Weg wählen. Hier komme ich auch nicht höher. Da komme ich erst recht nicht hoch. Ey, ich laufe hier. Pass auf. Verfolgt die mich noch? Äh. Geh weg. Okay. Okay. Na schön. Also. Wie wäre es denn hier irgendwo hoch zu gehen? Mist. Es muss doch einen Weg geben. Es kippt. Es gibt doch garantiert einen. Wieso zuckt das hier so? Es gibt doch garantiert einen Weg hier hoch. Wenn nicht dort. Dann. Was bist du seit innen eigentlich? Kann ich da drauf springen? Ja. Kann ich da drauf springen? Das geht. Okay. Kann ich da irgendwas mit machen? Kann ich nicht. Hm. Na schön. So komme ich immerhin auch ein Stückchen hin. Komme ich bis da oben hin? Nein. Oh Gott. Nein, das geht wirklich nicht. Okay. Das auch nicht. Aber es scheint ja schon einen Weg hier hoch zu gehen, ne? Guck mal. Komme ich bis da vorne hin? Ne, nicht bis da vorne hin. Nein. Hm. Okay. Ich probiere es nochmal. So. Das war alles ganz easy. Das ist auch noch ganz easy. Komme ich hier hoch? Wieso kann ich denn nicht bis an die Sträucher dran? An das Eva dran springen? Hm. Hm. Okay. Ich bin fast dran, aber eben nur fast. Hm. Ne. Oh. Okay. Keine gute Idee, wie es scheint. So. No way. Und ich kann von dort aus noch nicht weiterspringen. Na toll. Hey, Rabe, kannst du mir sagen, wie ich da rüberkomme? Also ich muss ja offensichtlich da rüberkommen. Geben da irgendwelche Stromleitungen hin zu diesen Dings? Guck mal, ich käme da oben lang. Ja, so weit, so gut. Oh je, dieser Münze-Automat ist leer, Kätzchen. Probier's bei einem anderen Automaten. Ja. Ja, krass. Da komme ich nicht dran vorbei. Das habe ich schon mal ausprobiert. Wir können es ja mal machen. Pass auf, ich zeige. So. Und dann hier hoch. Und dann da hoch. Und dann hier hoch. Und dann... Okay, den können wir ja nochmal überspringen. Weil der ist ja noch einfach zu überspringen. Oder? Und dann geht's hier eben nach unten. Der ist noch einfach zu überspringen. So. Aber jetzt hier... Hier komme ich nicht dran vorbei, ne? Nein, komme ich nicht. So. Und jetzt hier, egal wie ich's mache, ich könnte mich drucken. Ja. Funktioniert nicht. Hm. Warte mal, da hat der... Oh, blick mal. Ist das ein zeitabhängiges Ding? Mal eben gegen der Fondant aus. Oh, das ist ein zeitabhängiges Ding. Okay, 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 okay. Gut. Das braucht nur das richtige Timing, aber dann kriegen wir es hin. Cool. Ah, das habe ich vorher nicht gesehen. Sehr schön. Gibt's ja doch eine Möglichkeit, hier hoch zu steigen. Ja. Hier dran vorbei. Okay. Jetzt brauche ich einfach nur warten. Nehme ich jetzt. Dann ist das aus. Jetzt ist er auch aus. Schau. Schau. Nee. Okay. Schnell. Hoch, 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 hoch. Ausgezeichnet. So, wir gehen als erstes hin. Da runter, ne? Oh, yeah. So, lass mal gucken. Gibt's hier noch was? Da hinten ist erstmal gar nichts. Bin ich denn eigentlich schon in der Nähe? Hm, naja. Nicht so richtig, ne? Hier ist doch nichts weiter. Ich meine, die sind halt schon gewesen. Glaube ich. Hm. Ja, hier sind wir schon gewesen. Ist da, fliegt da irgendwas rum? Da oben sind wir auf jeden Fall schon gewesen. Also, dann kann's ja nur noch in der anderen Richtung sein, ne? Da oben ist nix. Glaube ich. Ja, auch hier sind wir irgendwie schon gewesen. Da muss es noch eine, noch eine Stufe höher sein. Hm. Hm. Noch eine Etage höher. Oder halt eben auf der anderen Seite. Ui. Aber da sind wir doch auch schon wegen der Laufen. Ja, da sind wir schon gewesen. Ich renne jetzt da mal hin. Wegen kann ich nicht mehr lange klettern und so. Hier sind wir... Ja, hier sind wir schon lange gelaufen. Hä? Aber wo ist es denn? Hä? Ja. Ist okay. Lass dich mal fallen. Okay. Hä? Wo möchtest du, dass ich hingehe? Also, hier soll das, äh, das gute Dingelchen sein. Und es zeigt in die Richtung. Jetzt müsste ich fast schon hingucken. Was ist das? Jetzt müsste ich fast runter sein. Ist da oben noch irgendein Vorsprung, den ich vorher nicht gesehen habe? Hm. Geht's hier auch mal hoch? Da oben. Da blinkt was. Ha. Na, sowas. Aber wie komme ich da denn hoch? So scheinbar nicht. Ne. Da blinkt etwas. Aber so weit komme ich gar nicht nach oben. Es muss also noch irgendwo einen anderen Weg geben. Okay. Nein. Na toll. Ja. Okay. Ja, klar. Okay. Also, noch einmal bitte. Da oben hoch. Da sind wir schon hochgelaufen. Lass mich den Weg mal probieren. Oh. Ja, 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 ja. So. Und jetzt müsste ich... Ach, hier. Da sind wir bei Tuffy. Genau. Genau. Da oben blinkt noch was. Okay. Oh. Oh. Na? Oh. Okay, den nehmen wir schon mal mit. Da drüben ist auch noch was. Oh. Vorsichtig. 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 Und da ist tatsächlich ein Ball. Ach, was. Okay, den ersten haben wir. Yay. Juhu. Oh, eine Sonnenblumenmütze. Meine Lieblingsblume. Wir lieben es uns zur Sonnenblume. Ja. Das muss ich natürlich sofort ausprobieren, ne? Hm. Sonnenblume. Ach, du liebe Zeit. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Hier drüben ist noch was. Okay. Komm ich da eh nur dran? Nein. Komm ich hier weiter? Da unten vielleicht? Hm. Aber ich glaube, hier war nichts weiter, ne? Ja. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Okay. 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 So, nee, hier ist nichts weiter. Und da drüben? Hm. Weiß ich nicht, du. Weiß ich nicht. Nee, das war, das ist nicht. Oh, das ist doch für uns gedacht. Und wir kommen sogar da durch. Interessant. Okay. Aber das ist nicht das Ziel unserer Bemühungen. Das Ziel unserer Bemühungen ist... Hm. Ah, wir gehen jetzt mal zu dem da. Gut. Ähm. Das heißt, hier irgendwo durch, hier runter. Achtung. Vorsicht. Fliegende Katze voraus. Komm ich da drüben irgendwie hin? Nee, ne? Naja. So. Wiii. Oh, das hätte funktioniert. Wiii. Zack. So. In welche Richtung muss ich? Äh. Eher da lang. Ja, nee. Nee, nee, nee. Nicht... No touching. No touching. No touching. So. Halt, da bin ich schon ein Stückchen zu weit gerannt. Irgendwo hier. Das ist doch... Ist doch quasi... Wir waren ja quasi auf dem Weg. Wie kann das denn sein? So. Hier. Lass uns mal gucken. Ich müsste jetzt schon drauf schauen. da oben. Da oben. Da sind wir gerade erst gewesen. Ne. Gibt es ja einen geschickteren Weg hoch? Äh. Vielleicht ertrinkt von dem Maulvorsprung. Nein. Ich mach das mal eben nochmal. Hier, ich hab's gefunden. Da. Ich brauchte gar nicht so weit nach oben rauf. Hier ist es hinter dieser Absperrung. Ah. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch mit. Yes. Juhu. No. Und? Eine Satsuma-Mütze. Was ist orange und wandert durch die Berge? Eine Wanderine. Klar. Okay. Lass mal gucken. Das ist ja wohl. Okay. Eine Wanderine. Wo ist denn das? Die Wanderine, ne? Oh. Wir sehen precious aus. Okay. Gut. Ah. Naja. Gut. Ja. Gut. So. Hier zurück. Lass mal gucken, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Ähm. Da ist noch einer auf der rechten Seite. Dazu muss ich einfach nur links abbiegen. Okay. Ja. Lass uns hier vorne links abbiegen. So. La 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 la. Ah. Da ist dieses. Ja. Da können wir kaum rein, ne? So. Wir sind auf dem Weg. Irgendwo hier. Hier waren wir ganz am Anfang. Da ist eine Dose. Gibt es ja auch einen Mülleimer. Ich habe immer noch zu wenige von diesen Recycling. Oh. Nein, nein, nein. Da nicht. Ja. Ich weiß schon. Ja. Tut mir leid. Äh. Nein. Hat er aufheben. Ich glaube hier gab es keinen Mülleimer. Ich habe noch zu wenige von diesen Recyclingpumpen. Also richtig viel zu wenige. Also richtig viel zu wenige. Äh. Das war jetzt irgendwie weird. Richtig viel zu wenige. Da drinnen habe ich glaube ich gerade einen gesehen. Nein. Das war der. Holla. Wo ist denn hier einer? Da ist auch keiner. Ne. Geh weg. Ich habe keine Zeit für dich. Aber da hinten ist einer. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Ja. Warte. Hier. Oh. Ja. Haha. Jedes Mal wieder, ne? Hier. Vor dem Supermarkt. Oh. Mensch. Okay. So. Juhu. Na siehst du. 121. Wir haben fast 200. Halt mal. Der Vogel da. Der ist gerade verschwunden. Okay. Schade. Der hatte einen Ring. Ja. Ist er nicht das? Wo ist er denn jetzt hin? Ist weggespawnt. Mist. Na gut. Okay. So. Wir gehen wieder hier rein, ne? Boah. Das war hier. Ja. 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 Schon gut. Ja. Und dann da entlang. Und hier, sagst du, ist jetzt irgendwo einer. Da oben sind wir nicht gewesen, ne? Da oben auf dem Haus. Hm. Ähm. Halt mal. Müsste das nicht hier rüber funktionieren? Das funktioniert. Ja. Weg. 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 Oh. Das ist so fies, ey. Okay. Dahin. Wie komme ich da denn hoch? Hm. Hier scheinbar nicht. Hm. Komme ich auf das Auto? Nee. Hier komme ich gar nicht weiter. Ich muss da von da drüben rüber gehen, ne? Wui. Genau. So. Und so. Und dann dahin. Kabumm. Oh. Wie konnte das passieren? Warte mal. Hier geht es da auch noch irgendwo hin. Wo geht es denn hier hin? Doch, das haben wir gesehen. Gibt es da auch noch irgendwas zum Klettern? Nee. Okay. Also hier ist das so, ne? Ja. Sieht gut aus. Aber noch nicht gut genug, ehrlich gesagt. Wow. Hm. Da ums Eck. Na schön. Bäh. Das ist... Hallo. Das ist jetzt auch ein Bild. Okay. Nein. Runter. Wunderbar. Okay. Und dann hier hin. Alter. Okay. Jetzt warte auch erst. Bin ich hier auf dem... Doch, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Da ist er. Yes. Aufheben. Ja. Hey. Mr. Krabs. Eine Krabbenmütze. Harte Schale. Weicher Kern. Sehr gut. Okay. Ausprobieren. Äh. Hier unten nicht. Äh. Da. Okay. Es hätte nicht besser laufen können. Okay. Na schön. Aber lass mal gucken, ob es hier... Gibt es hier noch andere Möglichkeiten? Also gibt es hier noch was zu entdecken? Okay. So. Hier auf dem Dach ist nix. Wie ist es mit dem Dächern da drüben? Ja. Ja. Äh. 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 Funktioniert. Hier ist aber... Außer Vogelköckel ist hier gar nichts. Hm. Das ist ja schade. Ach Mensch. Das ist ja echt schade. Gut. Wo müssen wir als nächstes hin? Ähm. Äh. Nix. 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 Ganz da in den Norden. Okay. Also wieder zurück und... Ja. Dann irgendwann rechts abgebogen. Okay. Wo geht es hier raus? Da geht es raus. Iiiiih. Ja. Nein. Hier ist die Doggy-Nummer. Ja. Ich laufe mal voraus. Okay. So. Hier sind wir wieder. Ich sehe da oben auch schon was glänzen. Aber das ist es nicht, ne? Das ist nicht die Vogelgeschichte. Nichtsdestotrotz. Das möchte ich mir auch nochmal holen. Oh. Warte mal. So. Ne? Ne? Ja. Super. Ähm. Ich lege hier besser eine Pause ein, ne? Ja. Ich lege hier besser eine Pause ein. Da werden wir auch so hinbekommen. Da oben möchte ich gerne hin. Okay. 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 Pause. Und da komme ich auch so rüber. Da. Ja. Das hat funktioniert. Gut. Ist hier denn sonst noch was? Ah. Da nicht. Nee. Hm. Nee. Nee. Irgendwie nicht so. Okay. Dann lass mal gucken. Juhu. Bums. Also. Wo soll denn das mit der Feder sein? Da müsste ich jetzt nach rechts abbiegen, ne? Ja. Ist das hier oben etwa irgendwo? Es muss oben irgendwo sein. Irgendwo da drauf. Okay. Wie komme ich da drauf? Von hier aus zum Nichts. Sag nicht, ich bin da eben schon richtig gewesen. Das. Da wäre ich aber unträuslich. Hm. Da oben sind wir gewesen. Da ist einer der Lagerbote. Hm. Okay. Gucke ich jetzt etwa genau da hin? Nee. Ähm. Ich mache folgendes. Ich renne da nochmal hoch. Hm. 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 So. Aber ich komme doch von hier aus dann gar nicht weiter. Glaube ich. Irgendwie scheint hier die Sonne hin. Was ist denn da unten? Ah. Okay. Bin ich in der Nähe? Ich bin nicht mehr in der Nähe. Ich möchte... Müsste... Halt... Uh. Da. Die Aufgaben sind das. Ach so. Hahaha. Das sind die alten Nester. Aha. Ja. So. Ausgezahlt. Und jetzt wird es klebrig. Dafür sind die gedacht. Ah. I see. I see. Now it all makes sense. Okay. Das ist gut. Hui. Huuu. Na. Hast du dich voll erschreckt, ne? Na, Kitty? Hui. Hast du gesehen, wie ich hier rumstratze? Schön dich zu sehen, Kleines. Hm. Okay. Das ist aber alles, was sie ja erst zu sagen hat. Gut. Nächster Punkt. Irgendwie da drüben. Okay. Vorsicht. Fliegende Katze im Anmarsch. Hier, guck mal. Da geht es doch auch nach oben. Das hat bestimmt irgendwas zu betäufeln. Ja. Nö, schon gut. Alles cool. Da drüben ist noch was. Was? Was glaubst du? Ey. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, ey. Äh. Mhm. So. B. Und ich möchte, dass du jetzt einfach mal da rüberspringst, okay? Soweit brauchst gar nicht sein. Nein. Nicht an die Rang heran. Okay. Vielen Dank. Da ist es easy, ne? Okay. Gut. Haben wir den auch eingeheimst. Wie weit sind wir vom Zielort entfernt? Äh. Wir bewegen uns vom Zielort weg. Okay. Lass mal gucken. Hier gibt es. Ach, hier gibt es noch mehr. Nein. Wir haben hier noch ein bisschen herumzusuchen, ne? Meins. Hier oben. Weiß ich nicht, ob da das ist. Lass gucken. Komm ich da bis da hoch? Ich komme bis da hoch. Wunderbar. So. War hier nicht das eine Entchen-Witzel? Ich glaube, hier war das eine Entchen-Witzel. Ja, hier war das eine Entchen-Witzel. Okay. Da ging es darum. Gut. So. Wir bewegen uns wieder auf die Kugel zu. Da oben. Oh, das war aber knapp. Okay. Das hat funktioniert. Klasse. Da drüben geht es auch noch hoch. Ja. So. Ach. Okay. Vielleicht hier erst mal. Ähm. Da war doch eben... Ach nee, das leuchtet nur komisch. Hm. Aber hier sind wir doch schon gewesen. Wo gucke ich gerade drauf zu? Nee. Hier müsste es auch eine... Ein altes Flogelnest geben. Wo war das denn? Ich gehe mal... Ich gehe mal erst mal da oben. Ja, ganz toll. Hm. So. Komm ich hier hoch? Komm ich nicht. Komm ich da rüber? Ach, schade. Bis da komme ich gar nicht hin. Mal hier vielleicht. Ja, nein. Okay, gut. Ich komme eh nicht höher. Dann können wir hier auch das Vogelnest suchen. Wo ist es? Es müsste sich ziemlich genau hier befinden. Hm. Da unten sehe ich es nicht. Hier auf dem Balkon ist es nicht. Nichts. Hm. Hm. Ja. Komm ich schon fest mit dem Wechsel. Aber okay. Es ist dann noch weiter oben. Wie komme ich weiter nach oben? Hm. Ja, da hast du jetzt nicht mit gerechnet. Wo ist das Vogelnest? Ich müsste jetzt... Da müsste es sein... Da oben ist es. Ah. Okay. Alles klar. Gut. Also Ziel. Da hochkommen. Äh. Hier eher nicht so, ne? Oder? Äh. Ja. Nee, hier eher nicht so. Hm. Da auch nicht. Okay, nicht von dieser Seite. Wenn, dann von der anderen Seite. Hm. Hm. Also das heißt, wir müssen da irgendwie hochgehen. Da gibt es aber noch gar keinen Weg. Hier ist es hier. Ich könnte mir nur vorstellen, noch mal um das Haus rumlaufen zu müssen, ne? Das könnte eine Idee sein. Ey. Wer? Wer? Ah, gut. Okay. Gut. Also. Wenn wir hier auf das... Nein! Nein, 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 nein. Was? Nein! Ah, nein. Mach das nicht. Ah. Ah, die Klappe. Nein, ich will nicht. Geh weg. Okay, also hier komme ich hoch. Gut. Komme ich noch? Ja. Irgendwie nicht so richtig, ne? Oh. Das geht gar nicht. Vielleicht sehe ich aber einfach nur nicht so gut. Das hat funktioniert. Jetzt hier hoch. Das hat geklappt. Mal da. Wo geht's denn da lang? Das versperrt, ist schon klar. Aber vielleicht kommen wir von hier aus höher. Okay. Das hat geklappt. Von hier aus aufs Dach. Das hat auch geklappt. Cool. Bis jetzt ist noch alles gut. Moment, jetzt bin ich ja wieder in der Gasse. Da hätte ich doch direkt hingehen können. Alter. So. Und dann sind wir... Da oben ist es. Hihihi. Okay. So komme ich da nicht rüber. Nein, ich muss es von hier aus tun. Moment. Liegt hier noch irgendwas Interessantes rum? Da. Ah. Was? Okay. Oh yeah. Tada. Yeah. Oh. Teufelchenmütze. Das ist meine Schama. Das macht eine Mütze. Münzenritter. Okay. Heißt das, ich habe sie... Ich habe sie jetzt alle. Die passt irgendwie. Moment. Was ist denn Münzenritter? Ist tatsächlich... Sammle alle Mützen. Okay. Cool. Gut. Aber eine Sache fehlt mir noch. Die möchte ich auf jeden Fall noch haben. Nämlich dieses Ding da mit dem... Äh. Ja. Nicht, weil es muss, sondern... Genau. Weg. Ich werde das vermessen. Da drüben glitzert auch noch was. Jetzt wird es klebrig. Ja. Das haben wir auch noch geschafft. Ausgezeichnet. Da, guck mal. Da ist wieder so ein verrückter Vogel, ne? Ach. Das war jetzt. Gut. Also. Das haben wir auch geschafft. Dann halt. Weg. Ich sammle erst die Kohle einher. Das sind nicht ganz 200. Aber fast. So. Und hui. So. Und mit diesen... Warte. So rum. Und außerdem mit... Äh. Ich sitze. Sofort eine Köche. Ja. Klar. Ah. Und mit diesem wunderbaren Bild möchte ich mich nun aus dem Spiel verabschieden. Ich weiß, wir haben noch nicht alles. Zwei, drei Sachen stehen noch aus. Ähm. Aber ganz ehrlich. Lass uns mal kurz gucken. Hab ich eine Kiste. Eine Kiste fehlt mir. Äh. Müll-Sammler. Ja. 36 von Hallo. Ach Quatsch. Das weiß ich nicht. Ist mir egal. Ich möchte mich auch nicht verabschieden. Äh. Nicht verabschieden. Moment. Hier sind noch ganz viele Sachen offen. Wie komme ich denn hier ran? Mache 20 Fotos. Und da können wir zumindest zum Teil schon mal versorgen. So. Und. Klick. Na also. Klick. Okay. Ja. Cool. Haben wir es, ne? Jedenfalls scheint mir noch zu verfehlen. Weil irgendwie sind ein paar Aufgaben offen. Aber ich weiß nicht. Wo hätte ich die noch bekommen sollen? Wir haben alle kennengelernt. Wir haben alle Handlungsstränge veranstaltet. Irgendwas mit dem. Äh. Wir haben alle. Wir haben doch alle. Alle. Transportwege freigeschaltet. Ja. Da ist. Da kamen wir nicht rein. Also ich denke wir sind durch. Möchte ich behaupten. Ja. Na gut. Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Das случае. Weil ich nicht hingéren.